was ist das hier eigentlich blauen liqueur sahne liqueur saure apfellikör ja hast du eine gesoffene habe sexuelle belästigung hallo dass die hose zu ich habe mir gedacht dass wir train simulator später anfangen mit dem moseltal aber dazu mich noch eine aufgabe umbauen genau geschweige denn sie runterladen ist hier übrigens nicht die alzheimer sondern eine gemoddete version meines guten kollegens daniel seiler übrigens seine bildschirme also der die bildschirme sind von ihnen hier verbaut worden also der mod und natürlich noch so andere sachen auch die passagier ansichten sind von ihnen gemacht und noch alles drum moment kinders nach null geht es ja auch weiter weil null ist ja eigentlich nur neue jahr und dann ist ja wieder alles so auf saufen und party und so so muss ich irgendwas zu den türen wissen hier das war das ist der erste video da ist es alles hier frei genau genau tippe ein ich wundere ich fahre mit hilfsfeilen ich bin nämlich du außer philipp ist mein navi und sagt jetzt rechts abbiegen 300 metern das ist aber nicht in linie wo ich hier oft abbiegen muss nein 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 weiß nämlich wie das geendet ist du musst näher ans mikro gehen ja tach efa fan hallo das ist mattes die nudel da gibt es natürlich eine ordentliche begrüßung muss in die scheiß starthaltestelle da vorne da wo die alte steht na aha so was fahr ich denn für die linie x10 ach ich fahr x10 ach rückwärts also von zeltung nach nach oben alles klar auch eine neue anzeige ist hier geworden der hintere der möchte auch schon knutschen siehst du guck mal an du weißt da ich x10 nicht durchfahren werden kommen die durch vergeset auch was alles eingestellt ja so ein fahrplan aus genau ist schon fertig alles schon fertig bremse gedrückt damit ich den schön dass du rumfummest das ist typisch bei den AI was kann man mit einer face of card sonaten und daraus soll ich das bitte verstehen also wahrscheinlich ob man damit wie heißt es spenden 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 geht bei mir nur per paypal wenn es darum geht mit aus ho ist das gut werden die falsche linke lsk herr hat die falsche linke welch is das mein Jetzt kann man das Team ja gleich abbrechen. Ach, was wolltest du denn, du Oma, losgehen? Einen normalen. Ach, halt's Maul! Da! Das scheiße kriegst du immer sehr freundlich zu den Fahrgästen. Ja, ich bin immer freundlich zu den Fahrgästen. Was? Oh, der hängt irgendwie wieder hier. Ja, lass doch hin. Hä? Was ist denn da vorhin? Ja, das piekt gleich. Das piekt gleich. Ach schon. Sascha? Ja, bitte. Ich hab heute irgendwie gelernt, du brauchst nur einen DB-Rucksack und dann kontrollieren dich die Leute, die die Fahrscheine kontrollieren nicht. National Express war keine Fahrscheine. Schön für die. National Express Abfahrt. Weil bei mir heute im 612 hatte ich meinen DB-Rucksack auf dem Nebensitz liegen und der Typ hat einfach nicht kontrolliert, welchen DB-Rucksack da liegen hatte. Ich weiß gar nicht. Meine Güte, dann. Ach du Scheiße, ey, das wird so ein Chaos gewesen. Der Niklas 2015 0 0 schreibt Philipp. Ist das dieser, äh, Niklas Ficht? Schli Niklas? Ne, keine Ahnung, der schreibt Philipp, move uns mal bitte. Ja, eher im Lifestyle, der hab ich schon mal ausgewählt. Dazu schauen wir jetzt nicht, dass dieser, äh, Niklas, der ruhig nach dem Chat unterstimmt. Weil ich mach mir keine guten Fragen, weil er sonst alles zu finden wird. Ja genau, fahr erstmal, du Arschloch, ne? Ja, heute fahren wir mal Bordstein. Genau. Soll sehr bequem sein, hab ich gehört. Ja. Wartestraße. Ja, ich warte gleich auch auf der Straße. So. Zwei Chaoten auf der Straße, ja? Und ich bin da selbst Mörder. Ach so. Nee, Lifestyle nicht. Nein. Ja. Wille, hast du gehört? Das war der Niklas 19 halt hier. Ja, ich hab ihn gesehen. Nee, ist so klein, Alter. Bleibs hier. Guck mal. Guck mal, ich seh mich grade selber, wie ich da anhalte. Genau. Boah. 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 Guck mal, was ist das denn da? Ja. Bäh. 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 Bäh, bäh. 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 Siehst du denn hier so wie noch Wippelrufe? Ja, noch ein anderes Karriere, da ist denn noch ne geile Rufe. und er hat eine geile rufe was du bitte das glockgeräusch das klo geräusch los macht das nur ein los gibt uns das tue das ganze gleiche und train simulator gibt es das klo geräusch so weiß das hier für die scheiß ampel also jetzt wird so nah ausgefahren denn die schöner sind ansagen aktiv einstellen das sind da für ein toilettenschauer auf was warten die schön dass du ein foto kommentiert das wo ich markiert bin ein arschloch hat wo warten die alter keine ahnung fahr ich gar einfach durch ist mir sowas von egal oder link hat auch schon keinen bock mehr mama kollision aus von der ampel die springt mal um mir ach die ampel ist kaputt das sagst du mir jetzt erst so liebe kinder das seht ihr jetzt nicht beschissen beschissen fragezeichen weil ja weil ich hier bus mit lenkrad fahren muss warte straße ja wir haben auch was ja ist das in dem solaris so gemacht dass die kamera nur im bestimmten repaint drin ist weil zum beispiel im repaint da habe ich jetzt keinen eine frage habe ich gedacht ach ne ist nur ein bug ne da übertreib ich muss es einfach das ist ja ist klar kleiner fixer also es kann sein dass ich sehr ausfallen werde ja das ist ganz normal ja genau fahr mich rein super das ist der blinker ja du bist auch so eine farbe straße guck mal timmelhorn ist das erste mal dabei ist ja auch klar bei uns wird geknallt bei uns wird geknallt ist ja auch klar das muss nicht so muss das sein fährst hier raus in die ampere grün sooo hat er auch solaris euro 6 schmetter vielleicht was solaris euro 6 mit denen vielleicht später noch warten mal gucken weiß ich noch nicht kann sein kann auch nicht sein so sound passt zwar noch nicht ganz aber der punkt ist gut also ich mag die spiegel nicht so aber wenn sie in der realität so sind dann passt das ja war gefährdem du glaubst das nicht ne ja als du spiegel auf die echtzeitreflexion dann auch voll hast läuft es irgendwie besser als wenn du auf ökonomisch hast Okay. Haha, geil. Geil. Ist natürlich super, ja. Macht überhaupt keinen Unterschied. Boah, mich stört aber das Falkenbalk noch ein bisschen, weil es so komisch wie es aus macht. Ja, ist immer normal, weil wir so... Ja, aber nicht so extrem, ey. Also bei uns selbst jetzt schon die C2 ist da quietscht das jetzt schon richtig. Ja. Und die sind noch nicht mal ein Jahr alt. Bei uns fährt sowieso kein Schrottino, also... Ja, wir haben ja C2. Kann ich das nicht genau beurteilen. Ja, da hat er jetzt auch noch was auf. Ja, bitte. Jetzt kommen wir ja eigentlich wieder Kollisionen an. Ich bin so schwer. Philipp, das funktioniert nicht, ne. Um sie... Wenn du Kollisionen wegpasst, dann musst du... Ja, ja, aber du gehst. Eigentlich schon. Ja, mir geht's nicht, bei mir steht ja, man muss um sie neu starten. Das geht so... Äh, also... Bei mir geht's eigentlich auch. Aber das, äh... Wird zwar angezeigt, dass es, äh, jetzt umscheiden wird. Aber, äh... Trotzdem... Sind halt keine Kollisionen da. Ja, komischerweise irgendwie. Ja, ja, weil der ja die Map neu laden muss. Wegen der... Weil der ja dann Kollisionen... Manchmal läuft das aber nach einem Zufallsprinzip, finde ich. Glaub ich. Nach dem sogenannten... Zufallsprinzip. 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 Ja. Also, das Add-On Berlin X10 lohnt sich ein bisschen mehr als Hamburg, aber man braucht halt Hamburg wegen den ganzen Objekten teilweise. Nein, für uns den braucht kein Hamburg. Nein, für manche Maps braucht man Hamburg. Ach so, Hamburg. Jaja, ja, ja. Die Gärten zum Beispiel ist auch nicht sehr, äh... Qualitäterkarte. Gärten. 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 Gärten auch. Äh, Philipp, werde ich den nachher auf, ähm, Köln Kutlitz haben. Wow... Mag ich auch, ne? Mhm. Du kannst ja dann das Tartorts in der Gruppe nur ne Taurus nehmen von RBA, dann kannst du die mal vorstellen und bleibst du nicht. Oder du kannst, äh, nimmst den Wittenberger von, ähm... trainworks und hängst ne taurus hinten ran also von rwa die was meinst du wie das ding abgeht philip so macht das ja schon die furze bei euch ok ja du musst das sonst machen also den grafik mod von den der philip zum download nur in irgendwie so illegalen forum oder so was ja das ist auch schon die hauptschule ja pack doch noch mehr rechts neben mir du arsch so dieses Ja genau, du Basel, Alter, Alter, ey. Genau, zieh einfach rechts rüber. Links. Mal gucken, ob ich überhaupt hier wegkomme, ey. Meine Gott, ey. Philipp, du sollst mal das Hamburg End-On mit dem Mercedes fahren. Ja. Oh, das Bürsti ist oben. Dann wollen wir halt ein bisschen bürsten, oder? Geh nachher mal hoch zu dem, ey. Hat mir auf jeden Fall gesagt, ey. Was hat er gesagt? Das hier. Was ist jetzt für einen Streit? Echt? Jo, Familienkrieg. Familienkrieg, ja, bei Marz, bei den Englers. Ich hab damit nichts zu tun. Marz ist doch wie immer unschuldig. Ja, dann fangen wir weiter zu. Philipp, funktioniert das eigentlich auch in Omsi 2, dass man da Feuerwerk einbauen kann? Oh, Sam. Jawoll. Philipp? Mhm. Funktioniert das auch noch in Omsi 2, dass man Feuerwerk einbauen kann? Ja, die. Auf Gladback. Das auch. Dann musst du nachher mal um 12 Uhr Gladback fahren. Genau, äh, Jan. Ja? Der Dominik hat gesagt, er ist nicht in der WhatsApp-Gruppe, weil du drin bist. Ja, soll er doch. Dann werden die Freitigkeiten mit dir hier unterlassen im Stream, danke. Das ist aber echt so. Warum ist das so akkur zu dir? Was hast du denn gemacht? Ne, das klären wir nach im Stream, naja. Das ist... Oder warte, ich schreibe das in WhatsApp. So, wo wollen wir denn den Mahahtz? So werden wir keine Ailissen, weil ich das sehen möchte, die Fahrt. Ne, wir fahren nicht im Feuerwerk. Boah. Geben wir noch ein Versprechen. So, habt ihr beschrieben, Mahahtz. Geben wir noch ein Versprechen. Vier Minuten Verspätung. Daraus werden noch 20, sag ich dir. Ich kann das nicht mehr ausmachen. Boah, Kreishocker, ich hasse Kreishocker. Aber keine Angst. Deswegen auch keine. Ich werde eben so jetzt auch noch einen, noch einen Mod vorstellen für den Skaga. Und zwar ist es der Bene-Mod. Also von der Bene-Mod, den werde ich dann im neun Jahr, also wahrscheinlich noch an. Das ist das Wochenende einmal präsentieren. Und ja. Aber da wird schon Feuerwerk geschossen. Wir brauchen noch ein paar Mal. Piu. 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 Nach 8, Tälte-Kanal. 3 Seminata kommt halb 10 21 Uhr 30 Schau, 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 schau Sascha, du magst anscheinend den Board stellen Der Liebste der Board stellen Oh, scheiße Ja, ja, ich ram die noch weiter nach vorne Oh, scheiße Philipp, du kannst es doch eigentlich auch so machen, dass du eine Runde Omsi fährst Eine Runde Trainsmo und sowas Was? Sascha, anscheinend Ich sag ja, ich bin schlecht in sowas Ja, du fährst jetzt Boah, Alter, ich krieg echt die Krise hier Jetzt passen wir auf hier Hören Sie die Tür auf, aussteigen, das ist ein Körperverletzung Boah, noch zu voll hier Also wir machen dann so im Wechsel Jetzt fährt er die Runde nach Zürichnergarten und dann die nächste Runde fahr ich Wir machen dann so im Wegwechsel Vorne schon die Heilstelle, da können ja auch alle raus, hier Wichser So So Das habt ihr gehabt, ihr geschrieben, Mahat Wie viele Zuschauer sind aktuell? Das hat er nicht ernsthaft gesagt 149? Hat er nicht gesagt? Doch, hat er Ich kann nicht lächer mit meinem Auto nachher schicken Oder so, wenn ich die finde 152 Zuschauer, ich bin mir geißen, Alter Alter, Alter Leute, wieso habt ihr keine Obbis? Hallo, die sind alle nur hier, weil sie mich sehen wollen Genau Nee, sie wollen mich ja Mann, hab ich schon mal einen Gast da, Mann, du Ja, das ist ja selten Philipp kann besser fahren, Schau Ja Sie wollen die Baste, dass sie sehen Sascha, ja Die Scooter Ja So Warte, Schlange Ey Warte mal, die Annoter kommen jetzt weg Jetzt wird hier umgebaut Die Gabelle Philipp Ja Ist eigentlich deine Mutter gerade zu Hause? Ja Ah, okay Die hält hier gleich wieder ein Bier in die Kamera Ja, richtig, guck mal hier Ach, ich modde jetzt erstmal ein bisschen den Solar Boah, scheiße Boah, fahr doch, ey Boah Ja, fuh, ne, fuh Geben, wir fahren, hier Boah Ja, hier ist es auch, lebensgefähr Ja, dann steigt doch aus Meine Fresse, ey Meine Fresse, ey Ja, Wiener Stream, meine Arzt ja eigentlich auch recht Sie müssen das eigentlich Nichts Besonderes damit Bisschen gesoffen, bisschen gefeiert Dann Ja, sag mal Hallo Hallo Dann beginnt eigentlich nur ein neues, ja? Ja Eigentlich ist es nichts Besonderes Ja Also nicht wundern, ich fahr das erste Mal so, ne? Ja, also War Philipp mich ja zwingt, mir Kollision zu fahren War kein Verständnis dafür, ist das schon Ne Aber es gibt eine Sache, die ich sehr gut beherrsche und das ist Knallgast Knallgast Ja 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 Immer Gewohnheit Greif doch gleich in dem Bildschirm So, was machen wir jetzt hier? Boah, ey Nur dumme Leute hier, nur dumme Leute Meine Fresse, ey Ja, danke Herr Gutenrutsch Und alle natürlich Zuschauer Der Zuschauer Die Nassig kommen doch schon Meine Fresse, ey Von Seidemacher Seidemacher Frikadell Seidemacher Bergsteiger So, da hab ich mal Seidemacher Nö, ne, da hab ich nicht Nö, ist doof, ne, ja, ist doof, ne Jaja Ach, fahr du Witzer Seidemacher Bergsteiger müsst Seidemacher, Seidemacher Seidemacher Riegel, gefolgt unterwegs Erdbeerkäse Ich bin immer unfreundlich. Die Sprachanzeige ist raus, damit du es weißt. Ich habe die Sprachanzeige. Ja, die Sprachanzeige. Meine Güte. Die Sprachanzeige. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Ja, du möchtest eine Fahrkarte? Einmal Schüler bitte. Hör mal, ich habe keinen Schüler. Ich habe aber eine Kinderfahrkarte. So, guck mal hier. 2,51. Wunderbar. So, Tür zu und weiter geht's. War das nett genug? Ja. So, ein Stück noch gucken. Ja, so. Siebenfenster fragt, ob du auch LBs rauskriegen. Was? Was? Was kann LBs? Hast du da nicht mal Bock drauf? Ja, ja. Klar. Du solltest so eine Therapie öffnen irgendwie. Die B-Fertverkehr IT oder was? Ja. Nein. Warte, welche Scheiße. Ja, ich fahr auch Scheiße. Danke. Das waren wir alles. Das ist eine Therapie. Das ist eine Therapie von Seidebacher. Ja. Ja, dann kommt doch hier alles schon ran. Kommt doch schon alle angelaufen. Blipp, müsste das eigentlich funktionieren? Ja, das ist ja wieder pünktig heute. Ach, Schnauze. Nein. Dass man die Scheibwächer-Tings aus dem Solarisrand hat, der Wetter mein Papier ist ja unnötig spät. Die sind ja viel zu spät gekommen. Kannst doch wieder aussteigen. Boah, ey. Weißt du, wenn echt du es zu spät kommt, ne? Meine Fresse, ey. Ich hab' euch zum Wichsen hier. Okay. Da geht's. 161 Zuschauer? Aber ich hab' mehr Zuschauer hier, ey. Also, äh, was wir als nächstes fahren, mal gucken. Was wir als nächstes fahren. Wahrscheinlich noch spontan blicken müssen wir. Also, Philipp hat schon vorhin gesagt, dass er gerne mit dem C2XXL Gletscher Express bei Schnee fahren möchte. Was? Hallo, Pedi. Genau. Ich grüße dich, Pedi. Hallo. Pedi. Pedi, servus, ey. Ach ja, so. Und, Pedi, wie war die Arbeit heute? Oh, sechs Minuten? Da geht doch noch. Ja, eben. Da geht doch noch mehr. Was soll ich sehen, meine Güte? Was? Wirklichkeit ist auch nicht so ihrs, oder? Ja. Das war nett mit dir. Du siehst auch scheiße aus. Das war doch vorbei, Mensch. Was ist denn das für ein Followers? Ich wollte gerade rausfahren. Der fährt einfach... Der kippt Gas. Ja. Guck mal, so muss er machen. Was sagst du? Huch! Ich fahr geradeaus. Wo wollt ihr eigentlich alle? Ja, gut, ein bisschen in der Kurve. Stehen sie alle hier am Unterhalten? Ja, ne? Doch. Kann mich auch anstellen. Hier. Nehmen wir den Kasten. ORDINch. Hallo Pedi! Hh.. Geht mir auf den Becken! Und, wie war die Arbeit heute? Saugeil! Philipp! Ja! Guck mal WhatsApp! Ja. Ganz halbwegs. Pedi, danke. Was soll ich denn sein? Hallo Pedi! ja es hat die schönen leben als busfahrer da muss ich gar nicht halten da machen wir gleich wie damals bei werner kurz mit späler weißt du den wettbewerb wir haben sich unerlaubterweise vom unfall entfernt deren video ist es war noch 10 was musste nur auf die busspur das schmeckt genauso wie im bauhaus geiler ich hab mir gerade dein solaris verschossen alter ernsthaft hast du für den mothen reingeschmallert ich hab die wipper also die scheibenwischer aus dem tariwein gehauen aber ich hab sie vorher nicht überschreiben lassen sondern erstmal rausgezogen jetzt müsste es eigentlich wieder laufen weil ich hatte danach kein display mehr dann habt ihr mal andere falsch gemacht ich hab ansonsten gar nichts mit was gemacht ob die o3d ist auch eingefügt im richtigen part ne ich hatte nur die ich hatte nur die äh scripts rüber gezogen ja damit die so irgendwo stehen bleiben und dann wieder so runter fallen ja ich glaube das war zu viel rückgeld ach so dann liegt er wahrscheinlich an der flippig groß ja ja hier warte mal beste beräusche aber hey beste seelendorff reichen Heidi hast du da irgendwas gemacht bei manchen Manche repaints, die kann ich irgendwie nicht fahren, weil ich wie vorhin hatte ich das White repaint, also das Weiße, und da hatte ich zum Beispiel keine Innenkamera. Das ist via CD, die Kamera kannst du via CD einfragen. Machst du? Ach so, da kann man es dann auch wegen den, ah gut, dann mache ich da auch die schwarzen Fenster raus. Ach ja, die sieht ja... Machen Sie die Türen auf, ich bin aufsteigend, das ist ja Körperverletzung. Wann lachst du? Was ging der LKW? Kann ich denn dafür, wenn der LKW so breit ist? Oh, ich feiere mal den Bus an! Ach du Mann, Alter, du fährst noch mal immer hin. Ja, Alter, ich kann nicht mehr hin. Wettet! Abgelehnt. BAM! Ach ja, du bist ein bisschen, dass du jetzt gar in die Kollisionswerte fallst. Und du wirst schon mal auf der Bremse. Kannst du den Platz machen. Jetzt nach links nach Wack. So, Chef Moderator für 2020. Ja, also Sascha, wirst du gut hier... Lass mich bloß in Ruhe, ey. Da steht ins Fahrzeug, schwenkt aus. Ich habe... Ja, schön! Mach die mal weg da! Ja, fahr doch! Ja, aber soll ich jetzt in den Rhein fahren? Und rückwärts fahren. Ach, jetzt schon wieder rückwärts fahren? So, Paddy, jetzt passt es wieder alles, du Bus. Wunderbar. Schützalleen. No. Oh, wie die Bildschirme hochfahren, Alter, das ist einfach göttlich. Stopp! Soll ich denn da jetzt vorbeikommen? Soll ich denn da jetzt vorbeikommen? Kommst du vorbei. Der hat einen Gas geben. Hä? So fett er im neutralen Gang. Jetzt fahr! So, Kamera an. Wie viele Spiegel habe ich denn jetzt weggegangen? Ach, hier vorne... Wir halten, wir halten jetzt. Was? Wir haben genug Verspätung, nicht halten. Naja. Wir fangen geradeaus. Wir fangen geradeaus. Wie, wir fangen geradeaus? Wir fahren nach Berlin. Ach so. Wenden Sie nicht. Hallo, hallo, hallo! Sag mal, Alter! Ich... Arschlecken. Kann mich am Arschlecken jetzt hier, ja? Wenn er mir freiwillig so reinfährt... Nee, danke. Arschlecken. So. Habt ihr gesagt, das war ein Fehler. Schön, Herr Scherz. Höhe! Oh! Super! Oh! 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 Immer dasselbe mit der... Oh! 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 Wenn ich hier nur fahren würde, dann würde ich das besser hinkriegen. Ähh. Was hast du für Störungen, Alter? Geht doch einfach durch! Nicht einfach, äh, runter auf die Gas. Schütz. Ich bin da mal kurz nochmal für eine Minute weg. Yo. Na, was steht denn da alles? Ich fahre heute nicht noch einmal um sie, das schwöre ich. Ne. Arsch. Ist das schon so? Ich bin gekommen. Ne, mit Schaltung noch nicht. Ich fahre hier bestimmt keine Schaltung, Alter. Du kannst mir auch mal den Hinterkraulen. Hintersturm. Ja, ja, ist klar. Schlechte Straße. vloggeat. Ok,os尾. Ok,geschle históde. Allesе Natasha. Bis dahin und es freite. Gerhard kommt. Leg Komplett Jura zu können, aber jetzt kommt es gut an. U-Bahn-Bow Oskar-Helina rein. So bin ich da. Hallo. Hallo. Eine Kurzstrecke bitte. Wille bis Fahrlehrer. Äh, Janne. Ja? Okay, ich hab so. Stimmt das so hier? Ich glaub das ist ein bisschen zu viel. Einmal nochmal bitte. Entschuldigung, jetzt haben Sie mir... Danke. Hallo. Beschreibst du mich an Whatsapp oder hier? Servus, bin wieder da. Ja. Ja, könnte ich machen, Martin. Echt? Okay. Das dauert halt nur ein bisschen. Ja, klar. Ja. 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 In Isisstraße, Klee Alley. Ach, das ist echt Spaß hier. Einfach Schnauzeiten und nix sagen. Genau. Man steht da hinten. Hinterm Bus halten. Hinterm Bus halten. Hinterm Bus, nicht Vorbus. Nur mal so, vor dem... Wir sind bei über 150 Zuschauern. Sehr gut. Boah. Einmal kurz strecken. Ja. Boah. Ich glaube, da haben sie mir zu viel rausgekommen. Immer dieses zu viel, ey. Bum. Huh. Ah. Die Nummer. Und wir kommen nicht mit diesem Bus hin. Klar. Alles schon. Genau. Haben Sie ja auch fahren gelernt, ich würde ganz gerne jetzt aussteigen. Scheiße. Da guckt man einmal auf Tablet, ey. Da fährt man schon ein Auto. Ja. So schnell kann es passieren. Ich will ja auch informiert bleiben. Wissen Sie was? Lernen wir? Handys am Steuer und Tablets am Steuer ist tot. Und was passiert ist? Das ist ja mal an. Das ist ja mal an. Das ist ja mal an. POP. Ja, da ja. POP. Da siehst du. Alles ist ungar gezahlt. Hä? Die Tour müssen wir auf jeden Fall nochmal machen. Ey, was ist das so ein Scheiß? Ich sag schon, er schafft mir gestern nochmal so einen Döner-Teiler geholt. Entschuldigung, bist du genauso fett? Ach guck mal, 6 Minuten. Pascal Kummerstadt, Paolo Brecher, wie geht es dir? Was ist das für eine Rottes? Du musst diesen Bus nicht verstehen. Ja, halt, ja, da hab ich schon. Ich hab einen Arsch jetzt. Ja, ich muss unbedingt nach Kempten. Ach, ob du willst. Was? Wir halten. Wir halten. Wir halten. Nein. Morgen gilt ein Mal der Zug aus. Morgen kann das, wofür man wird, so ein Rennwagen. Mal wissen, warum der da noch im Bus spart. Soll ich den mal gleich ziehen? Soll ich den mal gleich ziehen? Soll ich da nichts an eine Stelle fahren? Zeig dir. Ach, zeig mir das! Ich hab dir gesagt, das ist scheiße. Da fahr ich weiter. Da fahr ich weiter. Da fahr ich weiter auf dir auf dieser Straße. Du weißt schon, dass ich nichts höre, ne? Ja, das ist loyal. Schön, dass es loyal ist. Ich höre immer noch nichts. Der muss das links abnehmen. Boah, Alter, ey, dieser Muskel wird auf dem Eier. Links abbiegen. Joooo. Das macht mich mal in den Außenspiegel. Und die zweite Sprache. Bitte benutzen die hier, die außen. Hey, Mahat, ich hab einen neuen Zug für die DB gefunden. Was? Neuer Zug für die DB. Da, mach! Ich hab keinen Bock mehr. Wo ist denn dein Hitze? Was ist das? Ne, geh weg. Jetzt fahr die Scheiße da. Los, fahr! Genau. Jetzt fahr ich weiter. Kein Bock mehr. Jetzt wird der Chef fahren. Boah! 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 Was ist denn los? Ja, jetzt nimmt der Chef selber das Steuer. Ach, der Chef. Arsch. 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 Ja, jetzt ist wieder der Chef da. Ach. Was? Nix. Ey, Jan. Ja? Hast du, äh, neuer... Hast du das, äh, neue Apfel? Ähm, keine dritte Wahl? Nein. Nein. Ich darf's ja erst bekommen, wenn der, ähm, Daniel mir das okay gibt. Das scham nicht. Ey, ich mein hier das Fall 1.1 von, äh, Morphi und Tijam Yalba. Oder wie das heißt? Von Morphi? Ja, hier steht's hier. Das ist ein... Äh, schick mal rüber den Link, bitte. Teeplitzer Spaß. Ja, das Problem ist, das ist beim Siff im Pool. Ja, ich bin da nicht angemeldet. Ich hab da gar keinen Blick. Ich hab voll. Pfff. Frau Wisch-Tanne. Pasche mit tausenden Euro in den Willen. Toll, ey. Scheiße, ich bin hier. Sie ist, sie ist echt, äh, schlau hier, also... Sie sind ja viel zu spät gekommen. Philipp, du kannst ja nachher mal 182 MRCE von RWA fahren. Ja, klar. Kannst du auch machen. Ja, mal gucken, was ich dann fahre. Ja, da ist noch sehr hochschwacken. Ja, da ist noch sehr hochschwacken. Ja, da ist noch sehr hochschwacken. Ja, da ist noch ein... Ja, da ist noch ein... Josef Johansplatz. Warte, Happy New Year. Was? Happy New Year. Ich auch. Danke. Danke, danke. Bitte, bitte. Nicht schnell express. Ich bin Mülleimer. So, ich sitze im Müll. Ja, weg damit. Geht doch. Machst du's nicht jeden Tag, Sascha? Machst du's nicht jeden Tag, Sascha? Machst du's nicht jeden Tag, Sascha? Machst du's gut aus? Er ist in der Realität manchmal auch. Ja, ich hab das Updates hier. Einen Einzelpfad. Das ist für ein Update. Ach, das kann man ja direkt runterladen. Danke, pass mich. Agri and download. Agri. Agra download. Agra weg. Agra weg. Agra weg. Was hab ich dir gesagt? Ich kann eher Züge fahren. Ja, das stimmt. Ich glaub, ich bleib auch lieber dabei. Die Bahn macht nur hier. Aber nicht auf den Straßenverkehr. Guck mal, bei denen beschweren sie sich auch. Guck mal. 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 Ich kann euch leider nicht mitnehmen. Guck mal. Also ich meine, ohne jetzt zu schleifen, ist es einer sogar der besten Busse im Umsicht einer. Paddy. Hoppala. Zu arg geschleift. Ja, Paddy ist gerade raus. Oh Gott. Was habe ich da bloß gesagt? Ne, eins sag ich euch, wenn ihr ein Bier habt, wo so ein Teil ist, was man wieder zumachen kann. Gut das ja. Mit diesen Plöpfflaschen da, ne? Genau, die. Dann solltest du das Bier nicht zumachen und dann einfach schütteln. Ja, wer macht das auch? Du. Ich habe es gerade gemacht, weil man es am Boden festgekappt hat. Hallo. Ja, könnt ihr mal in Istanbul fahren? Ich habe kein Istanbul. Wollt ihr in Istanbul bis nach Istanbul? Na, wir fahren auch zum Bosporus. Natürlich. Mit der 18er, ne? Nur zum Bosporus? Dann singe ich gleich das Lied mit der 18 bis nach Istanbul. Ja, mach doch. Ist Istanbul, ist Istanbul, ist Istanbul, ist Istanbul. Du musst das umschreiben. Heute fährt da Philipp bis nach Istanbul. Ja, genau. Philipp fährt bis nach Istanbul. Kann ich bitte ausschreiben? Was war denn das? Bitte die Tür auf, ich will hier raus. Hey, Philipp. Was hat dich in einem Umfall? Bescheuert? Es gibt eine neue Strecke, ne? Ja. Die teils sind nicht, aber mit der Türkei. Strecke Deutschland-Issambul. Ah. Ja. Berlin-Issambul. Achso. Ruhe Weiß in deinem Umfall. Da fährt der ICE-EC. Cool, jetzt ist erstmal der Bus kaputt. DDD, ne? Ne, der ganz normale ICE-EC. Voll elektrifiziert. Ich habe auch gehört, dass der neue 412er das hinfahren sei. Was ist denn, Alter? Da wird ja nicht gut sein, ey. Ja, sie sagt nur, es liegt am Bus. Ja, Philipp, würdest du das neue Update von der Laden, was du jetzt hast von der Laden? Ich möchte ja korrigieren. Ich habe doch das Update. Das ist der Bus. Das von Morse, das 1.1. Für was? Gar nicht. Ja. Gibt es jetzt ehrlich, oder was? Ja. Ja. Er hat doch hier nur einen Lickreignisende von... Er hat doch hier nur einen Lickreignisende von... Ja. Er hat doch hier nur einen Lickreignisende von... Ja. Mein Solar? Ja. Ne, den, ähm... Äh, den Skanger Update. Ja, aber... Mach doch, mach doch eh kein... Ja, aber die mir mit Daniel. Ja, test das mal bitte. Aber ich habe ja vom... Wegen Daniels Busse hier. Ja, ja, deswegen. Es ist da keine kompatibilitätsprobleme gegeben. Oh, Alter. Mahat, Saka Fakat. Fakakken. 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 Dividende. Fakakken. Danke dir. Fakakken. Denk dran, Mahat. Das ist der Regen. Ja, der ist der Regen. Ja, der ist der Regen. Ja, der ist der Regen. Der Regen. Hallo. Schön. Hallo. 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 Wir sind aber ganz schön spät. Marcel. Marcel, ich tanze. Also Marcel. Ich lasse es erst mal da stehen. Ich lasse es erst mal da stehen. Ich lasse es erst mal da stehen. Ich lasse es mal fahren. Heute fährt die 18 bis nach Istanbul. Du bist nach Istanbul. Du bist nach Istanbul. Philipp, weißt du jetzt hier? Philipp, weißt du das hier? Philipp, weißt du das hier? Philipp, weißt du das noch nicht? Ja? Ja. Da haben wir einen aktuell richtig verarscht. Ach, weißt du noch. Weißt du noch? Was ist mit mir? Ich bin jetzt schon wieder gekommen. Ja klar, ich weiß klar. Ich renne hier die ganze Zeit weg. Ich bin ja inte. Mann, das ist ja nett. Das ist ja nicht. Naja, falls Niklas das hören sollte. Hallo. Das ist ja nicht. Was ist denn jetzt schon wieder los hier? Du bist mit Einstein. Ja. Super toll. Ich fährt dafür, dass Sascha wieder fährt. Ich auch. Ich meine, in echt wären wir nicht mal aufs Ansatzweise weit gekommen. In echt, da glaub ich, wären wir schon im Lieben geblieben. Oh, Philipp, heute rechts über Ruder. Ja, ist doch Busch-Spur. Ist doch Busch-Spur bei Ulan. Jetzt ist er um sie abgekackt, wa? Nee, komm gleich. Komm, lass es abgeschissen sein. Abgeschissen. Nein, das ist doch ein Aski. Nein, 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 nein. Geht doch. Jetzt fährt er, jetzt fährt er. Nein. Batsch. Tschüss. Also, Philipp, er hat Quatsch ins Auto rein. Sascha. Also, liebe Leute, nicht nur ich kann Unfälle bauen. Ja. Philipp, der rammt die Autos richtig weg, bis zum Umschlag. Ich hab auch keine Ahnung. Irgendwie spinnt das heute alles. Boah. Sascha. Du bist ja wieder ein Stück. Also, ich hab mir die Autos so angedetzt. Du hast sie gerade weggeschoben. Ja, hab ich ja richtig weggeschoben. Was soll ich denn machen? Von der Böhre, ey. Die Grenze, dann wäre ich nie weitergefahren. Ja, toll. Ein Kind auch noch angefahren. Ja, mir doch egal. Das ist ja nur meine Fahrerakte. Ach ja, stimmt. Ich hab ja gar nicht gewechselt. Ja, aber Roten fahren jetzt auch noch. Fahr doch gleich da hinten drauf. Jetzt macht er es auch noch nicht. So, ey. Oh, ey. Der macht doch noch was. Sascha. Sascha. Ja. Kannst du nachher IC-Steuerbahn fahren? Ich fahr nachher was anderes. Ach man. Ich fahr kein IC. Ich fahr nachher auf der Moses-Strecke. Es gibt ja auch da dieses Szenario, wo man sowas richtig schweres fahren muss. Aber wir fahren nix schweres. Hat er auch von der Freibahn? Ja, haben wir doch schon gerade. Voila. 140 Zuschauer. Aber seid ihr nicht alle seiern oder so? Nein. Bei mir wird uns gefeiert. Mir fällt gerade ein, jetzt wo ich ja gerade live bin. Aber das mache ich ja, ich werde nicht festlegen. Bei mir knallt es ja schon oben wie die Ferne. Bei mir nicht. Oh, ich weiß nicht. Oliver Platz. Philipp, hast du heute noch den C2 oder den C2? Mal gucken. Hallo. Hallo. Ja, wie sieht es denn mit dem Sound-Mod aus, Benni? Vor allem Mofi, wie will er das denn hochladen, wenn... Bei dem Aussichtsforum. Klar, auf dem Aussichtsforum, ja klar. Verarschen kann ich mich alleine, wisst ihr das? Ja, guck doch, mach auf Pause und drücken und kommen sie auf Pause und geh auf den Weg drauf. Ja, klar. Warte, warte. Guck mal, Alter 4. Runterfahren. Philipp hat ernsthaft ein... Achtung, ich kann jetzt rumhängen. Philipp hat hier einen Bus-Simulator 2012-Poster hängen. Ja. Ich hab den auch nicht Bus-Simulator. Ich hab sogar City-Bus-Simulator München. Was? Kann man jetzt mal lernen, oder? Ich hatte ja mal anfangs nicht schlecht, nur, dass man Zeitstrafe kriegt, wenn man bei Rot fährt. Das war die Scheiße. Die Musik war die Scheiße. Der Rest war eigentlich ganz gut. Also die Idee ist wie... Ja, meine Fresse! So, jetzt scheinbar... Boah, Glück dabei ist. Boah, vor dem Sound. Hedlenden, Schmerz. Philipp muss er in den unteren Abschnitten vielleicht gleich lesen. Was? Du musst dann vielleicht mal in den unteren Abschnitten lesen. Dort steht drin, dass Morphie für ein paar Bug-Fixes und so weiter. Oh... Da ist... Glück sein für Morphie vor Fix in the Suppression School. Dittl wollte ich auch unbedingt Scania fahren. Der wollte den von Mondanium fahren, aber der von... Ja... Ja, fahr die auch mal hoch! Mein Gott, fahr doch einfach mal auf! Alter... Heute fährt die 18 bis 23. So, ich war jetzt in Istanbul. Istanbul... Kniff dich! Und ich habe heute eins festgestellt. Ich kann mit Maus und Tastatur besser fahren als mit so einem Scheißler. Boah! Boah! Wo wusste denn da? Boah, Alter, was ist jetzt mit WhatsApp los? WhatsApp ist kap... Funktioniert nicht! Server sind down! Bei mir funktioniert! Ja, schön für dich! Da packt ihr ein Eis! Danke! Bitte! Äh... 644 für Zuschauer? Boah! Das wär's doch! Boah! Bis vielleicht jetzt der Niklas da! Das muss ich ja doch noch Niklas fragen! Wenn Sie mal nicht haben, neun Uhr! Halb neun mal auf Hause! Ja! Ach so, Brüder! Ja! Nach dem Feuerwerk machen wir ja weiter! Was? Ganzhaft! Natürlich! Dann fährst du aber oben hier noch schon, oben hier noch 7! Dann kannst du mir vielleicht einstrichtern, wenn ich ein paar mehr getrunken hab! Mal auf Süpfen, du Scheiße! Dann fährst du aber auf Ketter, ne? Keine Ahnung! Du musst sogar einmal testen, wie hoch die Drehzeit ging! Ja, wahrscheinlich! Und was wird das da jetzt hier? Boah, ist das Auto hässlich! Oh, wo ist denn jetzt hier das Garn? Boah! Und Tags, der Frage hast du nicht bekommen im Winter CD auf der Van der Ilsen? Wie wünsche ich angelegen? Nein! So! Hi! So, Philipp, das zum Thema Performance! Da kann man in Omsi, wie du schon gesagt hast, den besten PC haben! Wanner04, weder noch! Ich bin Kölner! Ich will auch kein Tüsseldorfer! Da oben ist ein Poster und kein Spiegel. Mach mal Gewohnheit. Gewohnheit. Ja, toll. Ich kann da nichts sehen. Da müssen wir echt mal Dingens senden, Alter. Da müssen wir echt mal... Boah, wie heißt das nochmal? Er kommt aus NRW, woher kommst du denn? Das ist doch doch mal in den großen Kranz. Dieser Bus fährt weiter bis Herzallee. Dieser Bus fährt weiter bis Herzallee. War doch klar, Kölsche-Jungen. Schönen guten Tag, ich bin zu Kölsche-Jungen. Guten Tag. Jetzt bin ich hier in Westfalen. Super. Da haben die Leute einen lachenden Keller gesucht. Heute kann ich ganz viele Leute grüßen. Ja wen denn? Da fahre ich erst dann, wenn ich Transimulator fahre. Hör auf da oben hin zu gucken, da ist nichts. Bin noch mal kurz ne Minute. Gut. Warte mal, ich kann auch mal gucken. Immer noch ne weiße Wand. Ja. Wenn, dann musst du dir auch so'n Spiegel dahin legen. Ja, könnte er einfach mal machen. Aber ich habe keine Kommentare. Ich mach es mir nicht leicht. Mach das gut noch. Hier kommt einer zu, der kommt aus Dubai. Geil. Hör mal, guck mal, du hast mehr Zuschauer als in deinem Livestream, ja? Ja, wenn ich alleine mache. Ja, das liegt doch nur an dieser wunderschönen Schönheit mit der Bastengütze. Also ich kann gerne die Nummer nachher reinschreiben. Ja, also wir sind nicht bei Elite-Partnern, ne, für Akademiker und Singles. Das Niveau ist nämlich schon lange weg. Das Niveau geht noch. Ja, noch. Extra halt. Ja, sehen Sie mal, Arthur. So. Ausstiegefahrt. Wenn hier das durchgeheben soll, dann müssen wir mal weg. Endhaltestelle. Bitte räumen Sie den Bus. Jetzt. Wir räumen uns beim See. Wir haben die Dagen ein. Bus der Nordwestbahn fahren. Auf Wiedersehen. Ja, das ist doch hier. Tau-Rüssel oder nicht? Nee. Wann ist wohl gar nicht. Wann? Soll ich jetzt mal gucken, den Mod oder was? Du kannst mal mal schrecken. Du fährst jetzt einen anderen Bus. Ja, guck. Ich hab den linker Punkt reingepoßen. Kannst du mal gucken. Wie gesagt, da steht drin, dass Mofi mit gefixt hat. Ja. Ich mach mal eben kurz. Das ist kurz weiterlaufen. Wir können jetzt mal live zwischen. Also, ähm, Leute. Ich mach dann mal Schluss. Ja. Ein schönes Jahr. Und... Wir machen sofort weiter. Ich wollte nur eben kurz gucken, denn das Update. Rutsch natürlich. Ja. 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 Schraub dir eine Lampe auf den Kopf, damit man nicht im Dunkeln sieht. Boah, der war gemein. Jo. Tschüss. Jo, mach's gut. Tschüss. Der weiß auch immer. User disconnected from your channel. Aha. Warum soll ich's nicht mit anlegen mit der NWB? Haben wir hier Nordwestbahn-Liebhaber. Nordwestbahn scheiße. Ich glaub's jetzt, dass man auch wieder mitgemacht hat. Ja, was hat er... Ja, sehe ich jetzt. Soll ich das jetzt mal runterladen oder was? Ja, ja, ladet mal runter. Aber wie gesagt, ich teste das jetzt krass. Achtung. Ja, was ist denn jetzt, dass er sich nicht da... Einfach auf agree and download machen. Ja, ich weiß. Aber das Problem ist nicht, dass er sich da verhagelt in die Busse. Das wird sich auf jeden Fall verhagelt. Ja, oder? Ja. Oder Philipp, du ziehst den von Daniel raus und... Ja, toll. Mach's nix. Ja, komm, das, ähm, aus dem Ormsi-Forum, den von, ähm, dein Alther, den Bus, den kannst du ja nochmal schnell runterladen, den von, ähm, Daniel auf dem Desktop ziehen, den... Ja, hab ich ja alles. Ja, und dann, ähm, ähm, ja, und dann kannst du ja eine neue Installation machen, dann das Update von Morphe rein und dann, wenn das mit Daniels funktioniert da drauf installieren oder so. Ja, Daniels, wenn ich es nicht installieren, weil der doch da nur, hat auch Sounds Updates gemacht, ne? Daniel? Ja, der Typ da. Ja, der hat auch Sounds Updates gemacht. Okay. Ja, da können wir ja Leute, da können wir das gerne mal testen. Dann ist das Update, dann kannst du mit darüber büßen. Ja, ist mir schon klar. Ach, du hast es, wenn ich den Namen Nordwestbahn sage, dann verstehst du. So. Dann tut's mir leid. Was hältst du von Abelio? File Transfer Complete. Jo. File Transfer Complete. Ja. Philipp hat immer noch diese Schwule Team zwischen mir. Ist doch geil. File Transfer Complete. Irgendwie bin ich etwas enttäuscht. Ich bin nicht in einer, äh, im Donut Handel. Ich bin selber, äh, 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 äh. Wo die Busse einfach weitergegeben werden und heute war auch wieder so ein Tag. Wie? Was wird jetzt schon wieder weitergegeben? Ja, der Bus von Daniel. Der ganze Bus hat irgendjemand vom Teamspeak, der den hat irgendwie an dritte Person weitergegeben, dass jetzt bringen die Leute wie ich. Das hat nichts mit Respekt vor Project zu tun. Das hat einfach nichts damit zu tun. Äh, tut mir leid, aber, sorry Leute, wenn ich das mal so sage, äh, äh, warum bis Vorgangsjahr? Ja, vielleicht sollte ich mal Oumsee schließen, dann würde es auch gehen. Oumsee, du bist sowas von doof, weil ich ständig dich sowas von beenden muss. Ein Scheiß-Simulator. Das ist immer wieder interessant. Ja, wo ist Oumsee jetzt, dass ich das schon selbst geschlossen. Ja, cool. Sehr gut. Wollen wir nicht gleich so. Meine Güte. Philipp, eigentlich, wenn man das so sagen kann, ist Oumsee einer der schlecht programmierenden ja dann sowieso. Oder wieder so immer heißt, Simulation, die es gibt, da ist ja selbst noch Train Simulator teilweise besser programmiert, außer jetzt die Safe Gumps. Ja. So, was hat er hier gemacht? Machs für uns auch. Mhm, 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 mhm. Muss ich dir was beachten? Nee, nö. Ach, dann testen wir das doch gleich mal. Ein komplett neuer Bus. Ne, nein. Okay, ja, Video mag er auch nicht. Gut, das ist ein neues. Was hast du von National Express? Ey, Sascha, was meinst du, wie ich ausrasten werde, wenn National Express hier die Allweiber übernehmen würde? Ja, aber doch schön, schön mit Talent, elektrofiziert. Wahrscheinlich auch mit Schienen. Ja, Alter, was meint, wie ich hier ausrasten würde? Da hättest du mich aber so, hast du mich auch noch nicht erlebt, Philipp. Ja, schön, National Express, hallo. Natürlich hasse ich dieses. Wäre ich britisch dieslich unterwegs. Wäre ich britisch dieslich unterwegs. Ja, genau, ich kann hier, äh, blaue 612 herum, ne? Genau, schön. So. Machen wir das wieder an? Machen wir das wieder an? Werbe 612 bei uns, der sieht so lustig aus. Jetzt fahren wir mal. Was für eine Karte soll ich jetzt mal fahren, soll ich mal, äh, keine Ahnung, Garten? 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 Ja, Garten. Garten. Fahr mal die 7. Die 7 ist doch alt. Ja, dann wieder die 3. Von Roten. Nee, 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 dann kann der Sascha nachher nochmal fahren. Der Sascha fährt erst Train Simulator. Ich fahr gar keinen mehr. Achso. Herr Philipp, dann fahr die 3. Ah, die 3. Wasserburg. Rotwile. Ich fahr ja 10 Steuernwagen mit einer Taurus hinten dran. Achso. 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 Also ich find, das geht eigentlich. Ich komm aus keinem Stadtteil, ich komm aus der Umgebung von Köln. Kologne, Kologne, Kuglenze. R.B. 38. Du Bettburg-Erft via... Hohen. 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 Du musst auch ein microscope müssen näher haben. Hohen. 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 An quinzen. Hohen. Mich macht dich nicht Lucky способven. Hohen. 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 Hier. Duh. Stift auf das Tablet. Moment, müssen wir mal Gärten starten. Ach, warte, ich mach das schon. Na, meine Leute, ich werde jetzt mal eine Wampe kurz sehen, entschuldige. Erstmal muss ich meine Akte wieder machen. Ach so, ja. So, Start. Also, wenn du etwas vorsichtiger fährst, dann ist er gut zu fahren, finde ich. Wenn du etwas vorsichtiger fährst. Was soll das denn jetzt wieder heißen? Boah, das heißt, du rastet mit 50 in die Kurve. Ja. So, ist das Gelenk wieder falsch, oder was? Ist das Gelenk falsch, oder ist es noch nicht richtig? Das Gelenk ist immer noch falsch. Kriegt keiner gefixt anscheinend. Aha, warum kriegst du das mit einem Mot hin? Was denn, Philipp? Wir testen jetzt einfach... Leute, ich hab eine richtig blöde Frage. Wir testen jetzt einfach mal. Ich bin ja bekannt für blöde. Das war 2015. Wie war das denn? Meins war noch... Scheiße. Meins war echt beschissen. Kein Bock mehr. Und jetzt kann das ja verbrannt werden. Neue. Äh. Bei mir war scheiße. 2016. Hey, Sascha, bei mir war es geil, weil ich mein Gaming-PC begonnen habe. Bei mir war es geil bis Juli. Ne. Ne. Das ganze Jahr war nicht geil. Das Jahr ist nicht geil, weil man in die Schule gehen muss. Ja, mein Gott, du wirst noch irgendwann bereuen, dass du nicht mehr in die Schule gehst, dann sage ich dir jetzt schon. Hey, ganz ehrlich, ich setze mich. Ich fahre lieber von mir aus 12 Stunden 6-12er, wo dem wir wahrscheinlich am Ende des Tages voll auf den Sack gehen wird, aber anstatt hier so scheiß Geometrie in der Schule zu machen. Aha. Ich wohne. Mofi hat es hier gekriegt, die Türen zu animieren. Aha. Babam. Ja, das... Hat er jetzt die Türtaste da gemacht? Ja, die Tür ist jetzt, kannst du alles steuern, alle Türen. Ach, das ist wieder mit E hier. Zündung. Ja, aber die Bildschirme gehen noch nicht, ja, das musste man... Das ist ja auch von Daniel. Steifelhupe, ja. Ja, Skanger. Was? Das ist Skangerhupe. Oh Gott. Funktioniert das Display? Das ist ja so Spaß. Schau mal so, ich hab doch Bussen, keine Ahnung, also. Nicht wundersch. Denember. Klack, 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 error. Ziele Gossenfeld, falsch. Oh, was ist falsch? Eins. Ja, geht bitte jeden Tag gerne in die Schule. Ich hab's früher gehasst. Vielleicht auch an anderen Sachen. Naja, man hat die Tür hingekriegt. Ja, es ist ja jetzt ein Test, da könnt ihr euch schon mal ansehen, wie ihr den Mod findet. Kannst ja den Link posten, Paddy, ins... Hab ich schon. Ja, aber ich hatte die Sichten hier überhaupt. Ach cool, kann man ja endlich das Geld hier raus holen? Naja, geht so. Das ist zum Kotzen, ey. Blieswurgang eingeleitet. Aber die Sichten sind hier im Fahrgast noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Amen. Ja, der Busse ist eigentlich gar nicht da. Erstmal Hauptsache Schimmelmatrix, ja. Oh Gott, ey. Der Arsch war vor 15 Minuten, was bleibt. Wollt. Arsch. Stop, ich bin mir da. Stop, ich bin mir da. Stop, ich bin mir da. Nächste Haltestelle am Nordwald. Das ist jetzt nicht wirklich Treven. Nein, das ist Gärten. Nächste Haltestelle am Nordwald. War doch schon. Am Nordwald. Ja, WhatsApp wird mal noch im Arsch. Ja, WhatsApp wird mal noch im Arsch. Nee, WhatsApp geht wieder. Lass verbremsen, Alter. Ja, WhatsApp wird mal noch im Arsch. Ja, WhatsApp wird mal im Arsch. Nein, da war. Ja, WhatsApp wird mal im Arsch. Ja, war hingekriegt, dass hier ein Fahrplan ist, hat man es noch nicht. Okay, ein Fahrplan hier zu sehen ist es nicht. Vielleicht ist sie ja in der Realität gar keiner. Ja, klar. Wie, die Hupe ist scheiße, ist doch Skanya-Hupe. Skanya-Scheiße. Ich habe so viel auf mein Handy geguckt. Sag mal, du hüpfst jetzt nicht erst auf deinem Stuhl. Ja, der hat doch. Du hüpfst jetzt aber nicht nachher den Transimulator an weichen Geräusche zu machen. Nee, das nicht. Da hat er ja selber weichen Geräusche. Ja, Philipp macht da immer Toilettengeräusche. Ja, das kannst du von mir aus machen. Ja, die Opa ist ein bisschen scheiße. Das Sound ist okay. Gut, wenn die scheiße fließt. Das scheint, dass es mir lustig gewesen im Dönerladen, wenn er Philipp da die Toilettengeräusche gemacht hätte. Ja, die Toilettengeräusche. Mein Gott, nehme ich mal hier noch für dich eine CD, weißt du, eine Hör-CD. Ja, ja, das hätte ich echt geil von dir sehen. Ich darf mir lange warten. Philipps Toilettengeräusche. Mit den Engels-CDs, die sind auch dabei. Ja, Engels-CDs. Am besten auch Wolfgang Petri, am besten auch Micky Krause. Oh Gott, das ist richtig. während der 120 jahr bei der 101 oder in der fenster auf ja weiß ich heute silvester darf man das jetzt trinke ich mich gefragt ob du eine freundin hast ich glaube die frage kann man mit einem stolzen nein beantworten genau mit einem stolzen nein aber es war günstiger wenn man keine freundin hat muss man nicht mal geschenke brauchen da habe ich auch keinen stress mit naja teurer wird es nur dann wenn man nichts zu vögeln hat ja dann wichst man sich halt mein gott ist ja nicht schlimm nächste haltestelle in waldgrund das gelenk geht jetzt noch mal tief unten ja warte ist doch die klappe ach geht dir das genauso oder als hey komm du bist doch bei film bimmelmann boah alter ich töte dich gleich was nix guck nicht so schwul weil ich singe zusammen in einer wohne kann auch nur ein neues kälte geben reddy ich töte dich gleich guck mal kommst du runtergefahren cool aber bitte dich mit läschen so einen müll wollen wir hier im main nicht sehen doch ich doch wir nehmen einen auf dann schauen wir mal gucken wie weit wir rollen ha 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 bei dir geht es ja bergauf ne ha 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 aber scheiße ha 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 da kommen vielleicht zieht oder schiebt sich n linn ha 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 Warte mal, ich muss die National Express Flyer hier noch vernichten. Trains in der Realität sind die meisten Busfahrer ja homosexuell. Ich bin heterosexuell. So und jetzt könnt ihr mal raten, was sind die meisten Bahnmitarbeiter? Hetero. Was hättest du begonnen? Nächste Haltestelle, Mathildenkirche. Aua! Arsch! Fängt der Arsch an. Du kriegst halt das Maul. Guck mal da aus und nicht gleich. Ach ne, der hat wieder stehen gemisst. Oh, der hat schon wieder hängen geblieben. Was, du bist hängen geblieben? Aua! Ich hasse doch gar nicht, du Arsch! Hab doch gar nichts gemacht! Das war doch Paddy! Und? Hey, du Wichser! Ja! Ja, ich wichse auch! Das sind meine Flyer! Das sind meine! Der hat mich auf den Zug genommen! Die hab ich geklaut! Er macht die kaputt! Ist die rot oder was? Ihr seid auch... Ja, halte Stemmbremse erstmal! Meine Güte! Ja, geh du doch mal an die Busfahrschule! Ich weiß doch, wie ich Bus fahren muss! Bin ja schon fünf Jahre dabei! Deines Leben! Ja, ich dir auch! Nicht! Deines Leben! Philipp ist 24! Ja, bin ich! Kein Halt! Bald 25 herauf, ey! Ey, Alter! Ah, das ist nicht! Ach, hier ist Haltestelle! Und bleibs, alter Sack! Philipp sitzt Sack vorm Rechner! Ja! Genau so wie du! Ich bin angezogen! Nur oben T-Shirt an, unten lässt er alles baumlen! Einfach auf! Ja! Ey, ey! Lass mal das jetzt! Danke! Ja, das spinnt! Das ist, äh... Das Twitch heute! Oh, Sascha! Jaaaa! Er tut rein! Ich hab grad die ganzen Flyer von National Express am Zerstören! Warum hast du denn die dann überhaupt mitgemacht? Nächste Haltestelle, Erich Kästner-Straße! Philipp hat die! Was? Bille! Du bist National Express am Zerstören! Mhm! Ja, die hatte ich doch damals! Ja, die erste wäre doch mit dir verliebt! Hallo! Schön! Wahnsinn! Hallo! Philipp, der steht ab Fassautomaten von Revo macht! Tidididididid! Na, du lässt es jetzt! Einmal machst du's, ich raste hier aus! Ohne Scheiß! Nene, keine Sorge, ich mach das nicht! Boah, halt's Maul jetzt! Diese Arsch, du Löcher, was? Ja, äh. Boah, wir haben Summer of 69. Guck mal, jetzt noch ein National Express, Hassan! National Express Schrot! Dislike! Discommentar I like! Guck mal! Aha, 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 aha! Das war das beschützendste Jahr, was ich immer hatte. Ach, heulen jetzt rum. Nächste kann doch besser werden. Ja, die Gäste wird noch schlimmer, ey. Ja. Schissherzwind. Dann brauchst du mir jetzt schon vorher. Dann ist es halt so, mein Gott, gib'n Scheiß drauf. Ich meine, gib'n Schiss drauf, alles klar. Pfft! Kann man aber ohne ankündigen. Achtung, ich komme! Bei mir kündigt sich sowas nie an. Ach so, durch die Hose durch? Ja, ja, ja. Das Geile ist, das Zeug findet dann den Weg zum Klo selber. Hahaha! 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 Nächste Haltestelle, Zollhof. Was für Drogen? Scheiße! Boah, er weiß ja, er hat Drogen gemacht. Oben ist ein Nick, das in der Eingangshalle. Schön! Kann man auch in die Ausgangshalle gehen. Hahaha! Die Ausgangshalle! Leute, wie ist er denn grad in... Dings? Der ist dann einfach in Dings hier gegangen. Ähm, Raum 1. Nein, das reicht. Das reicht. Achso. Achso. Ich hab eben... Achso. Oh nein, kurze strecke... Hahaha! Guck, 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 guck. Ah, der wäre schon viertel vor acht, bald ist das neue Jahr. Ja! Gleich wird er da. Jo. Guck, guck. Guck, guck. Guck. Guck, guck. Guck, ich könnte jetzt richtig schön einschlafen. Guck, guck, guck. Guck, guck. Guck keinen Fahrschein bitte. Oben ist das Faultier hineingezahlt. Guck, guck. Guck, guck. 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 Wir werden kaum ein Auto schweigen. Jetzt müssen sie fahren. Ja, ich werde mir natürlich keine Mühe verfahren. Nächste Haltestelle, Lincoln Platz. Mann, wo haben Sie denn Ihren Führerschein gemacht, junger Mann? Mann, Mann, Mann. Ja, da wurde der nicht gemacht. Wir wollten lieber fahren. Philipp war noch bei mir. Dascha. Danke. Bitte. Ich hab aber mehr mitfahren. Ich hab wenigstens fünf Jahre vor. Halt die Schnauze, Allgäuer. Philipp hat Autos volle Kanne weg. Pech kam, wenn der vor mir einfach die Seite wechselt. Philipp, du würdest doch ganz gerne bei mir um 612 bestimmt bald mitfahren, ne? Ja, klar. Irgendwie über 628. Ja, nehm ich mir dann. Tauschen wir einfach rum. Genau. Wir nehmen dann den Doppelmotorisierten, der 160 darf. 612, wenn du mit Neigetechnik. Jaja, die fahren ja bei mir mit Neigetechnik. Paar noch. Ja, Paar noch. Was heißt Paar noch? Nach Münlicht, nach Lindau, Oberstdorf fahren sie noch. Nur auf dem Abschnitt im Stadt Oberstdorf dürfen sie nicht fahren, weil da, ähm, äh, halt nicht gesicherte BÜs sind und es dort auch keinen Sinn macht, äh, schneller zu fahren. Achso, okay. Boah, es gibt ja echt richtig alkoholisierte Leute am Frankfurter Hauptbahnhof, ey. Das war schon normal. Ja, heute kommt so einer, spricht mein Vater an, ja, ich hab Krebs und komm aus Hanau und kannst mir Blut spenden. Ne, 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 ne Spritze und wollte mein Vater Blut abzacken. Hm. Hm. Hat dich mal aus dem Maul geben. Zack. Hat dich mal aus dem Maul geben. Völlig falsch. Nee, hab mir auch irgendwie Sicherheit, weil die Laufher in Frank und Mancher durch den Zug und gucken, ob da alle rausfallen oder da weitergehen. Ja, der Chat braucht gleich. Entschuldigt sich. Ah ja. Wow. Oh, heute wird meine Fahreraktie aber gut befüllt, ne? Ich fahr mit meiner. Ach, du fährst mit deiner? Ja, ja. Oh. 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 Ich fahr mit meiner, Sascha. Eine Kurzstrecke, bitte. Eine Kurzstrecke. Aus Berlin, hallo. Ja. Wer hat den Geburtstag? Eine Fahrkarte, bitte. Ich. Dankeschön. Das ist wahrscheinlich seit der Geburtstag. Happy Birthday. Nicht. Ich. Ich. Dankeschön. Nach der IC-Steuerwagen ist das bestgelungenste Ding von, äh, Virtual Railroads. Nächste Haltestelle Rosensteinstraße. Gielten die Züge auch in Altena, Philipp? Nein, Altena nicht. Okay, dann da durch. Schade. Guten Tag. Sascha. Hallo. Lf7 muss man ja nicht besticken, aber Lf6, ne? Das ist jetzt eine rhetorische Frage. Ja, ich kenn mich mit den Lf-Dingern da nicht aus, deshalb... Ja, was schätzt du wohl? Lf7? Das muss man nicht bestätigen. Ja. Weil er auch da die Geschwindigkeit haben muss. Was ist das? Lf6? Ah. Ankündigungsteil. Naja, nennt man ein bisschen anders, aber ja. Meint er jetzt bei Langsamfahrt stellen? Okay, aber... Aber hier... Meint er jetzt bei Langsamfahrt stellen? Meint er jetzt bei Langsamfahrt stellen? Nein, generell bei, äh... Ist doch dieses Anfang, oder nicht? Nein, nein, nein. Ne, ich mein das, was zum Beispiel die 80 ankündigen könnte. Weil ich musste zum Beispiel jetzt grad die 80 nicht bestätigen. Du musst generell bestätigen. Ja. Eigentlich... Auch wenn kein Magnet ist. Nächste Haltestelle, Oberscheiderplatz. Achso, also es hängt immer von der Strecke, aber auch dein Magnet. Oder nicht. Ja, sonst aber auch drücken, wenn kein Magnet ist. Ja, ich hab' noch grad gedrückt, aber es kam ja nichts. Naja, dann... Passt schon. Ich drücke ja selbst bei Vorsignalen wiederhol an. Ja, ja, mach' ich auch. Aber bei der Realität solltest du's ja machen, weil der ja auch manchmal ein Magnet liegt. Da liegt meistens der 500 da. Woran fährst du denn? Fährst du nach Magnet? Oder fährst du nach Signalen? Äh... Nach Signalen. Ja. Ja, also. Was? Ey, Philipp. Ja. Ich wär' ja grad'n Bild. Irgendein EDK in Deutschland hatte von 8 bis 21 und 33 geöffnet. Ja, bis 21 und 33, genau. Beste Uhrzeit, Alter. Am besten noch 21 und 33 und 15 Sekunden. Ach, schön, bis Volo in Meckes arbeiten. Genau, dann machen sie Silvesterraketen bei Meckes. Da fing da Silvesterraketen rum. Einmal kurz sprechen. Ach, ich dachte, hier 100 fahren. Dankeschön. Einen Fahrschein, bitte. Einen Fahrschein, bitte! Ey, ich sag dir, du sollst echt mal hier Fahrgaststunden sprechen. Kommen Sie. Warte. Hallo. Hallo. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Eine normale Fahrscheinfeste. Ey, EDUK-Zettel. Vielen Dank für den Einkauf. Es bedienten Sie Geflügel. Ich geh eh nicht zu EDUK, ich geh mal zu REWE. Warte mal, zu REWE da Haus? Weil Philipp da arbeitet. In Frankfurt beim Recher, da heißt eine Frau Flasche. Ja, ist auch eine Flasche. Ja, ich bin grad im Trainsim, deshalb kann ich grad nicht. Ich mach beim Nixen halt. Dagenweiler. Ja. Ja. Deine Fahrgäste, wir haben es geschafft, die Verspätung von zwei Stunden aufzuholen. Und. 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 Und deine scheiß zwei Minuten, ey, das ist für mich ja gar nicht verspätbar. Genau, zwei Stunden. Zwei Stunden, dann ja. Alles klar. Ja, ja. Es gibt doch, es gibt irgendwie manchmal Intercities, die halten zwei Stunden, die fahren dann einfach nicht durch, sondern halten nur eine Minute. und dann haben sie zwei Stunden, äh, Verspätung weg. Cack. Irgendwie ist dein ganzer Satz gerade für'n Arsch. Ja, ich weiß. Oder halt. Pfandpopf. Weiß drauf. Ist der letzte Tag im Jahr, da kann man scheiße nehmen. Juckt doch eh keinen. Sag mal, gibt es eigentlich irgendwie, äh, wo kann man sich den Mott runterladen, um den, äh, ähm, Steuerfragen von München-Wilberg-Express-Fahrer zu machen. Sonst geht hier nicht. Ja. Ja, keine Ahnung, gibt es nochmal bei Google ein. Google ist ja bester Freund. Also das wär echt geil, wenn man da mit dem Intercities, ähm, eben fahren kann. Ja. Ja. Fünf vor acht. Nein. Drei Minuten Pause. So, jetzt noch einer bei Rewe Stücke. Ja. Was? Rewe. Jawoll, die Rewe Gruppe. Ja, den wirst du auch geil. Fettsack. Ja. Man red nicht mit voll gut. Ja. Sascha. Jeder ist so wie er ist. Ich steck mal woanders hin. Ja. Fettsack. Man red nicht mit voll gut. Ja. Boah, Jan, wir nehmen dich mal ein bisschen erwachsen. Diese Kinder-Scheiße, ey. Kann ich nicht abhaben. Dann hast du von der Kamera nur noch so ne grüne Wolke. Smog-World. Guck, zwei Minuten Essenspause. Was besser geht so weiter. Smog-World. Muss halten, ne? Ist mir schon klar. Bus-Ampel. Boah, ist das schon wieder an, ne? Philipp, hielten die Züge in Verdol? Nein, Verdol, doch in Verdol auch, ja. Fahrgäste, der nächste Halt, Verdol. Ja. Der Ausstieg in Fahrtrichtung links. Und Mitte. Der Ausstieg befindet sich in den Fenstern, weil wir es nicht gewacken kriegen, die Türen zu öffnen. Sollte man jetzt in Klappe machen. Ist ja nervig. Aber es liegt ja nicht am Lok. Das liegt ja manchmal an der Pest. Besser bei Rewe als bei Lidl. Lidl lohnt sich. Nur für Kunden, nicht für Mitarbeiter. Lidl ist doch scheiß drin, wie die anderen Discounter. Da Rewe ist besser. Da Rewe ist auch kein Discounter. Netto Markendiscount. Ja, ich hab ja auch nicht gesagt, dass Rewe ein Discounter ist. Ich hab generell gesagt, Philipp, das ist der Scheiße. Ja, wer ist das im Hintergrund? Du nervst. Schreibt einer. Nein, ich... Nein, ich... ...hier, ich... ...wenn ich hinwerden will rein. Wofür ist jetzt nicht? Oh, ja ernst, du scheiß Karre? Was ist denn da los, verdammte Scheiße? Die Tür endlich zu. Ja. Wenn diesen Typen da derjenige, der bei Philipp im Hintergrund nervt, dann soll er den Zoom einfach ausmachen. Das sage ich mir auch immer. Wem es nicht mehr so gut ist, dass er sich gefahren hat. Machen Sie den Zoom aus. Es gibt ja auch mal eine solche Einrichtung, wo man draufdrücken kann, wenn es einem nicht passt. Dann soll die Person es einfach besser machen. Alter, verarschen. Was? Hallo, Paddy1. Ich habe gerade einen Absturz. Was macht? Was? Mein Team ist abgestürzt. Ja, super. Toll. Du musst den Bericht an Künstliche Entwickler senden. Bericht. Läuft, Alter. Ich habe keinen Bock auf Silvester. Ich habe keinen Bock auf gar nicht. Ich habe keinen Bock auf. Du hast keinen Bock auf. Zeug zurück. Ich drehe die Zeit bestimmt nicht mehr zurück. Ich auch nicht. So. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Dann dreh sie vor. Boah. Das ist auch scheiße. Obwohl, wäre besser. Dann halt sie an. Das ist auch scheiße. Dann geht es ja nicht weiter. Eben. Also was lernen wir daraus? Alles ist scheiße. Auch du. Nächste Haltestelle. Lohannes. Du bist besonders. Dankeschön. Weiß. Ich war doch genug auf Gegenseitigkeit. Armer Sascha. Das tut mir echt leid. Ich tue mir schon selber leid. Soweit ist es schon gekommen. Ich tue mir schon selber leid. Gibt's Schlammeres. Was? Es gibt so Dinge, die wünsche ich mir nie passieren. Ich weiß, wovon du sprich. Nein, nicht das. Nicht das, was unten im Süden war? Nein, nicht das, was unten im Süden war. Okay. Dann weiß ich es doch nicht. Das, was unten im Süden war, damit kann ich leben. Ich kann auch mit anderen Sachen nicht so leben. Ah, Philipp, ey. Wie kannst du Sascha nur so verarschen, ey? Ja, richtig. Eieiei. Sascha, hör auf, Philipp zu beeinflussen. Ist so. Philipp, du wirkst schon angetrunken. Nee. Klar, ich bin angetrunken. Ja, Philipp, der kann nichts wegstecken, obwohl der Po löst. Ich kann was wegstecken, das sag ich dir. Hey, die Osten gehört ordentlich was wegstecken. Guck mal, ich hab meine Flasche schon leer und Philipp hat die immer noch dahinter. Ja, ich fahr gerade auch. Ja, und? Man kann auch direkt Mund fahren. Ja. Ja. Also ich wäre dafür, dass ihr gleich einen Schnapp macht. Bei jeder Zwangsbremsung müsst ihr einen kurzen kippen. Ja, deswegen hab ich die auch gekauft. Ja, aber ich hab Philipp ganz verloren. Oder du. Der nächste halt, Plettenberg. Der Ausstieg und Patrick schon rechts. Dann fahrt ihr aber... Dann fahrt ihr aber bitte, ähm, auf Moseltal, ne? Mit den Geschwindigkeitsflussabschlitten. Sind da welche? Hallo. Da sind Geschwindigkeitsflussabschlitte. Können wir ja gleich mal gucken. Geil. Ich hab da schon die ein oder andere 20 bekommen. Oh. Kriegt man die nur, wenn man die PZB anhat? Was? Ich glaub, die krieg's auch so. Ne, die PZB aus hast, dann darfst du nur 50 fahren. Eben, früher 100. Was? Früher 100. Wir sind aber nicht wie früher. Ja, ich hab ja gesagt, früher war 100. Schweihubplatz. Klugscheiß woanders. Ja. Klugscheiß auf dem PC. Fahr du bei deiner Westfalenbahn als Kundenbetreuer? Ja, und? Fahr ein Fahr. Ja, fahren. Und vor allem fahr bei deiner Westfalenbahn als Kundenbetreuer. Hä? Ja, fährt der mit, also fährt da und ja. Ja, mitfahren. Ja, kann das sein, dass du auf der falschen Straße fährst? Ne, ne. Wow! Ja, das ist Omzi wieder. Yo, Alter! Disco-Bus! Yo, Alter! Wuuu! Party! Ja, das ist wieder typisch Skanger. Oh, und die Straßenlaterne auch gleich umgenietet. Das ist Skanger, typisch. Boah, Alter. Ausstieg in Fahrt. Yeah! Ich hasse. Das passiert mir bei dem anderen Skanger gar nicht. Ja, da kommt der Flip nachher um, wenn er die Gassheit einkippen muss, ne? Ach, scheiß drauf. Die sind doch zu zweit da. Sascha kann auch weiter streamen. Hahaha. Da liegt da so ne Leichtschar am Boden, ne? Ja, klar. Ja, klar. Und Sascha schreit einfach aber scheiß drauf. Sascha etwa? Philipp stoppt nur einmal im Jahr. Ole, ole. Ole, ole. Schalala. Und die Tür zu vergewaltigen, das hilft nicht. Ja, ich weiß. Aber scheiß drauf. Philipp fährt nur einmal im Jahr. Sie fahren aber schlecht. Ja, guck mal. Nein. Erste Stunde, der fahrer Stunde, ich soll nichts sagen. Na, jetzt wieder los hier. Ich hab gar Bock mehr auf dem Bus. Das war halt ne scheiß Karne. Was machst du jetzt? Ich hab gar Bock mehr auf dem Bus. Ja, einfach so mittendrin Bus wechseln, wa? Genau. Genau. Einfach mal Bus wechseln. Genau. Einfach Philipp zum Betriebshof fahren und einfach Bus wechseln. Mach ich stimmt nichts auch. Mach ich stimmt nichts auch, wenn du 101 im Arsch bist. Mach jetzt ne andere Karte. Geht einfach auf löschen und drück mal ne neue drauf. Ja, genau. Ja, genau. Wir fahren jetzt ne andere Karte. Fahr doch mal Projekt Stilz hin, Philipp. Ne, hab ich nicht drauf. Wir fahren jetzt glatt weg. 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 Wir fahren 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 mit meinem Solaris. Ja, mach. Ja, fahr ich ja auch. Was meinst du denn? Gott sei Dank. Ja, um sich's wieder abgestürzt. Ja, Leute. Wärst du mal lieber weitergefahren? Die Busse? Den? Ist so, das ist der Pornobus. eingeleitet fertig abfahrt doch geil aus ja auf jeden fall wollte ich zu deiner kursen bahn ja sehr wahrscheinlich ja wenn es da nicht klappt dann mach ich abend busfahrer ausbildung stelle mich nicht vor solchen fragen service mit arbeit die idee findet einfach müllmann die verdienen doch gut als müllfahrer verdient aber ordentlich müllfahrer ja das heißt fachkraft für entsorgung ja ich war müllmann wirtschaften ja zu kursen bahn würde ich gehe ich nur bei der 628 fährt weil ich sowieso so den kriegst du nicht mehr krieg ich den kriegst du gar nicht mehr einstieg machen dann kriegt machen aber keine 700 ausbildung aber das stand doch irgendwas für qualifikationen schule wir haben in der schule gelernt und da stand da und qualifikation es sind jetzt materielle wertstoffe musst du dazu sagen ja super müll ist der müll hat auch gefühle also hast du gefühle das war gerade so eine vorlage wirklich nein Der Sascha rastet dann aus dem Dönerladen. Der Sascha rastet dann aus dem Dönerladen. Kriegt dich wieder ein, Alter. In dem Dönerladen konntest du übrigens auch mit Lira bezahlen, ne? Ich weiß. Ist doch jetzt gut, Mensch, Alter. Alter, fülle noch ein bisschen ab, Philipp, und dann hast du eine Dauertüte. Dauerloch, ey. Dauerloch, ey. Ich stell mir vor. Was hast du jetzt Dauerloch gesagt? Ich stell mir gar vor. Weißt du, Philipp kommt so an die Mülltonne, das Omseher da drin. Mach Philipp den Deckel auf, guck so. Mach Philipp den Deckel auf. Mach Philipp den Deckel auf, ne, den Müll nehm ich nicht mit. Und Omseher nur so, ich hab auch Gefühle. Ey, da schreibt einer, du lachst wie ein Mädchen. Ja und? Hast du ein Problem? Er ist auch ein Mädchen. Ist so, er ist ja auch ein Mädchen. Ey, startest du oben, sie mal bitte, danke. Eine B-I-Itsch. Eine B-I-Itsch. Gott, Alter. Richtig fette Bitch, die dabei war denn jetzt. Das. Okay, Sascha jetzt so. Oh man, ey. Gott, ey. Ich hab doch auch Gefühle im Winter. Raus. Er ist so ein Volat am Frankfurter Hauptbahnhof an uns vorbei, oder was? Okay, scheiße, warum hab ich's jetzt gesagt? Jetzt hab ich ihm grad ne Vorlage gegeben. Weißt du, was geil ist? Weißt du, was geil ist? Wir waren am Frankfurter Hauptbahnhof über dem Ausbilder. Wir saßen da so, haben einen Kaffee getroffen. Dann kommt so ein Obdachloser an und schreit die ganze Zeit, Mama! Pass mal auf, genial. Mama! Ja. Irgendwann kam einer von der DB Sicherheit und sagte, hilf deine Mama. Da hieß die Mama, hallo? Hallo? So, jetzt haben wir uns wieder eingekriegt. Jetzt haben wir uns wieder eingekriegt, wir haben alle. Und dann guck mal, mach mal. Nee, du machst da nicht, aber auch Gefühle. Lass mich doch nicht im Stich. Selbst die Mülltonne will mich nicht. Ist ne Orange oder ne Grüne? Ist das Restmüll, Biotonne oder Abfall? Ja, Verpackung, ey. Verpackungsmüll. Bio ist für mich Abfall. Ja. Weißt du, schön im Sommer, wenn's schön stinkt. Schenken wir aus, T-Rubius. Schenken wir aus, T-Rubius. Schenken wir aus, T-Rubius. Ja, Sascha ist immer verrückt. Ich bin immer so verrückt. Ich bin immer so verrückt. Aber anders würde ich das Leben nicht überstehen. Nee, das doof ist, anders würde ich das Leben gar nicht überstehen. Hätte ich mich schon selber aufgemacht. Nee, das Leben ist viel zu schön. Ohne Sascha hätten wir alle schon Selbstmord begangen. Nee, umgekehrt. Ich hätt schon Selbstmord begangen. Ich bin mal eben essen, ne? Ja, guten Appetit. Ja, werd noch fetter. Danke. Danke, ich bin so oder so schon fett genug. Mein Porto soll ich ja abnehmen. Das nehme ich mir schon seit 10 Jahren vor. Es bleibt aber immer noch nicht. Hör mal, du brauchst jetzt hier nicht anfangen. Es ist keine Single-Börse-Tür-Arschfick-Fan. Jetzt leistet ihr so ein Belize-Partner. Schönen sie Mädchen dabei. Elize-Partner. Genau. Akademiker. Jedes Mal verliebt sie als Single über Arschfick. Arschfick. Oh Gott. Kennst das doch. Ich mag es, wenn Philipp meine Witze klappt. Philipp, entweder du meinst, dass er Sascha ist, er mag Arschfick oder die Seite Arschfick. Guck mal einen an, was Philipp fährt. Solaris. Ja, genau. Den Marker, ja. Den Solaris Euro 6. Ach, auf einmal. Eine Euro 6 von Penny ist doch geil. Na, ich hab auch Türpiepen drin. Äch. Ja, den will ich nicht haben. Äch. Äch. Die geht auch sofort zu. Während sie piept. Ach so, diese Körn-Dings da raus. Hey, ja. Ach so. Ich muss nur die Kinderwagen-Sicherung rein machen. Ach so. Weil sonst piept ja. Genau. wieder freunde die beste aussage war noch als sascha als wir dann sascha als wir im dsero saßen und du hier du locken kopf war du bist um sie an oder was rein feinen rein los du kriegst du kriegst du kriegst du kriegst du kriegst du kriegst du rein ja 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 los hol den ein es ist deutlich vom polo abziehen hallo doch schon kickdown ja verkehrs ja los feinen rein ja klar los ein feiner philipp hol dir das schwänzchen motivierter geht's nicht oder hoffnungsloser fail 16 feld ist dumm und sascha ist verrückt dann bist du der nörd der name ist ja schon geil hoffnungsloser fähig befindet sich heute außer flamm ist muss ich sagen privat und wird nicht weiter gegeben wie ich heute sehr nett wieder nach eigentlich wäre jetzt wenn du bei dir zu hause dass kein wieder schnauze richtig dann wirst du lange gekippt und gebannt dann aber vielleicht fahre ich auch heute noch laut und fette letzte lesen 22 24 ja klar heute ist noch nicht nur 29 heute herzlichen glückwunsch der kollege der tommi kommt im alten jahren wenn ich gewesen wäre tommi schimmer kann hat doch die fresse gleich hat auch zu hallo tommi mann jetzt ob ihr die mayonaise das steht ach da steht hoffnungsloser fall ich meine auch diesen nrw 18 da steht hoffnungsloser fall ist thomas tommi ich sehe das mit dem tablet nicht so ich kenne hier nicht sollte man eigentlich kennen aber ist eigentlich voll cool hat er auch sagt doch findet ja sag doch ich hab dich gerade außer sehen unterbrochen ja nrw bei 18 also es stinkt im bus na und dafür gibt es die fenster nicht so gar eingeleitet so las ist es da keine ahnung was das ist euro 6 mit da freut du bist der busfahrer sind wir heute gefahren ja schön dass wir mit gefahren sind ja du könntest wahrscheinlich sogar noch den auspuff mit seiner zunge rein ja sehr wahrscheinlich guten tag hallo grüßte grüßte das philipp hat doch das fährt nicht mehr sascha will über 30 mal aber ich werde mit sca geschrieben du auch mal Lecker, mit Sand. Mit Sand. Rotbäckchen. Ja, Rotbäckchen. Hallo? Der Sekt heißt nicht mehr Rotkäppchen, weil die heißt ja Rotbäckchen. Ja. Gibt's ja sogar auch. Rotbäckchen, frisch von Philips. Rotarsch. Arsch. Guck mal, sogar der Bus brummt schon. Ja, weil ich durchdrehte. Brumm, 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 brumm. Los, Philips, benutzt mich. Benutzt mich. Tret mein Gas. Ja. Oh nein. Nur 500. Was passt zu mir? Nix. Ach, der Name passt zu dir. Was soll das denn heißen? Grüß dich. Ich hätt gern eine Tageskarte. Merkst du, dass irgendwie die Stimme passt nicht zu dir? Grüß dich in deine Tageskarte. Alles klar. Hey, mach noch mal hier Dingsrums nach, äh, 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 Reiner Kallmund, oder? Wir sollen mal zum Moviepack bauen und die, äh, saurauslängen lassen. Wie lohnt sich nicht? Wir sollen zum Moviepack fahren in Ormsi und dann die Sau rauslassen. Oh, guck mal, gleich ist Pause. Pause gleich, geht's weiter. Was? Pause gleich, geht's weiter. Pause gleich, geht's weiter. Grießstraße. Ja, dann fahr doch Auto, du blöde Truller. Hallo. 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 Hallo again. Ja, Marc wolltest du wieder aussperren, ne? Moin. Hallo. Wir dürfen leider nicht rein. Herzlichen Dank. Ja, bitteschön. Wir begrüßen alle Zuges, den Fahrgast im Mittagsliegdorf. Er fährt nach Frankfurt. Wer hat Sascha nicht reinschauen kann? Dieser Fasti ist nichts für meine alten Beine. Ja, dann fahr doch nicht Bus. Fahr doch mit deinem Rollator. Näh. Näh-näh. Aber ganz im Kopf, diese Rollatoren? Richtig geil, diese kleinen Autos. Ja, ja, ja. Mit so'n kleinen Blinker. Kann's richtig heizen, ey. Kann's richtig heizen durch die Innenstadt, ey. Guck mal, der Stüm hängt wieder. Ja, ja klar. Ich hab bisschen mal kurz dazwischen da. Ja, ja. Soll ich mal? Hinten raus, es ist Sommer. Ding dong, ding dong, schalalala. Hinten raus, es ist Sommer. Ding dong, nee, schalalala. Wir wollen feiern. Eins, zwei, drei, vier, feiern. Wir wollen trinken. Eins, zwei, drei, vier, trinken. Wir wollen fummeln. Fummeln, fummeln, fummeln. Fummeln, fummeln, fummeln. Fummeln, fummeln, fummeln. Nee, das nicht. Was machst du denn da? Disco-Fenster. Ja. Alles klar. Ja, sonst komm ich nicht rum, der Arschloch. Hast du daneben getreten? Nee, ich hab einfach knallert getreten. Das ist Sommer. Ups. Philipp, gibt es ein Motorrad-Mod für Omsi? Ja, im Wien. Das ist aber kein Mod. Das ist KI. Der neue Busbau Omsi. CBF 600. Ja, Kawasaki. Ninja. Ninja, wa? Ja, Ninja. Ein Fahrgastverplatz. Manfred. Ninja Tim. Ninja Manfred. Oh, Philipp, let's play. Mach mal Rotlicht-Simulator. Ja, das wär doch mal was, ey. Wollte Mikeno nicht sogar machen. Na, das richtige Hemd hat er schon an. Der ist ja schwul. Lila heute mal. Gib's doch endlich zu. Bin ich schwul. Da bist du schwul. Nein, ich bin heterosexuell. Da bist du betrüger. Okay, allgemeine Einfrage. Wer findet das für den Schwul ist? Ich. Ja, du. Vor allem du. Was? Pass auf, der halbe Chat findet dich schwul. Mhm. Wer? Ich bin normal. Nur weil ich keine Alte hab. Du stehst doch auf Schrumpel-Eier. Lecker. Konrad-Arte Schrumpel-Eier. Das ist ja... Mit Erdnüssen drin. Ja, lecker. Bisschen pikant oder was von Öltier. Kannste raus... Kannste rausschlürfen. Ja. Frühstücksei dann. Na, Frühstücksfernsehen. Nee, ich bin normal. Weil ich keine Alte hab. Was heißt, schwul ist auch normal, Philipp? Ach, halt doch die Fresse, Mensch. Echt, hast du jetzt was gegen Schwule? Nein. Ich hab nur gesagt, dass ich einfach heterosexuell. Das heißt, normal. Wir eigentlich quillen 20. Ich bin schon ein alter Sack. Ich bin 15. Ich bin normal. Zunächst ging ich schwule, ey. Hallo, ich... Pfff. So leben wie er Bock hat. Ist mir doch egal. Oh, guck mal, wie die alle schreiben hier. Der Philipp ist nicht schwul. Nein, nein, nein. Oh, alle schreiben. Arschkriecher. Würde sogar noch Philipp den hinteren lecken, wa? Lange Krasse. Oh, Philipp, ich hätt gern den Solaris. Danke. Schon wieder nur ein Fall gebaut. Philipp, du bist nicht schwul. Kann hab ich jetzt bitte den Solaris? Oh, Jan, ey. Kannst du mal einfach mal die Klappe halten? Ja. Gut. Was passt auf mich, Gary? Ob ich schwul bin oder nicht? Cool, Omsi ist wieder abgestürzt. Danke. Ja. Ja. Drecks. Drecksgame, ey. Ja, das war ja in Gladbeck gewesen, kurz vor Gelsenkirchen. Drückst du immer auf Neues Spiel starten? Nein. Ja, doch, ne neue Karte, ja. Nee, ich würd dann Omsi komplett neu starten, weil manchmal gibt's da Fehler. Ah, ok? Ok. Ja, gut, hab ich mir fast gedacht. Boah, alter ey. Gott ey. Jojojo. Das ist bescheuert ey. Ja, bescheuert ist mein zweiter Name. Ja. Guck mal, hier sind wieder die, die keinen Spaß verstehen können hier. ich habe einen stock im arsch und verstehe keinen spaß wie ich bin schwul gesagt dass aus dem war das jahr schon scheiße wenn man eine halbe stunde spaß haben hier ist doch er ab sofort spaßabot sascha nachher stimmen lachen den keller zum eimer holen und jetzt die letzten fünf minuten noch der weiß nicht so eine pause machen und dann das szenario war das ist dein leistung ich bin ja nur ein gast der gehältet würde ich das hier soll ich dann auch nur acht jahre ich kann auch gerne ich kann mal baureihe 103 ich kann auch gerne auch die sandförmchen rausholen ja ich würde sagen hier vor sollen wir jetzt pause machen machen wir das szenario im fertig ja wir machen jetzt leute eben kurz pause wir lassen die leistung aber so weit laufen die leute jetzt zu gucken wie ich ein szenario umbauen nein 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 nicht gut wir machen da stürzt train simulaten ich glaube eine viertelstunde soll reichen ja eine viertelstunde sache wir machen den webcam und so aus ja können wir auch anlassen oder egal ja da mache ich eine monitoraufnahme aus da mache ich gameaufnahme so habe ich das szenario unterladen 46 meinst du ja reils im mahlzeit das ist echt geil bei den dings hier bei den signalen die man bei hans siegen hat da gibt es einfach mal eine störung am signal jetzt habe ich zum beispiel ist aber auch hier auf museltal ja weiter 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 da das das wäre das wäre das wäre man komplett umbauen ich habe die aufgabe ich mir sogar selber umgebaut wenn 140 oder mit 112 keine ahnung möchte ich nicht sagt warum nicht so schön was wollt ihr dann fahren für ein szenario ja blablabla auf das was der herr kors mal gefahren keine ahnung ob er es gefahren ist mich auch nicht ob er es gefahren ist es gibt ja auch im szenario nach gütern zu hütteln ja ich fahr jetzt nicht mit 140 du kannst es dir ändern also ein doppel traktion ich war jetzt personenzug ich habe kein opa hut auf man kennt alle bastelnützen nicht den park ist bär reichen alten hunde mit einer verspätung und reißen sich so viele junge leute mit dem umrennen und ansagen also ich fand jetzt nicht dass der sascha am montag aussah wie ein alter opa wie ist das szenario ja genau ja ich mache es dir jetzt ja ich kann es mir auch selber haben wir 1426 verlassen und dann bearbeiten ja lecker ich habe danach kann ich mir eine neue zunge kaufen von dem schafen verreicht um eine neue zunge ja das kabel über mich so drüber boah ist das heiß hier so läuft doch ach so dachte nur oder mikro eigentlich so nah hier immer weg stehen das negro will halt den nächsten schritt gehen sache ich merke schon wird schon mehr als knutschen ja ja morgen geht es in die küste mit dem mikro und dann kommen so kleine mikro kinder da mit sascha's kopf raus ich sehe jung und knackig aus wirst du eigentlich beim inter sascha musste im ic steuerwagen als serviceblick machen weil wenn die türen zu sind ja hier in der kurve sieht man eh nur ein wagen wenn doch nicht und muss trotzdem machen meine gar es wird kein um sie drei geben es wird ein lotus geben vielleicht mal irgendwer lotus alter da 2018 wird es rauskommen lotus ich will keine zwangsen sehen ja wollte ich nicht dann sagt gerade ich wäre gut im train simulator aber was das denn hier für fahrstufen oder solch einmal umdrehen das ist falsch das ist überhaupt nicht möglich das ist gar nicht angeschlossen weißt du wenn ich mal was vernünftiges haben wir dann hole ich mir entweder richtigen führerstand wenn ich mal richtig ja genau das war hier fett war und schon 110 führerstand von hannes gehört da eine hat sich doch einen ganzen wittenberge ausgebaut mit führerstand mit verschwunden hast du hier bitten wer da machst du so führerstand spieler ist ja alles klar gardine für die wand oder da guckst du aus dem fenster aus dem ventilator dahing gestellt und dann hast du eine freundin kriegst du was soll mich eine frau und ich sind auch single also wir gehen das sagen dass wir so ich war mal vergeben aber das werde ich jetzt werde ich jetzt nicht das werde ich jetzt nicht näher beschreiben ja ich sage immer wenn ich eine freundin habe dann habe ich eine und ich sage steuerungeheuer hallo weiß ich philipp lp oder ich lasse es auch nicht zukommen ich bin da nicht so sie soll die arbeit erst mal das was ich machen möchte etwa sein ziel im leben erreichen mit den alter suchen philipp möchte alter haben möchte keine freunde möchte alter also alle frauen ab 50 können sich bitte melden bei philipp heißt bei mir freundin also ich möchte gerne deine freundin sehen wenn du mal eine haben solltest die sich mit alter ansprechen also wenn ich dann noch mit dem arsch anguckt dann herzlichen glückwunsch sag ich sag ich sag ja ich glaube er meint die alte meint die alte ja die alte wenn ich meine ich spreche mit alter an oder was ich würd's dir zutrauen der ganze verheirrste übrigens schöne grüße an den bvb022 mit dem schreibe ich gerade per steam ich bin kein tf ich bin auszubildender wie gesagt sascha dritten leihal für außen neu weißt du ja ich habe es hier schön wie gleich ruckelst wie das dann bitte scheiße das ist ja auch train simulator ach das ist das schiebt jetzt auf train was ist das hier eigentlich eine konstellation alter er soll der südweck dargestellt ach alles klar hat er hat gestunken kann dieser stinken so weg weg so mal gucken was nehmen wir denn ja erst mal was aktivieren was soll ich denn damit ist alles kacke hier 3d bei mein hund sitzt gerade hier voll neben mir und hatte ich gerade voll schiss alter weil die gerade draußen böllern aber in wagen fahren ja noch mal ja oben musst du gucken ddr ddr ja sehr fertig läuft das film hat oder haben die gerade pause ja ist der stream läuft die können aber auch zu gucken wie ich eine aufgabe auch welche waren hat denn der ddr das willst du haben wir wollen kack sandwich da gibt es keinen kopf gut dann ohne steuer auf welcher lockt da habe ich schon auf die entwahl ich schon ausgewählt ich gerne diese verfahren und die röder welt wo acht du fester eingestellt als 130 doof kopf wenn du schon hier mit dem 628 gegen fährt wie du bist du unterwegs aber mit 110 fahren war das schneller und erziehe ich soll dir was ausrichten setz dir mal deinen kopf auf da hier sind die patsche kopfhörer nicht oder solch eine grafik ddr wenn ich bitten darf ich sollte hier vor 22 ausrichten ob du vielleicht auf gärten mit dem zitarre gehen mit seinen repains fahren kann ja das kann ich irgendwann vielleicht später machen oder das noch ich weiß es nicht nach dem neujahr sonst mache ich das im letzten play das habe ich aber schon gesagt wie heißt denn die ja 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 ich habe mich gerade mit dem fest dem das ist hier so eine scheiße ist es hier gucken ja da guck ich doch schon da tun wir war ich nicht bist du bescheuert ja klar ich habe doch nur ich habe die noch etwas gleichgestellt noch mal hier nicht will ich soll euch beiden auch viel spaß wünschen und er hat er hat bei dir noch was gut also du hast bei ihm noch was ich arbeite bei der luft tanze als stewardess jetzt geht aber das ist ein guter szenario auf drei länder wenn man gut das szenario auch was hat sich jetzt mal fahren kann wo ist egal gerade ich fahr gerade also wenn du güter fahren möchtest dann steht diese die legen da hütte da auf doppeltraktion da musst du doppeltraktion 140 fahren das ist sehr sehr anspruchsvoll das szenario wie gesagt also was ich arbeite momentan als verkäufer aber ich hoffe dem reber mit dem kundenbetreuer klappt das wäre für du bist der rewe king war nicht mehr micha king sondern rewe king ja doch sie zu 80 von dtg nicht schämlich habe ich nicht wir hatten schönen führer stand ja toll führer stand aber scheitern ganz auch andere fans nehmen ich weiß hinten kommen die dreckige dran was wollt ihr denn fahren zu den 18 mit den wagen ist natürlich der eifelung leiter oder verdrückt mich in meiner taste deswegen so dann kommt ich habe ich ins team ja ich glaube nicht ja ich bin da jan also 46 manche haben ja noch andere mal 146 als avatar ja die können wir doch ja ich nehme ich dann nachher hinzu ja weil ich gerade am fahrrad über dies kann auch noch den r2b zu sehen ja das könnte dennoch drin haben schämt euch was das jetzt hier live im stream in erger vergessen aber starten doch nur schämt euch also ich hab dir noch kontaktabfrage gesendet ja wie gut warst du in der schule ich bin mit einer drei rausgegangen auf dem zocken stand einfach nur drei durchschnitt 256 hat soll das der schüler ja bestimmt wegen der bestimmte in der geschwindigkeit wettig einfach steuerung kugel was wir trinken wir trinken bier und sind per die wenn die da kannst du mir das vielleicht noch wenn du mal nichts zu tun hast mit ich bin gleich ein kreuzteil dann habe ich kurz raus weil ich was anders machen muss haben du brauchst du brauchst das einfach nur schiff abdrücken ach ja stimmt ja einmal im jahr darf nur noch spaß einmal im jahr darf nur noch spaß jetzt ist ja so das schon mal mal wir wollen feiern 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 aber noch hier auch guck mal schön erster klasse ja ich bin dann letztens entlang gefahren ich bin zum ersten mal in frankfurt endwagen gefahren das ist das habt ihr jetzt wieder spielaufnahme an oder was ja 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 ich habe ich nur wieso schneit das bei dir und fahren wir mit dem wetter 12 rausgehen also eine halbe stunde den arsch abfrieren oder drei stunden zehn minuten früher gehen wenn ich sogar fünf minuten die ernsthaft was schiebt da ne ja ist klar 145 Das Gewehrreich im Valztal, heute ausablamäßig auf Gleis 3, der Ausstieg und mein Mensch ist ein paar Trittung rechts. Ja, die hinten arbeiten auch. Da hängt man nichts am Linke. Ja, natürlich. Hast du super an? Hast du super an? Natürlich. Wolltest du nochmal hier oder da? Jetzt hast du. Ich vergesse ja immer, wenn du hier... Der nächste Halb ist dann Siegen Hauptbahnhof. Dort ist auch erstmal eine Pause da, das Zug und dann die Personalentwicklung. Da kommen Ansagen. Also Mozart-Ansagen. Da braucht es ja keiner mehr. Aber Philipps sind immer noch die Besten. Nicht Leim, aber bei Mozart und sowas kommt nie ein Bom, das finde ich scheiße. Ja, siebenmal Zwangsbremsung. Ja, komm, gib'n schon. Geht nicht. Du kannst ja weiterfahren. Geht ja nicht. Du musst auf Null stehen. Geht nicht. Geht nicht. Zwangsbremsung nur, wenn du komplett stehst. Das ist ja so. War das jetzt N-Tau oder Q? Weil... Du bist ja gar nicht sehen, wenn dein blauer erlischt. Doch, okay. Ich schlagier, ich glaub, dass wir sogar N-Tau sind. Wieso ist denn hier wieder 40? Was ist denn da für ein Schrott? Das ist bei dir auch. Das ist bei dir auch. Da haben wir jetzt einen Hinterbahnhof. Nehmen wir nochmal hier. Entschuldigung! RE1 über Kochen, Trier Hauptbahnhof nach Mannheim Hauptbahnhof. Ich muss jetzt nicht verstehen, warum die 40 ist. Philipp, der BVP 022 findet ihr den Stream blitzig. Ja, das ist schon blitzig. So, wo fahren wir hin? Hä? 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 Philipp, sag doch eins. Was denn? Oh, heute geht's ins Gegengleis. Sehr gut, Papa. Oh, wieder mal ins Gegengleis. Ohne Auftrag, aber okay. Ja, okay, fahren wir den Gegengleis. Moment mal, mir fährt doch gleich hier wieder der Zug entgegen. Nein, hier nicht. Klar, da kommt doch gleich ein Güterzug entgegen. Ja, wir werden doch gleich aufs Gegengleis gewechselt. Ich hab das auf. Philipp. Ja. Grüß mal bitte BVB 022. Fendi hatte nämlich genau dasselbe Problem. Glaubt nicht, also weil ich nie gefahren, ohne Probleme. Pass auf, wir fährt da gleich einer rein. Nein, Wann? Ja, Brück von Wannhoff. Ja, Brück von Wannhoff. Oder so müsste das sein. Oder irgendwie so. Auf der Brücke, ne? Das müsste auf der Brücke sein, würde ich gleich gleich das Flüttchen entgegenkommen. Kann ich mal mit nach hier, ne? Soll ich fallen? Ich weiß gar nicht mehr. Gut? Geht ab, Alter. Geht ab! Nein, 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 nein! Was ist das für ein Rotz hier, Alter? Haha, Brückmann! Schön! Nein, 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 nein! Raffi Null! Raffi Null! Raffi Null! Raffi Null! Ich muss ja essen. Irgendwas stimmt hier nicht. Achso! 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 Nee, das Szenario ist verbuggt. Ja, das ist schon klar. Ja, ist verbuggt, dann geht das natürlich nicht. Okay. Moment, ich hab nochmal neu. Nee, nee, mir fährt ja gleich der Güterzug rein. Nee, das ist ja gemacht, das bringt er sonst. Aber die trinke ich trotzdem. Gibt er nicht. Komm, gib mir einen. Ja, ich geb dir einen. Als Strafe für Neustart. Entschuldigung, warum das jetzt verbuggt ist? Keine Ahnung. Los, du's aus. Ih, der hat schlürzt die Schmutzhinde. So. Viele Fehler. Wer denn mal hier? Ein Pflau? Ich bin nochmal auf der Arbeit. Ich guck mal nochmal den Fahrplan an. Was ist das denn? Pflaumen. Lecker. Muss ich das jetzt wegkippen, oder? Ja, einfach. Das musst du auch. Einfach. Einfach runter damit. Na, hör rein. Sehr gut! Boah! 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 Guck dir mal gleich an, dass da alles drüber ist. Boah! Boah! Und weg damit! Boah! 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 Geil, Alter! Boah! Nochmal gucken hier, weil das ist ein bisschen komisch. Boah! 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 ja das habe ich auch einfach mal ein szenarien als war lustig nicht nur spinnten oder was sind die blockierung nicht möglich aber guck mal auf wenn du später fährst also ab nach probenzen und die uhrzeit unterstellen die ballern hier schon hallo normal ich habe die dg2 18 genommen da hat es funktioniert lustigerweise deswegen verstehe ich das hier nicht ändern ich brauche mal hier den scheiß der schoss anfangspunkte den vor neun haben wir ja und die sind schon draußen am knallen ja bin ich froh dass ich auf dem buch wohnen ja bei mir gibt es auch nix nur das einzige was sie bei uns machen die jagen die die kühe in dem silvester nach den schmeißen ist doch voll lustig das verstehe ich habe mich also trennen mit der dtg 2 18 das ist ja auch nur 14 fahrgaben ja ich fand es nur 14 fahrgaben genau probier mal das nochmal ja was hier in der blockierung nicht möglich er guckt doch mal zumal möchte ich gerne mal wissen warum wir hier ins gegenseit wir stehen auf gleisen was hast gesagt aber hier wenn wir schon dabei sind wenn die leckrad geräusche stören sagt bescheid dann der diskutierer mitmachen ich frage einfach fährt er weiter aus ich will nicht so viele leute dabei haben gucken warum er die blockierung gemacht wenn ich los ich habe das zu hause gemacht mit der dtg 218 funktioniert ja die tg wahrscheinlich weil die besser beschleunigt oder sowas da tut mir leid dann gibt es heute keine endwagen klappt das hat eben nicht ich auch eigentlich ausnahmsweise wollte ja mal das wissen wir doch nicht man sollte ich dann zeit dafür haben heute morgen aufstehen fertig machen ab zur arbeit jetzt wahrscheinlich im arsch sein also von daher das macht irgendwann morgen ich habe ja morgen viel zeit also von daher jetzt meine meinung beste immer die aufgabe aber ich habe die entlang gemacht und 112 da ging es natürlich habe ich das hast du das für ein talent er habe er glaube ich dass ich es habe die regio hat er nicht in mann hast du das läuft bestimmt die haben ja dann fahrrad die betale ich fühle mich bei deinen leistungen immer gleich immer von mir stimmt das war ja von dir ja und ich mit erlaubnis von erster sogar hochladen durfte da hast du die gefragt ich hab sie in der simulat in der community für die simulatoren hochgeladen ich weiß hat sie ja runtergeladen ach so ich hab dann auch diese wegen am rutsch train simulat ist abgestürzt ja jetzt auch nicht ja der ist abgestürzt ne oder ja bitte boah dummphilis los dummphilos los dummphilos also wir schaffen es dann noch in diesem jahr train simulator zu fahren glaube ich irgendwann wir kommen hier ab tschüss bist du dir da sicher nein train simulator oben sehen wir um sie links ja ich schaffe das heute noch eventuell auch ich muss zwei mp kommen nee dann wollte ich morgen kommen ich weiß ich nicht dass du die figur guck doch mal navigator soll ich das nicht machen ich bin gerade dabei hast du aus wie der fix ja klar bei mir kommt das nicht ja du hast es genau ich habe ich das ding gibt es im resum forum echt ja kann man das wäre doch perfekte für auf absteuerung da wäre es auch ja du bist da westfalen nein nein mach es mal köln wie köln weißt du was wir machen im wagen und 111 das machen wir ja und wie viel uhr dann was jetzt fahren ja 10 uhr 10 uhr 311 von n wagen 20 23 nach köln und dann 12 29 10 oder 3 ja toll und nicht nur von ihm mit dem bus fahren kann sie auch so machen kann es ja mit zu fuß gehen oder so ist das weit von ihr mein gott lasst ihn doch wieder mit national express fahren heute schon zwei stunden arschkrämpfe also 9 uhr 30 am bahnhof 9 uhr 39 im bahnhof und eine halbe stunde auch nur der bahn wir müssen auch noch 10 15 und laufen weil er doch der umweg ist so die endlagen kann man lassen und tauschen die umgegangen müsste er nicht dann mit dem doch so fahren seine die fahrende in münster nicht die fahne erst ab nächsten jahr ich dachte weil jedoch angeblich jetzt seit dem fall von wechsel auch im land waren soll ich märz umgestellt werden oder februar ja in die fahnen enden dresden jetzt wird sowieso lustig mit unserer m bleiben sollen ja da fahren ich denke mal 111 ist doch genehm oder ja richtig mit 100 ist das sehr freutig sei ich doch auch das ist doch genau wie das sieht doch scheiße ausgegraben von der deutschen vom db museum problem das ist ja auch die außen tektoren das kommt auch nicht von jenberg das wird sogar nicht mit der orient rote die passen doch noch hier orient rot ist da hier sind die alle externen natürlich kann auch nur 110 in der liga und das 111 aber du kannst ja mit stufen rat war mit der und erzählen das war wieder klar dass er nicht die alte technik aus wie beim dorsten haben wir zurück in die 80er jahre ja mit der entwicklung 2018 erst zurück in die 60er jahre da hat er schon wieder mein spruch geklaut das aber 6 28 90er jahre der funk vierer unternehmen erst nach 19 1992 erschöpfen nach was der zeitung ja die scheiße waz die weiß auch nicht was sie schreibt die sagt ja nur gartenstuhl bekloppt da greifen beamten mit gartenstuhl an oder verkäufer mit meinem karabinerhaken angegriffen oder wie in oberhausen bekloppte raten so auf die stadt ja ja der lach mit abstand wirklich in der werfe ich weiß habe ich gelesen ich habe mich tot gelassen ja 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 jetzt beim wdr da schon draußen mit kevin nietzmann weiß ich nicht kann aber die james bond 111 111 so will man kommt euch das beides schirm schon mal das wechsel haben wir haben die hat morgen erst die 068 die hatten scheren gehabt ja wie sogar das modell der wir schon den fahrplan der arsch der arsche drehe ist mal führer stand eins dahin was soll das denn nach der fahrmann zwei verhause 2 18 doch jetzt sieht doch schön aus gucke ich mir erst mal den fahrplan also macht den zu kürzer da liegt das problem hat er gesagt dazu zu sagen ja es sind doch fünf dostos gewesen ja mal ein bisschen länger das kleine stück er dann immer ein wagen raus mal gucken was passiert ich gucke mir das jetzt mal an aber er zeigt keine fehler dann nehmen wir das doch perfekt obwohl hier auch eine städte ist ja dann nehmen wir das doch kommt fahrt ihr sandwich oder was ja ich bin ich kein sandwich mehr gefahren euren stream nicht deshalb muss doch gehen aber die wunderschöne auf an der der zeit wie es geht ich habe jetzt nämlich das sind doch keine vr wagen auch jetzt nicht vorerst wieder so piecig alter ja dann müssen wir die hinterlok aufrüsten mein gott ist ja ich habe doch meine damals auf vr basis aufgebaut weiß ich habe jetzt nicht gedacht ich habe die noch aber wer toll wegen den endwagen ja dann müssen wir die manuell aufrüsten alle mit dann nix jetzt mal zwei gucken ob der richtige pante oben ist zwei sehr gut schon mal gut ja t erstmal die tür noch mal auf die säcke so umschalt sieben umschalt acht hintere log gehen hintere log gehen steuerung plus noch einmal noch einmal rückwärts machen guck mal ob jetzt richtig ist der pante bei der ja falsch drück noch mal eins damit ich das schalten kann ja ich muss das gut stellen jetzt guck mal wunderbar so wie ich das sagen stimmt ja mit den endwagen geht da nicht bei 111 schafft das auch die rolle runter die rolle ist runter das was wir tun so keine fehler Oh, jetzt hört er da. Hoi, 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 hoi. Ach, denn das gab es damals auch nicht. Guck mal, Spitzenlinge da reden. Ernsthaft? Ja. Ich weiß nicht, aber eigentlich müsste das doch passen. 1, 2, 3, 4. Ja. Müsste eigentlich passen. Ja, mal schauen. Da müssen wir mal gucken, ansonsten fahr mal ein bisschen. Wär jetzt ein Gag, ne? Hoi. Ich weiß nicht. Ja, da sind wir mal. Ich weiß nicht, aber es ist ein Problem. Komm gleich wieder. Ach ja, ist das nicht geil. Ich bin mal gespannt, ob er von Dich nebenbei ist. Ich hab doch schon alle beendet. Ich bin 111 mal selber gefahren. 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 Ich war doch vorhin schon hinten in der Lok und hab die Bremse gelöst. Ich bin 111 mal selber gefahren. Hier im Dach. Hier im Dach. Heddy! Ja? Wir haben doch irgendwas zu trinken hier. Was? Ich prob mal zu trinken. Was willst du auch? Wir haben doch zu trinken, ja. Was? Was? Warte! Warte! Wurst mein Hausgabe! Wusch wusch! Wurst meine. Ja? Ja, das ist schon gut. Wurde. Ich bin schon! Sascha wie muss der Panto sein, wenn er noch was dann zu entfernen ist? Der Kasten ist direkt hier. Was sollen wir das jetzt bitte sagen? Fettie! Ja, sorry! Ach so! Der Koppführer hat seinen Platz verpasst. Wollen wir mal rausgucken. Das ist doch nicht schön. Das ist doch wie gut der Panto sein wird bei Doppeltraktion. Wie fährst du denn Doppeltraktion? Fährst du Lok vorne, Lok ganz hinten oder fährst du Lok und Lok? Ja. Und das Lok vorne und hinten wird als Sandwich reklagiert. Sandwich isst man! Weißt du was die früher sogar gesagt haben? Walkenkäfer! Eine Lok vorne und eine hinten. Walkenkäfer! Was bist du für ein Kind? Wuhu! Wuhu! Aber jetzt habe ich auch gewunken! Scheiße! Was? Was? Was ist denn der in der 90er Jahrhundert? Deutsche Bundesbahn! Heute wieder da! Das habe ich ja auch gewunken! Gasunternehmen! Gott! Was? Was? Gasunternehmen? Staatsunternehmen! Der Deutsche Bundesbahnhof! Was? Gasunternehmen? Was? Ich auch! Gasunternehmen! E.ON! Neue Energie! E.ON! Billiger Gas! Der Führer hat auch bei E.ON bestellt! Der hat mal RWE bestellt! Reingast! Aber es ist nach Polen Gas zu liefern ist schon ein bisschen hart oder? Sascha im Swingerclub! Ich habe einer Sascha im Swingerclub! Robe Rainbow you! Alter man merkt dann der Philipp! SIEFA funktioniert! Das war gerade SIEFA Probe nach C! Sehr gut! SIEFA Probe nach C! Jan? Ja! Merkst du das auch? Ja! Das merke ich! Das ist alles grün! Hauptsache sie ist grün! Glaub mir! Dann wird im Laufe das auch noch schlimmer! Guck mal hier! Wie leckst du eigentlich den Zug? Guck mal hier! Leichte Rechtskurve! Denk daran! Das Lenkrad ist bei der 103 ist dafür da, dass du die 103 lenken kannst! Guck mal hier! Ich fahr ja hier schon mit Lenkrad! Guck mal an! So! Jetzt sind wir wieder hoch! Wann zur Neu ist sie verdrücken? Ist! Beide und Kraft sind voll! Ey, würde ich jetzt vernünftigen! Jetzt machen wir hier eine leichte Linkskurve! Ja! Ui! 111! So! Ähm, Penny! Ich bin dazu gefahren! Wenn mein Ding ist Bremsart G gehen, ne? Anstatt R! Äh, U! Ja, Bremsart! Nicht PZB! Achso! Ähm! Ja, ich geh einfach irgendwie! Sascha macht Privattänze! Sascha macht Privattänze! Äh, Torbus! Mach immer Privattänze! Hansing Klein! Du bist nicht allein! Sascha macht gleich's Bündnis für... Äh, wieso gehen jetzt beide Pantos hoch? Däääää! Myaah nutrient Tschüss, wir haben hier. Was denn? Meprint's lustig. Die sind doch viel zu pünktlich, ey! Nein, nicht gut. Ja, ich geh mal bisschen weg, auf die Bremse. Ich mach mal auf der Moses-Vergänse. Ey, heute meinst du, der Olympus-Hindler war heute drei Minuten zu früh. Obwohl der in Stuttgart mit vier Minuten Verspätung losgefahren ist. Er hat dann sieben Minuten aufgeholt. Alter, ich will beten, dass wenn ich nach Berlin vermittelf, dass die Scheiß-Bittelrein war pünktlich. Ich kann sagen, es soll immer pünktlich. Weil die dort auch zehn Stunden Aufenthalte haben. Thank you for traveling with Mittelrhein-Bahn. Thank you for traveling with Mittelrhein-Bahn. Jetzt kommt gleich Philipp wieder mit Nord-West-Bahn ansagen. Achtung. Nächster halb. Nächster halb. Coban Gondor. Coban Gondor. Ausstieg gefahren. Ja. Ja. Ausstieg. Versuch jetzt mal was. Ey, Philipp, mach mal die Toilette. Ne, das ist alkoholfrei. Viertel nach neun, Bitches. Das Jahr ist in zweieinhalb Stunden vorbei. Gott sei Dank. Ey, Philipp, mach mal die Toilette. Ne, zwei Stunden für die Toilette. Was? Los, mach die Toilette. Nein. Philipp ist grad hinten aufs Toilettgang. Los. Toilette. 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 Pschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschsch Wie halte ich das so mit dem aus? Das hat mir eingefallen. Was denn? Huch! Dafür, dass er den Züber auf den Züber aufklätzt. Ja mach das doch. Mein Gesicht war ja geil, ey. Ich muss auch noch mal sehen. Ja, wie schießt ihr uns alle ab? Ja, die Abschuss. Ja, ich fang jetzt auch an. Naiko, das ist richtig richtig. Koko, leider nicht viel. Ich hab mir noch eine Flasche Whisky mitnehmen sollen. Das ist die Rede. Boah, Alter. Ich war gestoppt. Wenn ich es mal zu machen, dann geht es nach Berlin. Berlin, 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 Berlin. Ich werde den Philipp dazu treiben, dass er die nächste Stationsansage mal macht. Nächster Halt. Nächster Halt. Nächster Halt. Nächster Halt. Kobangondorf. Nächster Halt. Aber ich habe schon gesagt, dass wir die Stationsansage haben. Kobangondorf. Wuh! Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ausstieg, 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 Ausstieg. In-Fam-Fam-Witz, links, links. Guck mal, Alter. Da muss das auch machen. Ja. Da muss doch ein Schicksal. Du Scheiße. Guck mal, ich habe wieder Ansage. Ey, du musst ja halten, ey. Ja und? Scheißegal. Kein Vertrauen in die 111 oder was? Ja. Nächster Halt. Kubangondorf. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Abgelebt. Oh Gott. Wittenberger. 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 Wuhu! Also, wo ich ja gerade hier fahre, möchte ich gerne meine Alpkollegen grüßen. Ja. Ich freue mich total. Ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wille. Ja? Komm, geh dich mal. Du hast Totenberger gesagt. Was? Dönerberger? Dönerberger? Ja. Ja. Der neue Dönerberger. Aber jetzt läuft es gut. Aber jetzt läuft es gut. Oh, jetzt haben wir so einen Döner-Teller, Alter. Oh. Oh, Dönerberger Steuerwagen. Oh, okay. Boah, Montag, Alter. Der Döner. Okay. Ganzer Steuerwagen aus Döner, ey, Patti. Hey, Patti. Ich habe am Montag 40,50 Euro für drei Döner-Teller ausgegeben. Ich habe... Ich habe... Ich habe... Wer kann, der kann? Ja. Ja. Meine Mutter war sauer, weil ich da Schulden habe. Bei meiner Mutter 100 Euro. Kann sein, dass wir später noch mal umsiefernweißen werden. Ja, wir müssen ja wegen meiner Frau zum Tag. Wenn wir noch in dem Zustand sind. Ja, weil die mir das Geld übergespricht hat. Du hast Schulden bei deiner Mutter? Ja. Ja, das Licht habe ich hier aus wegen der Scheiß-Performance. Aber ich finde die Ansagen schön. Ja, die sind gut. Mozart-Ansagen sind gut. Ist das dein oder meinst? Das ist doch dein. Ich habe mir noch keins aufgemacht. Ja, ich habe mir noch keins aufgemacht. Das Mixterie ist ja drin. 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 Ich kann mich noch ein bisschen zurücklegen. Ey, Jan. Ja? Die vernichten die beiden Sixpacks. Fünf Flaschen Sascha, eine Flasche Flipp. Ja, klar. So muss das. Ja, fünf. Das wollen wir rotatieren. Aber weißt du? Philipp, kannst du richtig gut mit Zequila Sunrise killen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Die Sachen mit Tobi da war letztes Jahr. Oh, Alter. Ich verlasse dauernd mal eine Spur, ey. Abfahrt! Abfahrt! Abfahrt in Ordnung. Abfahrt in Ordnung. Abfahrt in Ordnung. Ich fang da. Ich fang da. Ich fang da. Ich fang da. Ey, Philipp. Ja? Mach mal so ein bisschen von der Signalsprache da. Guck mal was raus. Was soll ich? Was soll ich machen? Ja, eine gute Stelle raushauen von der Signalsprache. Ach, und du meinst von Markus und die Sprache der Signale? das nehmen wir jetzt um das heißt philipp und die sprache der signale hallo wer keine miete zeit muss raus ich bin ich besoffen du arsch wenn ich besoffen bin also bist du besoffen als paul da müsstest du ja dauer besoffen sein wenn ich auch bin ich wenn ich für alkohol trink bin ich nicht dann auch dann bist du schüchtern das ist ja wenn ich alkohol gespräch sogar frauen das kann ich auch das kann leider keine namen dann hängt ein philipp so yo bitch komm her die einzige frau die der sascha anspricht wenn er voll ist ist die alte umma aus umsicht ich möchte jetzt nicht wissen wie der chat aussieht ja das sieht lustig aus die haben alles spaß hallo ist ende des jahres das jahr war scheiße genug oder nicht man habe genug scheiße das jahr heute sitzen wir mal verkehrt herum auf dem sitz das was schön herrlich dieser aussieht schön schön aus schöne wald sondern sonst mal um sie fahren besoffen um sie fahren besoffen er geht also Oh, yeah! Römerberg Absturz! Absturz! Hat was aussehen? Ah, du musst die Tastatur wieder reinlegen. Oh, ich guck mich jetzt. Oh, ey! 119 Zuschauer, Alter! Was ist das denn da oben jetzt? Mir hat's wieder nichts aussehen ausgeschaut, weil sich die Tastatur mit denen hinbrüllt. Das Tastatur hat sich mit dem, mit der unteren, gebrüllt hier. Mist, keine Zwangse, meine 90! Mist! Mist! Wenn ich eine Beeinflussung hätte bekommen, hätte ich erst über 105 kmh. Aber ich befürchte, dass das Hinrollen nicht reicht. Nein! Ne, guck mal! Zwangse, zwangse, zwangse! Möchtest du mich in Salzburg haben? Ich komm gern vorbei. Na, hallo! Salzburg, hallo! Schön! Ja! Ja, schön! Bitteschön! Da Sascha ist immer zu haben. Sascha ist immer zu haben. Sascha ist immer zu haben. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Also ich kann gerne meine Handynummer mal hier reinschreiben. Mal gucken, wer mich so anschreibt. Also zu meinem Charakter, ich kann sagen, ich bin handzahm, lieb und mit mir kann man eigentlich viel Spaß haben. Philipp, direkt anschreiben. Philipp, da ist genau dein Charaktertyp. Richtig. Ja toll, WhatsApp funktioniert ja gar nicht. Hast du es auch mal gemerkt? Ja. Herzlichen Glückwunsch, um Sie haben es auch in der Zukunft angekommen. Ja, hallo, herzlich willkommen. Hallo erstmal, hast du die Mülltonne mal aufgeklappt, ja? Aber Philipp, wir wollen ja jetzt nicht von deinem Zuhause reden, also bis wir ja jetzt mal ablenken. Alter, ich fresse, ich wünsche mir eine Biotonne. Alter, ey, das Bier macht süchtig. Ist eigentlich doch nochmal arg geil. Wer hätte gedacht, dass ich mal Krummacherpilz trinke, Alter, ich bin Kölner! Lieber wünsche ich eine Biotonne als in der Restbülltonne, ne? Ja. Ja, ich mag ja nicht bei FC Bayern, also... Wo ist der Tim, wenn man ihn abkommt? Ja, der ist schon besoffen am Zapf anhängen, so. Der ist schon am Dauerschlürfen. Wie die Schwulenstadt! Wie I Köln, Alter, ich geb euch gleich I Köln! Mein Köln kann ich ab und zu Hause auch nicht leiden, aber... Düsseldorf ist noch ekliger! Ja, Düsseldorf, Köln. Rheinbahn. Ja, Rheinbahn. Oder DVG, ne? 30 Haltestellen! 30 Haltestellen, Philipp! DVG! Wir schaffen Verbindungen nicht! Das ist Philips Lieblingsverein, die DVG, da fährt der Philipp am liebsten. Hey, Philipp! Ja, München-Gladbach, blech! Ich glaube, ich spinne! Ich frag mich, warum der E8 überhaupt bis München-Gladbach fährt! Reicht doch, wenn er mit Stommeln fährt! Stommeln! Das ist von wenigstens bis rum als Kirchenfahrt! Dann hättest du doch eben mit Gräben hochfahren! Fahrst du nicht mit deinem Kopf rum? Hallo! Hallo! Wie Bayern! I! Ah, es ist denn I Düsseldorf! Ha! Wusste ich's doch! Boah, Düsseldorf, Alter! I! Düsseldorf ist eh das Schlimmste! Wenn man in Düsseldorf wohnt, kann man es stehen! Boah! Hast ja gar nicht geblüht! Genau, man hat Franken, beste Franken, immer gut! Die Mat schreibt ja auch! Hey, Mat! Du schwarzer Sack! Gibt's denn auch noch... Gibt's denn auch noch... Gibt's denn auch noch... Hey, einer schreibt... Lieg schon besoffen am Glühweinstand! Ääh... Kannst du mal das Lied singen, Philipp? Oh, Glühweinstand. Oh, Glühweinstand, oh, Glühweinstand, wie blau sind deine Gäste, ich bin so voll, das siegte Glas, und sehe aus wie Uschi-Glas. Oh, Glühweinstand, oh, Glühweinstand, wie schön sind deine Gäste. Wie macht der eigentlich immer diese Gesichter da rein, das sieht voll cool aus. Jawoll, Dennis, Köln ist Beste, jawoll. Asse hola. Asse hola. Asse hola. Asse hola. Asse hola. Asse hola. Hallo. Hallo. Weißt du, wie mag ich einen Lokführer fahren, so richtig schön? Hallo. Ja, hab ich nicht auch. Weißt du, ich bin eigentlich immer einer so, der ein bisschen rumfummelt, der macht den Zug. Wuhu. Was denn, der war der Zugbegleiter denn? Klar. Jeder. Sascha, was? Zugbegleiter. Ich als Zugbegleiter? Wäre aber eigentlich auch lustig. Aber ich muss sagen, Zugbegleiter, hör mal, Zugbegleiter wäre auch ein Job für mich. Ohne Witz. Den kannst du doch nicht auf die Windschutz loslassen. Den kannst du doch nicht auf die Fallgäste loslassen. Wieso? Flätschen nach unten. Natürlich ist Köln viel besser als Düsseldorf. Hallo. Wir haben einen Dom. Was hat Düsseldorf? Unsere scheiß Regierung. Mit Hannelore Kraft, diese blöde Fuhle. Die blöde grünen Schlampe da. Hey, SPD war da. Hey, Penny. Das war SPD. Da kann Georg hinrollen. Ja, hui. Ich brauche noch einen Rollstuhl. Nein. Ich würde da gar nicht erfahren. Ich mag Silvestan Nation. Wie ich Saftschubse. Ich werde ein Saftschubse gereicht. Guck mal, die 111 Geräte aus der Kontrolle. Oh, 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 oh. Ey, das wäre echt ohne Witz. Das wäre voll geil. Das wäre voll geil. Das wäre geil. Das wäre geil, so ein Tieferschalter. Zack, zack, zack. Kann ich hier Gas geben? Ja, leider nicht. Da liegt ja kein Magnet. Was ist das denn? Ist doch langweilig. Das ist langweilig. Das ist langweilig. Das ist langweilig. Das ist langweilig. Ey, Philipp, zieh doch mal Daniel runter hier. Philipp, bitte raus hier oben. Ey, zieh den mal runter. Der ist da oben ganz alleine. Ich bin ja im Train Simulator, ne? Ja, und raus tappen. Bei Philipp funktioniert das. Wenn Philipp das okay gibt, dann zieh ich ihn runter. Jetzt muss ich mich nach meinem Bier bücken, Alter. Das macht doch nicht wahr. Ja, wie viel willst du noch trinken, Alter? Ja. Der Kasten muss noch leer werden, ja? Aha. Die Bremsat ist ganz gelöst hier, ja. Schon wieder ne 15... Ja, jetzt schiebt ne 189, ist klar. Das ist ja eins für'n Pulver. Bildschirmreinigungstücher. Meine Damen und Herren, Bildschirmreinigungstücher von Philipp Schmiel. Jetzt bei Rehwürfel. Woher kann ich sein? Wenn der Pfandautomat keinen Pfandbon gibt, dann gibt er wenigstens Reinigungstücher. Dann guck mal was. Ja, ich glaube im anderen Fall wären wir jetzt schon im Koma oder sowas, Benni. Alter, Benni. Ich bin überhaupt nett, weil ich gesagt hätte, kann Benni jetzt auf jeden Fall. Ich soll mal alllieb machen. Alllieb! Philipp! Ja? Kann der Daniel, der Diskutierer, hier runter? Ja. Der ist oben ganz alleine. Wir lassen uns doch verschimmeln. Wer hat denn hol ihn ein? So, ich grüße noch mal einen. Daniel! Gute! Willkommen! Oh Gott! Oh! Oh! Personenunfall! Oh! Scheiß drauf! Einfach fahren! Daniel, ich gebe dir einen Tipp. Die sind voll. Was so poten darfst. Die sind Hacke. Alles klar. Hacke. 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 Paddy, danke. Bitte. Hacke. Hast du mich schon mal besoffen, Elie? Ja, mich hat Benni schon besoffen. Ja! Boah, schön. Sehr gut gedrückt. Boah, was ist das denn für eine Scheiße, Wichsscheiße hier, Alter? Boah, nix kann sein, wird vernünftig, Elie. Was ist das? Äh. Heyo! Ach, das sind 0,5er Flaschen! Boah! Na, wechsel ich wohl die Baby-Portion oder was? Schnauze. Merk schon, Sascha ist gut gelaunt. Moment. Eigentlich habe ich schlechte Laune, wenn ihr... Weil du National Express fahren musstest oder weil du bei Filet bist? Beides. Ach, ihr habt euch doch nie... Ach scheiße, die Flasche hätte ich auch leer machen können. Ist doch nur noch ein Schluck drin. Wie viel Bier habt ihr schon? Aber der Kasten ist doch voll. Ja. Macht jeder 10 Bier. Na komm dann. So als kleine Wette. Ich wette, dass ihr nicht mehr als 10 Bier jeder habt. Ja. 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 Ach, das ist doch die 40 da, die in den Tanks schlagen. Warum liegt da kein Papier? Nein. Keine Ahnung. Da kommt nix, Sascha. Da kommt wohl was. Nein, ich bin das doch schon 10.000 Mal gefahren, da kommt nix. Welche Strecke denn? Ja. Pass mal auf, mein Gute. Ja, ich seh schon, der SH2-Scheibe. Ja, ich seh schon, der SH2-Scheibe. Ja. Ja, der war bei mir auch. Weil der Typ mich als 9 geedit hat. Okay. Ja, vielleicht möchtest du ein Date mit dir haben, Paddy. 116 Zuschauer. Ab du mal lieber an Paddy. Oh. Huch. Ja, ist er schon mal. Ich wollte mal rückwärts fahren. Alles klar. Ich wäre rückwärts fahren oder kein... Ich wollte mal rückwärts fahren. Hallo. Hallo. Rückwärts fahren. Ich bin schon raus. Ja, ich bin trotzdem schon raus. Heizen. Neunzig. Schrappities. Bands niekla, komm. Der Philipp, wie der immer so ins Bild reinguckt, oh Gott. Ja, jetzt geht der wieder in die Küche. Er hat wieder Hunger, der Fettsack. Bands niekla, komm. Fettsack. Oh Mann. Oh, gleich 120 fahren. Heizen. Ja. Was? Heizen. Das ist der Kopf wieder in sein Element. Heizen. Oh, wie juckt die Nase wieder, ey. Oh, jetzt hat er tatsächlich die zweite angefangene Packung Frikadellen. Die Sau. Alter. Schaut ihr euch denn rein? Frische Frischadellen vor dem Jahr. Also zwei Packungen Hanuta. Wart mal, ich hol mir Hanuta. Ich hab noch Berliner. Du hast noch Berliner. Ich hab noch Berliner. Ey, Philipp, halt mal die Frikadellen packen sie in die Kamera. Philipp, soll vor dem MC-1003 in die Kamera ein. Philipp, soll vor dem MC-1003 in die Kamera ein. Puffen. Puffen. Oh, nice. Harstack, da kommt nur für drei vor. Oh, Hanuta. Hanuta. Oh, Frigadellen. Passt sogar fast. 38. Wart mal, guck mal her. Iiiiih, Alter. Der nimmt sich jetzt die Hanuta in Senf. Baaah. Ein Moment. Der hatte sich ja auch die Kohle über die... Guck mal die Kamera jetzt. Guck mal da. Guck mal die Kamera da. Sascha. Sascha. Im Grundschlissen Wünsch an dich. Bah, Sascha. Der nennt es 3333. Ich wünsch dich, dass du die Hose runterziehst. Guck mal. Der wird sogar schon mit Z geschrieben, Alter. Das kommt bestimmt aus dem Plattenbau. Guck mal. Omsi fragt, wann kriegst du eine Freundin, Philipp? Boah. Ohohohohohohoho. Der kommt auf der Antwort. Achtung, jetzt bin ich mal gespannt. Garn. Bleist. Wie am Ende kommen? Guten Abend. Außer jetzt deine feste Bildung als Aschers. Ey! Ist jetzt, äh, hier, Patty, jetzt wird man nicht in Ruhe, ne? Dennitz! Dennitz! Dennitz, dein Schwester heißt, dein, äh, dein Bruder heißt, Fritz. Ja, darf jetzt ernst. Du weißt, er war voll lustig, danke. Ja, bitteschön. Nimm's nicht ernst. Philipp, gib doch mal dem Sascha ein Freund, äh, Freundeküsschen. Mir tut's schwul. Nein, Freundeküsschen. Hab ne andere Idee, gib doch Daniel mal nen Arschschmutscher. Ah, der schmeckt nicht gut. Aber Daniel, du weißt ja, wo du dich melden kannst. Ja. Sascha, komm. Was sagt, ich krieg nicht noch schwul. Naja. Du mich auch. Aber das ist ein HLB, das macht schon süß zwischen den beiden. Welcher HLB? Ja, als wir da hessische, äh, Lesbenbahnen da gefahren sind. Hessische, unter Hosen, unter Lecken, wie heißt das? Mit dem Zug, wo einfach kam, ähm, der nächste Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts, wo noch nicht mal eine Anzeige hat. Ja. Nimm mal auf. Du bist krank, ey. Du bist krank. Bist du krank? Bist du krank? Sämt, ey. Lecker, Luther mit Sämt. Und die Gemärken. Aber da schmecken drauf. Lecker, ey. Ohne Scheiß, der Löwensämt schmeckt. Der Löwensämt ist der Geilste, ey. Der dampft richtig, ey. Deine Mutter ist auch geil. Jan. Nein. Jan, helf den Kinder. Ich verzweifle mit dem besackten Typen. Sascha, wenn die Kehle hier noch wäre, ich glaub's doch mehr Abschluss. Oh, wenn die Kehle hier wäre. Da kommt der Jetpick. Ja, genau da bin ich. Oh, das war zu viel, Sam, Scheiße. Wenn die Kehle hier wäre. Stell dir mal vor, die Kehle wäre hier. Die Kehle hätte mich schon überrollt. Ich glaub, der wäre hier abgeschüttet. Oh! Nächster Halt. Kochhem an der Mosel. Für Ihre Anschlüsse achten Sie bitte auch auf die Aushänger und Lautsprecheransagen auf dem Bahnsteig. Auf dem Bahnsteig. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nichts. Oh nein, Leute. Übrigens, alle Leute im Chat können auch in diesem Livestream mitmachen. Hat der Philipp gerade beschlossen. Zeig dir halt mal die Klappe. Und hier war die Hälfte bei einem Mann, der nicotisch. Danke, weh! Ich hab das zumal. Ich hab das. Ich hab das. Jetzt hab ich dir die Hälfte an. Schauen wir mal. Oh, ein Bargain, die Kettenreiche. Ah, nie erwarten. Ah, Rösch, die Geräusche. Bremsen. Was steht in der Falle? Philipp, mach mal ein Magengeräusch. Nein. Das wird sich im Chat gewöhnt. Reif mal alle in den Chat. Oh, Jan, halt mal die Klappe, ey. Meine Fache. Ach, ja. Ach, ja. Jetzt vergessen. Wo sind die Frikaschellen? Frischadellen, Frischadellen. Ich bin zu spät um 23 Sekunden. Oh, er war ja zur Empfangung. Ja, ja, ich weiß es gerade nicht mehr. Machen wir es mal als Fahrgast. Ich bin zu spät. Ich bin zu spät. Ich bin zu spät. Jetzt fertig. Ob sie 12345678 schreibt, bitte Klogeräusche. Mach mal auf. Klogeräusche. Ich bin zu spät. Alter. Jetzt machen wir das mal. Mach mal Klogeräusche. Untertitelung. Technoparty, yo, 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 Fenster, wir haben ja kein, doch, wir haben ja mal Fenster, Fenster auf, wisch. Wir haben hier durch den Tunnel. Sascha, was sind deine Vorsitzungen fürs nächste Jahr? Was sind deine Vorsitzungen fürs nächstes Jahr? Ausbildung schaffen. Sehr gut. Scheinmischer, komm raus. Willem, was ist deine Vorsitzungen fürs nächste Jahr? Eine Freundin finden. Na, komm. Kno Geräuschen. Nein. Ne, bestimmt weiter Wetter. Fuherschein machen, Fuherschein schaffen und Traum. Und dann zur SBB gehen. Also Deutschland gehen wir. Genau, ich gehe nach der SBB. Schön unten bei Lörrach, schön da die SBB. Das ist auch so, wenn ich brauche, genau. Das wird auch voll passen, wenn ich... Was denn? Zwei Strecken fahren, wenig Arbeit, kein Stress. Besser geht's doch nicht. Löw, wir sind bitte. Demnächst sind wir sogar in drei Stunden in Köln, Sascha, wenn die Robberstrecke fertig wäre. Hm? Philipp, es wird gesagt, dass du bei National Express als Akkutechnik, keine Ahnung, Toilette arbeiten kannst, weil die ja keine vernünftige drinne haben. Akkutechnik. Die haben wohl eine. Akustische, so. Schau, wieder fertig. Achso, akustische. Akkutechnische. Akkutechnische. Ja, ein Traumberuf. Also eher auf jeden Fall, irgendwas in Richtung Bahn, dann um Betreuer, aber das kann ich eigentlich am besten zu Verbindungen. Kundenlutsch. Kundenlutsch. Sehr gut, der Freikmann. Sehr gut. Vor allem, weil mir das Signal 120 einfällt, ne? Da bin ich auch mal drauf reingefallen. Da bin ich auch mal reingefallen, dass die in 12. in 12. Oh. Sascha, du solltest das Intro von Caillou singen. Es gibt ja gleich Caillou. Ne, die Canela. Da stirbst du schneller. Ey, der Bayard. Ey, ich bin es. Ja. Nein, kann ich nicht. Das ist ja gut. Wann muss er denn da? Da ist die A-Patti. Ach, Mann, ist das nicht schön. Ach, herrlich. Oh, lecker. Daniel, ich hab ne ernste Frage an dich. Ja. Wie stellst du dir deine erste Freundin vor? Hässlich, mit Pickeln. Und, ähm, Mushi-Pilz. 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 Eichel-Käse. Eichel-Käse hat er ja selber. Herr Schmiel, ich hätt gern bitte noch ein Bier. Sehr gerne noch, Herr Brechtmann. Ich geh jetzt voll in den Speisewagen. Moment mal, ich kann auch anrufen. Moment mal. Ey, Philipp. Jo, Philipp, ich hätt gern ein Bier, bitte. Danke. Das ist ein Radio. Philipp, wie ist das denn jetzt? Darf ich das Intro mal anmachen? Philipp? Bitteschön. Danke. Rutsch dir. Ey, Philipp. Jo, dir auch einen guten Rutsch. Guten Rutsch. Sascha? Hm? Überrägt man Philipp, dass ich das Intro vom Caillou mal anmachen darf. Nein, du machst es jetzt nicht im Leicester. Ich bin schon groß und fair. Komm doch und spiel mit mir. Ich lade dich ein. Ich bin Caillou. Nein, machst du nicht. Ich bin schon groß und fair. Komm. Wenn der Leicester hochgeladen wird, dann geht's wieder im Theater. Scheiße. Wieso? Soll ich mal gehen? Ich bin grad rausgekommen. Oh, Bulli, komm gleich. Wuh! Nächster Halt. Bulli, Demi. Wir waren gar nicht zufrieden. Ey, Philipp, schnitt mit Trom. Sascha macht's schon. In Fahrtrichtung links. Was? Nein, du machst es jetzt nicht an, Benni. Hab ich auch nicht vor. Und der Sascha macht das doch schon. Ach so. Ne, ich mach das ja selber. Meine Damen und Herren, in Kurze, erreichen wir Bulli. Meine Damen und Herren, in Kurze, erreichen wir Bulli auf Gleis 2. Nein. Ah. Ich glaub, der Ausstieg ist in Fahrtrichtung links. Ne, rechts. Links. Links? Ja. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung links. Ah. 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 Gott, nein. Gott, nein. Gott, nein. Bitte beachten Sie darauf, dass Sie Ihre persönliche Gegenstände mitnehmen. Ah, ist mir heiß. Ich kann Fenster aufmachen. Ich kann Fenster aufmachen. Achtung. Ja, ich bin halt schwul. Und? Nächster Halt, Bulli. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Umsteigemöglichkeit zur Moselweinbahn in Richtung Traben-Trabach. Grunzer. Hey, super. Heißt du, klasse. Der kommt aus dem Harz. Er spricht den Brocken. Den Brocken. Den Brocken. Den Brocken. Genau. Wer ist Garo? Wer wird Spexinblock waren? Er spricht. Schuss ich? Er spricht den Brocken weg. Der ist die Schuh-Kindel. Oh Gott. Der ist auch gar nicht. Das wer. das war gerade so muss das sein bitte frikadellen was schön ist wenn du so richtig du hast kein spitzenlicht an ja das ist das gleich auf dem musetal auch aus kennst du eine homepage wo man umfragen erstellen kann ja wie hießen die noch mal keine ahnung meine damen und herren am geist der reihe saarbrücken mannheim hauptbahnhof über wirklich die märzig saarbrücken homburg neustadt weinstraße bitte steigen sie ein türen schließen automatisch vorsicht der abfahrt des zuges findet viel arbeitet nicht bei der kuh hessenbahn wenn es klappt doch wieder quereinsteiger machen habe gesagt dass du da nicht arbeitest nicht gelöst das auch und Guten Tag, meine Damen und Herren, ich bin unser Tanz-Lecher-Kanal-Express auf der Fahrt. Da kommt noch eine Ansage, pass auf. Da kommt noch eine Sonderansage. 125 Zuschauer. Achtung! RE1 nach Mannheim Hauptbahnhof. Das hast du richtig erkannt, Mozart. Naja, irgendwie nicht. Was ist denn da? Aber dann gucke ich halt in meinen Verlauf rein. Ich weiß nicht. RE1 nach Mannheim Hauptbahnhof. Nächster Halt. Wittlich Hauptbahnhof. Blipp macht doch lieber diese Nordwestbahn-Ansage. RE1. Okay, Hauptbahnhof. Nächster Halt. Wittlich Hauptbahnhof. Nächster Halt. Nächster Halt. Nächster Halt. 126 Zuschauer. Am besten noch diese Nordbahn-Ansagen. Was? Am besten noch diese Nordbahn-Ansagen. Und das kann sie kriegen. Ja, mach doch die... Philipp, kannst du nachher mal interessieren, die Steuerwagen auf Mannheim Karlsruhe fahren? Ja. Also ich finde, in Mose ist da gar keiner der Schuld zu stehen. Ja, für die auch, ne? Das ist eigentlich nicht geil. Das ist so geil. Philipp, red mal den restlichen Abend nur Berliner recht. Du kannst nämlich richtig gut... Ja, das ist ja immer auf der Weg. Meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie im RE1. Auf der Fahrt nach Saarbrücken Hauptbahnhof. Über Wittnicht, Trier, Hauptbahnhof. Toll, wegen dir fahre ich zu schnell. Schämlich. Das ist ja auch Bescheid. Zu schnell vergedorben. Nein, nein, nein. Doch, gib den Trinker. Was? Was hast du die Klopfe eingetan, du Arsch? Oh, schon wieder zu schnell, jetzt muss ich zwei trinken. Ja, einfach. Kirschlikör. Oh, Kirschlikör. Koscher. Koscher, Koscher. Das ist jetzt eine Challenge. Wer überschreitet, muss trinken. Nein. Das hat er jetzt mal drüber. Boah. 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 Danke, lieber Chat. Warum danke? Wofür? Was willst du denn da machen? Also wer schwul ist, kann sich gerne bei mir melden. Welchen Kommentar soll ich dir nicht nennen? Was denn? Was denn? Ja, das muss ich dir nicht nennen. Bei mir wird gerade schön geknallt. Der holt sich heute Abend einen runter. Direkt both. Oh, 405. Oh! HDIF-FIRE-Trail, Entschuldigung. Stimmt ja. Ah! Ah! C2! Oh! C2! Ja! 628, oder? Wie kann man das ändern? Wie kann man das ändern? Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Ich hab meinen 628 beleidigt. Ich mach den doch. Ich mach den doch. Ich mach den 628. Kilometer 66,4 fängst du an meinen 628 zu beleidigen. Okay. Mach den doch. 26,4 fängst du an meinen 628. Ich mach mal die Umfrage, Alter. Was ist das für ne Umfrage? Was machst du für ne Umfrage, Alter? Wenn ihr da eine Scheiße reingeschrieben habt. Jetzt fahr ich ja schon wieder zu schnell. Scheiße. Ich hasse euch, ne? Ja, bitte. Was denn? Wer findet, dass Philipp und Sascha zusammengehören, oder was? Dann sag ich direkt mal nein. Ja, nein. Dann werd ich ja freiwillig wieder Hilfe, Ruhe, Alter. Danke. Nein. Die Umfrage sind, soll ich sagen, Fanny? Jaja, mach ruhig. Sind Sascha und Philipp Hacke? Und die Umfrage ist so. Ähm, da geht noch was? Da geht noch was? Ja, 26%, nein, 21%. Und die sollten auch... Hör mal, ihr kennt mich nicht, wenn ich besoffen bin. Ja, also Kinder. Ich bin vielleicht ein bisschen angetrunken jetzt, aber ansonsten nix. Ey, ich dachte, man müsste jetzt mal eine Frage machen. Wir sollten Saschas, äh, dürfen. Mist, das war schade. Hättet zwei müssen wir kriegen können. Hast du mal drauf gewartet? Ja, das ist genau, er hat dir den Kopfschaden nicht gemacht. Oh, der Philipp hat darauf gewartet, dass ich eine Gewicht kriege. Oh! Eine Gewicht. Tja, Philipp. Bist du enttäuscht? Ja, total. Soll ich Fenster auch mal? Soll ich Fenster auch mal? Soll ich Fenster auch mal? Okay. Komm rein. Philipp hat gefurzt. Ja. Alter, Mann. Was bringt das, ein Fenster aufzumachen, wenn du das Rollo runter machst? Ja. 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 Ich fahr wieder in den Simulator, ich fahr wieder Maschine. Ne, ich hab sie ja schon fertig. Ne, vernünftig. Ne, ich hab sie ja schon fertig. Ne, vernünftig. Ja, warte, 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 warte. Vorsicht, ich fang an zu Swimpen. Oh. Wow. Muss ich dann eigentlich unten noch die zwei Häkchen da reinmachen? Du hast es ja voll geil gesehen. Ja, der riecht nur wieder runter, ey. Ich hab mir die Frage geballert. Der Geilste war schon mit meinem Kumpel hier aus Münster. Was? Mit meinem Kumpel aus Münster hab ich auch schon letztes Jahr ein geiles Ding gemacht. Ja, du hast auch geswimpt, wa? Ne. Der kann das gut, das will ich. Der hat es auch voll auf der Kamera gemacht. Hier, tu das mal in den Chat rein. Ich hab mich noch nicht angemeldet. Ohoho, 130 gleich fahren. Wuhu. Einzelnen. Das ist leider nicht möglich. Lecker, Sascha. Welcher Kaiser soll starten? Welcher Kaiser soll starten? Welcher Kaiser soll starten? Welcher Kaiser? Was? Oh, ach, 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 ach. Wollte ich schon mal das, dass er so drüber ist. Sascha sieht scheiße aus. Was geht das denn? Gut, das ist jetzt so, äh, gutartig, das ist so nicht gut, weil. Ich möchte mal anmerken, dass jeder Kommentar negative Auswirkungen hat auf diejenige Person. Oh, scheiße. Scheiße. Ach, Alter. Horst, ich nehme keine Sorgen machen. Ich bin zu spät. 25 Sekunden. Oh, Sascha sieht schlecht für dich aus. Zwölf sagen, dass du es machen sollst. Drei bitte nicht. Und einer, nein. Wie viele stimmt denn? Wie viele stimmt denn für Philipp? Ähm, also, dass sie beides machen sollen. Ist für beide. Ist für beide. Ist für beide. Für beide stimmt ja super toll. Also für dich gibt es keine, du bist ungeliebt. Nein, das ist für beide. Das ist für beide. Ist klar. Nächster Halt, Wittlich Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ähm, Sascha, sollst du eine Flasche Bier auf Ex trinken? Ja, ist so Sascha. Was? Das wurde jetzt mehrmals im Chat gewünscht, dass du eine Flasche Bier auf Ex trinken sollst. Boah, ne, das kann ich nicht. Dafür gibst du, dafür. 8 Votes, was du sollst. Wer in Karnanag kommt, ist das Karnanag. Aber ja. Nein, bitte nicht. 9, ja. Alter. Komm, Sascha, Exen, Exen. Und übrigens 14 Wochen, dass du stirbst. Was ist der Ex, Alter? Ja komm, eine Flasche, 0,5 ist doch nicht schlimm. Ist so. Komm, das geht ansetzen runter. Ey, Paddy, ich schick dir mal aus dem TeamSpeak. Schick die mal rein. Warte. Bitteschön. Komm, der Ex, Alter. Leute, der Ex, die einfach so richtig in Köln ist. Das ist echt. Boah, Alter. Boah, Alter. Und hab noch vor der Harttaffe gehalten, ja? Ja, sehr gut. Sehr gut. Ja, okay, ein bisschen weiter davor. Boah, ein bisschen. Okay, ein bisschen weiter davor. Ach, Banne schon. Ah, alle Töne sind auf. Boah, Alter, jetzt hab ich einen Magen-Schmerz. Boah, boah. Ja, das passiert mir dann zu eng. Schmerzt du uns nicht rein? Ah, lol. Hör mal, wieso stehen hier beide Signale auf grün? Boah. Oh, sieht scheiße aus. Sascha und Philipp sollen beide stoppen, Alter. Ein Koksrastel. Fünf und wützig Cent. Oh, Gott. Schimm mir den Wabke an, Nuzga, und dann lass mich sein. Alter. Ey, Sascha, sieht scheiße wie ich aus, war? Warum? Wie soll's dücken? Ich weiß nicht, Sascha. Bei der Frage, wer soll's dücken? Die Beine stehen auf 8. Sascha auf 5. Philipp auf 3. Und niemand auf 3. Aber warum? Mögt ihr mich oder was? Ja, ich hab auch für Sascha gestimmt. Ich hab auch für Sascha gestimmt. Ihr seid ja auch Arschlöscher. Oh Scheiße! Aufschalter geflogen. Nein, das war zu viel Aufschalter kaputt. Sascha wollte mehr sehen, als wir... Entschuldigung, hat dich geschlossen. Wir wollen den Sascha sehen. Wir wollen den Sascha sehen. Fuck. Bacher Sascha Hauptschalter geflogen. Hauptschalter geflogen. Sascha! Ach, wo ist jetzt mittlerweile? Wir wollen den Sascha sehen. Entschuldigung. Wir wollen den Sascha sehen. Wir wollen den Sascha sehen. Saschki. Boah, Alter ey. Rombacher zur Ex ist ekelhaft. Und Karl noch holen ins Team. Ja, aber zieh mal den Karl. Paddy, zieh mal Karl. Ernsthaft. Ja. Da geht das Niveau noch mehr runter. Der ist grad eh nicht auf dem Dienstweg. Der ist doch AFK. Ja, dann zieh ihn. Der ist doch AFK. Ja. Zieh ihn trotzdem. Karl! Karl! Karl, du Pussy! Aufmachen! Karl! Ich hab Magenschmerzen. Ja, du sollst jetzt das auch nicht ächsen. Komm mal, dann kannst du besser mixen wie Ächsen. Ja, komm mal, hast du irgendwie auch. Alter, da war doch eine Unfrage, dass das ächsen soll, ja? Der startet noch so. Aber nachher kommst du noch auf andere Ideen, ne? Nee, nee, mach ich nicht. Nee, nee, nee. Puh! 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 Karl, du Arschloch! Puh! 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 Ja, alle! Ja, hier kommt Strafe! Echsen! Zackig! Ah ne flasche! Nein! 2, 2, 1! Ey, alter, da kotze ich dir ja alles geholt! Weißt du mir ekelhaft, dass das was was war gerade so Echsen? Nee, dann kommt's auch. Sascha soll zwei, zwei verschiedene Stinger nehmen! Jetzt ist auch mal gut, bitte! Einig! Wart mal, ich such mal grad, was der Philipp hier noch so alles hat. Also, das Schlimme ist, ich muss aufs Klo. Ja, muss ich fahren. Ey, Philipp! Ja, Mufa, Karl nochmal, bitte! Karl, wie geht's? Wie steht's? Lass uns das tun. Dann mal in die Fahrt. Ich hab grad schon ein bisschen zu drehen. Wie sieht das denn schon aus? Ist jetzt Druck? Ja, Druck. Was musst du denn danken? Was? Äh, Philipp? Du hörst bitte? Ich hör meinen Ton. Loll. Philipp? Ja? Habt ihr noch Glück drin? Nein. Ich hör keinen Ton mehr. Oh, Sascha fällt, ist tonlos. Das, ey, das ist scheiße. Wenn das Hetze draus geht, der Train Simulator, dann müssen wir erst mal beenden. Ja, dann muss der Train Simulator beenden. Ja, dann müssen wir speichern eben. Moment, wir haben gerade kurze Schwierigkeiten. Ich verspeichern eben ab. Weil ich hör'n. Ich hör'n. Ich hör' grad nix. Brrrr. So, jetzt grüder. So, jetzt grüder. Das ist noch an? Ja, der läuft, aber die sehen das nicht. Die sehen nur hier, äh. Ernsthaft? Was sollst du, ey? Ja. Nee, der V-Tech hat gerade Probleme gemacht. Du hast ihn jetzt einmal wieder starten. Ja. Was soll ich machen? Ja klar, jetzt krieg' ich noch eine Strafe. Nein, nein. So Leute, wolltet alle. Weißt du, was das Schlimme ist? Philipp weiß nicht, dass ich mehr trinken kann als er. Ich kann auch mehr trinken. Ich trinke halt nur etwas langsamer. Kommt drauf an. Wechsel ich trinke nicht schnell. Ich trinke etwas langsamer. Es sei nicht, es sei nicht, es trinke etwas langsamer. Dann hat er die ganze Flasche in 10 Minuten geregst. Boah, Alter. 2,19. Der geht doch nicht. Nee. Was ist das denn für ein Brot? Ich stimme, weil du dich zu oft bewegt hast. Hörst du jetzt Ton? Ja, ne? Patti, sag mal was. Patti, hast du gelesen? Ich hör Ton. Hiiii. Hast du gelesen? Standard. Ja, hab ich. Okay. Standard da oben. Geht mir genauso. Boah, nimm du Scheiß. Boah, nimm du Scheiß. Boah, nimm du Scheiß. Jaaa. Oh Gott. Oh. Voll set. Hier, da. Warte, darf ich mal machen, schnell? Jan? Ja. Bist du dieser Train Simulator 9999? Nein. Nein, ich bin noch nicht mal angemeldet. Ach so. Wer ist denn das? Der nervt ein bisschen. Wieso nervt der? Ja. Na, es reicht doch, wenn einer einen Link reinschickt, oder? Alter, das ist eine andere Umfrage du hochst. Okay, alles klar. Du bist aber auch schon Hacke, kann das sein? Ich muss immer noch auf Klo. Dann geh doch. Ne, ich kann gerade nicht, ich muss ja jetzt weiter. Ne, doch die Zuschauer mit mir auf Klo. Ne, kann er nicht. Ne, das Hetze passt leider nicht. Ne, ich habe schon ausprobiert. Flips Klo ist zu weit weg. Du scheiße, ganz wie gestern, ey. So, es geht sofort weiter. Ich habe schon ein Geburtstagsgeschenk für die HALP. Machst du ein Dildo oder eine Gummipuppe? Nein, gar nichts davon. Beides. 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 Vielleicht mit der Philipp N. Schmalerling dran. Mahat, ist der Ghost town. Hurra, diese Welt geht und rach. Oh, wie der Scheibenbescher hängt, das sind voll im Herd auf. Mahat, ist der Ghost town. So, jetzt müssen wir mal auf Geschwindigkeitsprüfabschütteln achten. Da müsste auch einer liegen. Ja, da ist er. Da liegen wirklich Geschwindigkeitsprüfabschütteln. Geil. Hau mal schneller, Sascha. Außen noch drei Magneten. Sascha. Was lachst du? Nix. Wie nix. Mach mal den Mund auf, ich muss pinkeln. Ja, alles klar. Nimm die Flasche, Sascha, nimm die Flasche. Nee, lieber nicht. Ah, meine Fresse. Schalt, Alter. Ja. Sollte schlafen gehen. Philippus, du ein kleines Baby im Schlaf. Hallo? Mach mal das Licht aus. Nein. Hallo, sehr verehrte Zuschauer. Sabirige begrüßt Sie heute im Endwagenzug auf der Fahrt nach Saarbrücken über Trier Hauptbahnhof. Nächster halt. Schweig. Was denn? Juhu. Sarscha. Was willst du? Du Arsch hast mich verlassen. Na schön. Dich kann man doch nur verlassen, so hässlich wie du bist. Geh doch deine Maria wieder in der Waschanlage bumsen. Waschanlage. Schön Schau-Party durch offene Fenster. Da gibt's Schau mal gratis. Aufgefangenes Regenwasser. Schwarz-Kopf. Schwarz-Kopf. Lecker. Lecker. Richtig. Schön auf dem Führerstandstisch verteilt. Lecker. Lecker. Locker. Locker. Lecker. Locker. Flockig. Lecker. Gemälde. Hall. Ne. Alle denken, ich wär jetzt besoffen. Das ist scheiße. Geh mal Bier holen. Du bist schon wieder hässlich. Oh. Überrasch. Du warst doch nie hübsch. Was bin ich? Du warst doch nie hübsch. Hast du gesagt, ich bin schwul oder ich bin hübsch? Du bist hässlich, hat er gesagt. Du warst doch nie hübsch. Arschloch. Ich bin gleich wieder da. Ich muss mal kurz den Jägermeister holen. Jawohl, den Jägermeister, Digga. Silvester. Oh, Sascha. Ich hätt gern noch einen kurzen, bitte. Sascha, du sollst eine Strafe kriegen, weil du Hauptschalter vorgegangen bist. Ja, ich trinke jetzt noch einen kurzen. Ich hab doch schon einen kurzen. Bah, saurer Apfel. Na geil. Du bist doch ekelhaft. Arschlecker. Wieso trinke ich die eigentlich nur alleine? Ja, weil ich noch keine Zwangsdaten hatte. Du bist doch noch gleich gefahren. Boi. Bah. 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 Ja, klar. Der könnte sich natürlich hier schön... So Leute, wünsch ich euch mal schon einen guten Rutsch. Ja. Ja, die Auge, Digga. Wieso, gehst du jetzt oder was? Er geht jetzt pimpern. Er geht jetzt pimpern. Er geht jetzt rum, Alter, bis die... Hör mal, gepimpert wird erst nach Silvester. Ja. Sex erst im neuen Jahr. Kein Sex vor. Oh ja. Wie bleh. Der Stängel da unten bei der ersten Augen 0.1 ausgepackt. Oh, toll. Huch. Was? Oh, mein Hemd richten hier. Rüber, Karl. Ich trinke es für dich. Oh. Ich darf ja nicht wirklich was trinken, weil ich heute Morgen schon wieder um 13 Uhr anfangen muss. Oh. Arbeitskollege muss schon um 5.05 Uhr anfangen morgen. Ja, super, toll. Wer hat ja... Wer darf nichts drin, das ist scheiße. Was ist das denn? 70-120? Wer ist doch der rot? Frag mich nicht. Karl? Ja? Du bist ein Arschloch. Schnauze sie fahren. Oh. Ich glaube, der Kurze war jetzt nicht gut. Mein Kopf dreht sich. Das ist schlecht. Alter, so viel Problem auch von mir verträgst mehr als Philipp. Ja, vertrage ich auch. Ja, Philipp, der trinkt ja langsam die Nutte. Komm, Philipp, nimm auch mal einen auf Ex. Los, Bier, du musst, los, du, äh, los, Bier. Los, Philipp, du musst auch mal ein Bier exen. Die wollen, wer stimmt dafür, dass Philipp ein Bier exen soll? Ich stimme schon dafür. Ich stimme schon dafür. Sex genau im Rutschen im neuen Jahr, ja, was? Bist du auch mal lachen? Ja. Ich hab heute eine Vorbereitung am Geschwindigkeit, wo Prüfab steht, einen geballert, gekriegt. Ja, schön, ich gerade auch. Mehr du nicht. Nee, ich nicht, aber ich fahr's. Kannst du aber mit den 220 durchheizen? Ja, wir haben da, da ist ja, wir dürfen ja erst 100 fahren, ne, und dann 80. Und was hier, Prüfgeschwindigkeit 95. Und ich denke nicht dran. Ich liebe es, diese Langsamfahrstellen, die haben alle keine Magnete, ne? Das ist doch langweilig. Was? Was ist denn 11-0? Kommst du schon wieder mit deiner DR-Scheiße, oder was? 11-1 ist das, du Arschloch. Was? Was ist 11-1 die Ankündigung, 11-2 ist die Anfangsscheibe, 11-3 ist die Endescheibe, du Arsch. Ich bin nicht behindert, guck im Signalbuch nach, Arschloch. David, schreib, wann kommt um sie zwei? Karl. Boah. Karl, Deutsch, erreichst mal mit HL-Signal, beste. Philipp, du sollst mit... Ja, ist das. Philipp hat verkackt. Philipp, du sollst mit 11 Votes ein Bier auf X trinken, 12-4-2. Danke, liebe Leute, danke, dafür einen Daumen hoch. Du X jetzt ein Bier in die Kamera. Nein, ich nicht. Du X jetzt. Nein, ich nicht. Du X jetzt. Ich X jetzt. Du X jetzt. Dann gibt es keine Frikadellen mehr. Ich bin ja überall. Mein Chef. Sehr gut. Schaut zu sie fahren. So, Leute, Brot. Ja, Brot, Dinger. Brot, X jetzt. Okay, warte, ich mache sogar ein Video für euch. Boah, X jetzt. Hab ich doch. Ja, toll. Weißt du, den kleinen Schluck, ey. Echse jetzt. Echt, ey. Du musst da auch echsen. Oder Prost. Oder drei... Ist das jetzt hier für den Rotz? Ist das Goldschnee, oder? Ja, Goldschnee, Sacha, Goldschnee. Ey, Philipp, seine Sonne Pussy und X das Scheiß jetzt. Er hat die Flasche ja schon leer gemacht, die Pussy. Ich bin gleich wieder da. Oh, gleich halten wir den Schweich, meine Damen und Herren. Ja, ich bin sogar pünktlich. Sehr gut. Philipp, X dein Bier jetzt. Oh, da kann ich ja rollen lassen. Da gibt's keine los. Mein Gott, lass mich doch machen, wie ich das will, meine Fresse. Als Maul, X dein Bier. Nein, mach ich nicht. Spinnei. Warum denn nicht, Philipp, nur als Waage. Das ist meine Sache, wie ich mein Bier zwinkomme, oder? Feigling. Feigling. Pass auf, ich krieg noch dazu ein Bier zur Exe. Los. Ja, mach mal. Ich hab da keinen Bock auf diesen Mist, meine Fresse, meine Kaffee. Du bist doch Pole, die Wodka-Leitung in der Wasserleitung. Ja, sehr wahrscheinlich. Nächster Halt, Schweiß, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Dann ist er so froh, dass er das alles macht. Dann trinkst du dann kurz. Was? Dann trinkst du dann kurz. Ja, dann ziehen kurz. Okay, entweder extra ein Bier oder du trinkst zwei kurze. Gleich. Jetzt. Gleich. Innerhalb von einer Minute das ganze Bier wendet. Halt doch mal einfach die Fresse her, ey. Ich weiß nicht, man hat keine Ahnung, wir haben es doch noch nicht. Na klar. Wieso ist der Bahnsteig so kurz? Scheiße. Bahnsteig ist aber echt kurz. Sehr geehrte Fahrgäste, damit am ersten Wagen nicht aussteigen. Mit am ersten Wagen nicht aussteigen. Okay, am zweiten Wagen auch an der ersten Tür nicht aussteigen. Scheiße. Okay, das war aber gerade, weil Philipp mich abgelehnt hat. Ja, komm, okay. Immer schon auf die Nahe schwachen. Aber, hey. Oh Gott, ey. Alle denken, ich bin jetzt ein schlechter Rumpfführer, ey. Ich will das meine Hype-Kollegen sehen. Ich bin tot. Ich guckte sich die Leistung alle, jetzt sag ich dir, ey. Ich bin tot als tot. Boah, warum ist der scheiß Lüfter noch? Und wenn der auf YouTube dann kurz Mahlzeit? Ja, komm, ich hab heute während der Kontrollfahrt von YouTube eine gewischt gekriegt. Wie oft wirst du eigentlich kontrolliert? Gestern und vorgestern. Ich weiß auch nicht, was der Dreck soll. Ja, ja, vielleicht jetzt. Es sei, dass du auf der NSA-Liste steht. Wir haben eine E-Mail ans EWA geschrieben, deshalb. Genau, Sascha und ich haben gestern EWA geschrieben. Also hier ist Gang 1, sondern Gang 2, dann ist Gang 1 von der STB. Ich mach ganz krumme Sachen. 3, 4, 5, 6. Und rückwärts ist dann irgendwie... Genau, so, rückwärts so. So, entschuldige, dass ich gerade so weit gerutscht bin, das war jetzt gerade nicht verabschiedet. Ja, ja. Hey, du ruhig, du extra, ich war ein Bier. Ich hatte Schnauze. Nun habe ich aber noch ohne den Prüfer. eine gewisse wo ich tanken fahren sollte da haben wir so 2000er vor der alten tankstelle und den hab ich mitgeflogen warum ist jetzt bitte der hauptschalter geflogen du hast zu stark aufgeschaltet da hab ich Befehl mit Tickung verwechselt ist auch nicht gut irgendwann lässt man den hauptschalter aus ich trinke jetzt aber keinen der trinkt ja auch nicht hat schon wieder geflogen was ist heute los egal der hauptschalter ist zum zweiten mal ohne witz irgendwie ich weiß nicht heute läuft es nicht liegt am alkohol Sascha liegt am alkohol nee das liegt an dem du mal ruhig ich will vielleicht erstmal die so jetzt fahren wir aber vernünftig alter wenn du mich noch einmal mobst dann ex du zwei flaschen bier also halt die fresse haben wir uns jetzt verstanden jetzt geht's guck mal jetzt geht's komischerweise was war denn da los was lachst du du nutze ey Karl hast mir so geil gewinnt das wirst du doch hier ey ich habe ja mein jahresullaub schon im august abgegeben also nächstes jahr silvester habe ich frei sehr gut vielleicht habe ich da schon meine eigene bude Karl komm du denkst dass du das beste überhaupt noch in Köln bist habe ich meine eigene bude Karl sehr gut wahrscheinlich ist deine mutter heute da bei dir ja die fände aber schon dann schrei mal nicht so rum ich habe doch drei türen zu Sascha bis jetzt liebt die Bestrafung vorne ich bin in die Skalen 13 mal nicht weiter hm achso na dann was hast du gesagt jetzt liegt die Bestrafung nee jetzt ist ein B auf X mit die Bestrafung vorne mit fünf Votes ja jetzt ist beides gleich mäh warte ich mach das nicht Philipp macht das ja auch nicht B auf X ich bin kein Roboter Klippen ist jetzt höher Votes jetzt ist beides gleich ja ich trinke gerne kurzen aber ansonsten meine ich ja dann trink ich jetzt mal einen kurzen oh Kirschlikör ey Philipp hier meckert irgendwie so ein Typ von Twitch ach guck mal Philipp bringt auch einen oh Sascha auf die unter 11 auf alte Zeiten der deutschen Bundesbahn was bedeutet im Chat wenn man davor so ein Zeichen hat und da Turbo steht das ist eh dass du so ein Abo hast bei Twitch ja er schreibt nämlich die ganze Zeit dass es kein Omsi ist ja das ist auf TS16 ja aber wenn er im Spiel ja das steht falsch ich hab das nicht geändert oh ne witz ich muss jetzt auf Klo ach Trier ist ja schon der nächste Halt Gott sei Dank er drückt mal F2 wegen Speichern dann musst du was was neee als Lokführer musst du auch durchhalten ja aber wenn es abkacken bleibt abschmiert halte ich jetzt noch durch ich mein wenn das Programm abschmiert wegen der Scheiße hier da hier ich hab mehr getrunken als du das war ein Witz der ist hacke dicht Philipp ist hacke dicht ich hacke dicht ich hacke dicht ich hab mich gar nix mehr sehen ich glaub da denk ich weg 131 Zuschauer boah Sascha ey das ist ja Wahnsinn ruhig ey guck mal ich liebe euch liebe Leute ihr seid die geilsten Leute das letzte Jahr mit uns guck mal wen liebt der denn mehr liebt der mich oder liebt der Philipp mehr dafür machen wir jetzt noch mal ein Wo uh ja jetzt gehts aber los hier Sascha 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 wenn du schon feige bist und noch nicht mal ein Bier Ex ja dann darf ich auch so ein Vote machen ich hab auch den Lust nicht die meinen kurzen Ex sich mit du brauchst mit mir gar nicht diskutieren leck mich am Arsch leck mich am Arsch ich fahr schon wieder zu schnell leck mich am Arsch ja Sascha ja äh wie war die Frage wem mögt ihr mehr wem mögt ihr mehr wem mögt ihr mehr Philipp oder mich na jetzt gehts los ey nie ihr Bote falsch ey ich komm doch mal anmerken Philipp ist zu feige und Bier zu Echsen ja ich machs immer noch nicht du blödes ich kann mich nicht auf TS konzentrieren bei der da ist ich bin so ja keine Ahnung in Echt fahr ich nicht so echt trinke ich auch kein Alkohol der deniz ähm 3333 äh schreib ich liebe Philipp ach das sind wieder alles hier Philipp Ficker ey nein da war nur Sascha Ficker dabei verdient bis jetzt liegt Sascha vorne ja klar hohoho 3 wufe ja wie soll ich auch mit besserer live streams mach wenn ich immer alleine war das ist scheiße oh wie nimm einer Ja, klar, nach Köln, ne? Immer hier mit E-Log, ne? Alles klar. Wurde immer nachtelektrifiziert. Alles klar. Ja, Sacha, lass uns doch mal... Geh mal lieber deinen Bierechsen. Lass uns doch öfter so einen Scheiß machen. Lass meinen Arm in Ruhe. Livestreams. Lass meinen Arm in Ruhe. Das ist bitter für dich. Ich mach keine Livestreams. Nur damit du mehr Zuschauer hast, ne? Ne, wieso? Dann mach ich ja lieber eigene Livestreams. Das ist lustig. Das ist lustig. Das fällt mir Spaß an. Nur weil du keine vernünftigen Livestreams hin kriegst. Wenn keiner dabei ist. Aber ich muss immer noch pinkeln. Und der Frau hat mir gesagt, dass du ein Bier auf Ex trinken sollst. Du 92%. Ihr könnt ja auch beide mögen, aber mich sollt ihr mehr mögen. Aber guck mal, ich bin besoffen und immer... Also ich bin angezogen und immer noch pünktlich. Ich muss das vielleicht mal 100 Mal. Ich muss auch immer 100 Mal fangen. Aber ich glaube, es wird wieder Zeit für Hanuta und Löwensempf. Ja, kann ich jetzt Hanuta und Löwensempf? Alter, ich meine wirklich. Ich meine wirklich. Pallad, Bier. Mhh. Der Riecht doch nicht. Löwensempf. Haha. Ein Dipen. Also ich möchte es anmerken. Hier ist Löwensempf. Dipen. Dipen. Und geht drinnen. Okay. Aber Philipp liegt bis jetzt bei der Umfrage vorne. Wen mögt ihr mehr? Ja. Ja, aber ich war beides. Ja, aber ich war beides. Ja, aber ich war schreckig. Das sei mit meiner Mutter bis gleich. Ich glaube, wenn die Kelle hier noch... Seid alles Arschkücher. Das wäre der Spaß. Ich glaube, wenn die Kelle hier noch wie auf Karl liegt, dann weiß ich mich, ey. Aber Sascha liegt... Guck mal, was ich mache, ich esse Löwensempf mit Hanuta. Bei der einen Umfrage liegt Sascha vorne, bei der anderen liegt Philipp vorne. Ich hab mit Karl richtig lustig gewesen. Guck mal, ich esse Bier, ich hab schon nur Feiglinge gekauft. Ich esse Löwensempf mit Hanuta. Aber das tut ich alles für euch. Und der, der tut dann immer Bier essen. Aber Karl. Karl ist total. Ja, ich bin der Hauptbahnhof. Ich bin der Hauptbahnhof. Endlich mein Klo kommt. Mein Klo kommt. Soll ich gleich jetzt die Steuerwagen fahren, bei der Karlsruhe? Ja, ja, ja. Alles klar, da fahr ich gleich da. Das ist mit LZB. Na, klar. Philipp macht wieder die feige Sau, weißt du, nur LZB fahren und er nicht tun muss. Geblütig. Ne, Philipp komm, du fährst. Warum muss ich denn nicht? Das ist einfach nicht bestätigen, bitte. Keine Ahnung, fang mit mir. Ich bin aber grad ein bisschen kurios vor hier. Philipp fahrt auf Taurus mit N-Wagenaufmann in Karlsruhe. Ja, ist so. Steuermagen. Mit Taurus. Mit Taurus. Mit Taurus. Na, hier, das ist doch langweilig. Hör mal, wer wohnet dafür, dass ich für Philipp einen Zug auswählen darf? Nächster Halt, Trier Hauptbahnhof. Sehr geehrte Fahrgäste, dieser Zug wird in Trier Hauptbahnhof getrennt. Der vordere Zugteil fährt weiter nach Mannheim Hauptbahnhof über Saarbrücken, Kaiserslautern und Neustadt-Weinstraße. Der hintere Zugteil fährt weiter nach Luxemburg über Wasserwillig. Ausstieg in Fahrtrichtung. Ich hab mal ne Frage. Was? Welcher zweiter Zugteil? Welcher zweiter Zugteil? Nur ganz einfach. Drei N-Wagen fahren weiter und die zwei fahren in die andere Richtung. Ja, genau. Wenn der gekoppelt ist. Alles klar, alle wohnen dafür, dass ich dir einen Zug aussuche. Das mach ich jetzt auch. Du gehst nämlich raus. Ich geh auf die Rette. Oh, ich suche einen schönen Zug für dich. Auf welcher Strecke soll er fahren? Freiberg. Soll er wirklich auf Mannheim Karlsruhe fahren? Nein. Nein. Projekt Freiberg. Projekt Freiberg? Ja, lass ihn auf Projekt Freiberg fahren. Das werde ich noch schneiden. Oh, Philipp ist sogar wirklich rausgegangen. Ja, Intercity mit 2018. Lass mir mal durch den Osten heizen. Also ich merke schon, dass der Philipp mich nach diesem Livestream hassen wird, aber... Der Philipp. Nee, Philipp ist grad nicht da, der ist grad rausgegangen. Wo ist denn der? Ja. Ja, weil ich ja jetzt gleich einen Zug für ihn ausführe. Danach geh ich erst mal auf Klo. Dreiländereck? Wollen wir Dreiländereck fahren? Ja. Nein. Nein, das stürzt nur ab. Nein. Nein. Nein, das stürzt nur ab. Oder macht Berlin Leipzig? Nein, ich pack die LZB und so. Ja, nur beim Tower. Guck mal, ich versteh grad nicht, ne? Hier, guck mal, diese grüne Linie da, ne? Die ist weit oben, aber hier ist schon der Bahnsteig hier hin. Ja, ja. Ey, das spackt im Trainsimulator rum. Aber wie verschiebt sich das die ganze Zeit? Ja, ich fahr trotzdem jetzt mal bis nach vorne. Wie gesagt, tut mir jetzt natürlich leid hier, weil... fahr mal bis nach vorne, das ist mir auch egal. Philipp, ich ruf dich rein. Muss dann, wenn es aber gespawnt ist, ganz weit raussuchen. Äh, raussuchen. Aber gib dem Philipp ne EA20. Da ist der Philipp noch nie gefahren. Da ist das Ding noch nie gefahren. Das so. Gib dem ne EA20 mit Güterzug. Geh raus. Wieso? Du sollst rausgehen. Wieso? Weil ich dir einen Zug aussuchen soll. Auf welcher Strecke suche ich alles aus? Geh raus. Geh raus. Geh raus. Ich rufe dich dann rein. Geh raus. Geh raus. Geh raus. Geh raus. Geh raus. Ey, gib dem ne EA20. Alter. Gib dem EA20. Ist so. So meine Damen und Herren, es tut mir leid, dass ich ein bisschen scheiße gefahren bin. Ja, so normalerweise. Gib dem die EA20, Alter. Aber guck mal, immerhin hab ich vor der Harttafel fast originall gehalten. Ey, gib dem die EA20. Das Ding noch nie gefahren. Ist so. Soll ich dem das mit dem Güterzug geben? Ja, weil die Güter... Mach die Tür zu. Mach die Tür zu. Aber du hörst alles. Mach die Tür zu. Da mache ich jetzt die Tür zu. So, meine Damen und Herren. Also, welche Strecke? So, gut gemacht. Sie haben das Szenario erfolgreich abgeschrieben. München? Nein, das ist doch langweilig. Ein Uhr gut bestätigen muss. ÖBB 20. Ja, 2016. Ey, Sascha, nimm noch eine Strecke, wo er viel PZW bestätigen muss. Ja, ist der Projekt Freiberg. Ja. Nee, 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 nee. Altenburg-Wildau-V3. Altenburg-Wildau-V3. Da musst du richtig viel bestätigen. Nee, es muss eine schöne Strecke sein schon. Ja, Altenburg-Wildau ist doch eigentlich ganz schön. Berlin-Leipzig wäre doch eine gute Idee. Nein, aber da muss er doch nichts bestätigen. Gibt dem Altenburg-Wildau-V3. Ja, bei Berlin-Leipzig, das fordert ihn so ein bisschen. Wieso? Nein, Altenburg-Wildau-V3, Alter. Richtig viele Langsamfahrstellen. Okay, wir machen jetzt ein kleines Vot. Nein, komm, gib dem das jetzt einfach. Freiberg, Freiberg, Freiberg. Mach schnell ein Vot los. Also, der Zug steht schon mal eher 20. Ja, komm, komm, gibt den... Der Zug steht schon mal fest. Mach Freiberg. Ja, komm, mach Projekt Freiberg. Hey, warte, 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 ich stelle einen Zug zusammen. Der wird so sterben. Mach Freiberg. Der wird so sterben, pass auf. Ich glaube, der hat noch hier ein Freiberg drin. Ich hoffe, das geht schnell. Ich bin der Part Freiberg. Also, ihr votet jetzt schnell und ich gehe schnell auf Toilette, während das Läder, ne? Dann stellen wir einen Zug zusammen. Bis gleich. Ja, dann mach schnell, ich komme gleich. Ey, der Sascha muss dem gleich dann doppeltradio und eher 20 gehen. Ach, schau. Wenn du bin eher 20, dann kannst du nicht fahren. Ist doch gut, wenn man sich mitfahren kann. Genau. Der kann ich nicht fahren. Der soll den Dampflok fahren. Ja, 86. Doch, mein Dampflok, das wäre mega. Sag mal, Jan, hast du eine Aufgabe mit der V60? Ja, nee, ich habe es nur umgeändert. Dann bleibe ich auch. Ach, Achtung, Philipp kommt, nichts zu sagen. Ja, okay, ähm. Ne, jetzt mal und scheiß, hast du eine Aufgabe für die V60? Und für dich, was ein sehr bösen Name ist, ist er ganz gut, weil es gut hat, will ich? Ich frage eine Dampflok, eine Dampflok. Der Philipp, alter, der wird sich gleich so einen, naja. Ja, ja. Ja, 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 ja. müssen wir den Chat unterhalten, äh. Wenn alles schmeckt und keiner lacht hat Paddy einen Witz gemacht, ahahahahahahaha Ja, ist so einfach Ahahahahaha Ich finde es eine Schande, dass er... Ich finde es echt schade, dass der Philipp sich traut, ein Bier zu exen Ja, ist so Ach du Scheiße, 11 Prozent, oder? Das sind wir das letzte Mal geladen Daniel? Vor drei Wochen? Super Buddy was moved out of your channel So, meine Damen und Herren, leider dauert es jetzt noch ein bisschen Philipp bleibt draußen Aber währenddessen könnt ihr euch ja schon mal ein bisschen entscheiden, was er fährt Ja, Sascha, lass ihn mit dem Dampflok fahren Nee, das ist zu fies, das habe ich jetzt gerade gesagt, das machen wir nicht Eher 20 Die nehmen wir Guck weg Ja, ich sehe das ja auch nicht Egal, aber du hörst zu Ja, er hat gerade gesagt, dass er sie nicht fahren kann die Eher 20 Ja, ich sag wir haben es gerade Nimmst du mal dein fettes Ohr weg? Weißt du, man das letzte Mal den Essens Ordner da geladen hat vor 20 Jahren Ach nee Man wird wissen, kann ich ja schon mal die Frikadellen essen Ja, ich wäre jetzt noch ein bisschen Okay, dir lasse ich eine übrig Ja, du Arsch Ja, du Arsch Ja, du Arsch Das sind aber wirklich eine Das sind dann Berlin-Leipzig-Fahren kommen Ja, du Arsch Ja, du Arsch Ja, du Arsch Also ich weiß nicht, was ich spielen soll, ne? Mir ist gerade so mega langweilig Scheiß, ich hab das Ding jetzt abgekackt Ja, der Philipp hat alles an Locks, nicht nur den 628 Aber nein, er fährt jetzt gleich 6, ähm, äh, nicht 628, sondern eher 20 Ach guck mal, safe dumps, wusch ich da Ja gut, dann lass, äh, 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 dann gibt ihm ein voreingestelltes Ding, Sascha Ja, noch was anderes Ja, noch was anderes Ja, dann sind's halt nicht so viele Wagen Ich mach was anderes Pass mal auf Du wirst dich jetzt noch umgucken So, pass mal auf Ähm, da ist Fernseh und Läser Wir machen jetzt was anderes ganz schnell eine schnelle spiel sind aber machen ja ja gibt ihm einfach mit 25 glas wagen oder so ja ja aber wenn wenn dir das ja da abstürzt dann nee das ist ja nur beim schnellen spiel aber im szenario geht die da kann ich das erstellen ja stimmt gleich wann gibt es in der 425 nafb also ich weiß nicht was ich für musik kommt wird da nicht so gern passen panzer wagen da kann der philipp direkt nach polen panzer ich begrüße sie anscha panzer panzer anscha ich panzer panzer ich spiele jetzt trick mania das dauert doch was oder gibt dem einfach personen ding oder damit güterwagen fährt 20 überall halten blume habe ich dich genannt als die große sonne in japan versankt aber ja du kannst auch böses an dann musst du dem philipp gleich die ganz großartig überhaupt eine 294 kriegs gleich du musst dem philipp gleich sagen entweder erfährt die er 20 oder ein bier auf ex trinken also festgelegt wurde gerade festgelegt wurde gerade festgelegt oder nicht leute wenn er sich weigert muss das machen mein gott der philipp sollten jetzt so eine pussie sein da stimme ich zu ich auch danke weiß ich danke weiß ja ich mein teppel sagt dass er sich nicht so anstellen soll du sollst du dich so anstellen hat er gesagt ja du sollst du klappern sonst kommt er ins allgäu ja ja er mit wie viel von seinen freunden du mit wie viel von deinen freunden so sag ich mach ich mach schon mal ein kuchen sauer ist ein verarschen er sagt dem mal dem philipp nicht dass ich schon mal ein kuchen backe was dann für ein kuchen philipp sagt das mal den philipp ich habe mehr zuschauer ohne dich das normal ich mag das welchen kuchen soll ich backen frag mal philipp welchen kuchen machen wir kuchen mit sperma das machst du nicht meine mutter antiken nein war was denn ich trinke jetzt noch ein feil ja ich bin ja nicht zu feil der spiel mein kopf ist doch nicht abgestürzt wieso gibt es ja nur noch diese sache gekürzt ja toll doch machst du das auch gekauft weil das schmeckt ja philipp muss gleich 20 von erstes lo fahren doppel oder doppel oder 1 ich habe hier eine pfandflasche für den automaten kann doch mal schneller laden er ist ja gedacht ja meiner ist jetzt schon längst zehnmal fertig jetzt frage ich mich auch gerade mag wie lange das noch lebt auch guck mal das fährt nicht geworden hat schon gefunden da steht doch schon der zug ist das leer zu das ist doch ein güterzug 151 stellen wir mal hier so hallo bei philipp es ist voll am rum lenken aber guck mal ich habe gerade wieder einen weggezogen so dann gehst du bei erstes lo ist sie drin na ja ich habe mich schon was ja noch ein bisschen keine ahnung ich krieg das schon fertig hier ich krieg das schon fertig macht man dass die schimmel ist das die wichtige schimmel mhc ist es glaube ich nicht ja das ist die richtige die heißt bb er 20 20 16 so und jetzt bin ich noch ein bisschen fieser hat er jetzt nur so ein lehrzuch das war langweilig da hinten dran kommen jetzt noch ein paar blande ich glaube du hast die lockt nicht richtig hinten an die wagen drangehangen doch doch gut weil das so kann es findet dieses menschen menschen warte ich komme mich gleich rum wenn man nicht mal ich meine was sind denn die gute beladene wagen ja von der wen war das wertumfrage aufbauen sondern habe ich die getrunter wie habe ich geschrieben wie findet ihr den stream beste aller zeiten super scheiße und zum kotzen der beste aller zeiten ist bis jetzt vorne ja genau und scheiße und zum kotzen hat jeweils einer und dann kohle war oder gg einfach sackswagen ich habe sie gefunden Aha! Nimm einfach Zackswagen. Wer will der Wagen sich nicht ankuppeln lassen oder was? Ich verstehe es gerade auch nicht. Er sagt, ich war nicht richtig dran. Äh, wieso kippt den den durch? Schmeiß den mal da raus. Puss mal auf. Haha. Oh ne, nicht so ein Ding da. Ach, ich krieg jetzt hinten einen Schrottwagen dran. Ich hab kein Whisky mehr. Warum sind die alle nicht benötigt? Doch, doch, das kommt danach glaub ich. Das kannst du glaub ich auch einstellen im Szenario Editor. Echt? Mhm. Ja, stimmt, klar. So geht das natürlich. Sind alle nicht beladen, aber da kannst du irgendwie einstellen, dass die... Weiß gar nicht, wie das geht. Boah, das hab ich noch ein paar Wagen dann da. Zu viele wollen wir ja auch nicht dran nehmen. Ich mein, du hast nur eine 2116 vorne, ne? Ja komm, das reicht Sascha. Sonst kommt das Ding ja gar nicht aus dem Arsch. Ja, Mann, ich tu nochmal zwei. Das fährt so wahrscheinlich schon in der untersten. Also normalerweise ist das unterste Zugart so, wie ich das hier so glatt seh. Ja komm, der mittlere kann da auffahren. Soll ich ihm wenigstens den Zug schon mal aufrüsten? Nein. Nein. Nee, weil das kriegt er nicht hin. Doch. Ich erklär's dem nicht. Er hat schon mit dem Fahren Probleme. Er bekommt... Er bekommt... Stell die PCP ein. Ja, ich... Nee, ich rüste ihm... Ich rüste ihm den Zug auf, aber er kriegt die unterste Zugart. Die oberste. Nee, die unterste. Nein, komm, lass ihm die. Das muss er doch nicht... Nein, die unterste. Ja, aber viel aufrüsten muss er nicht. Nur Maschinenraum, Motor an und sowas. Ist egal, lass ihn einfach aufrüsten. Irgendwann hinkern den Sack. Ich mach das schon. Weil das wäre jetzt zu gemein, was wir jetzt machen. Philipp, zwei Minuten. Dann darfst du, wie man die aufrüsten? Oder was? Nee, der ist draußen. Der ist das noch nie gefahren. Oh, guck mal, es regnet so... LOL! Hast du das gerade gesehen? Was ist das hier gerade passiert? Wir haben Verzögerungen, Sascha. Aufgrund von Spieler-Kollisionen? Nach rechts. Ah, da muss ich selber nicht zugrafen. Das ist ja jetzt für ein Schrott, Alter. Boah, Philipp, dann fällen sie mal etwas für den Arsch. Zack. Nach rechts. Ja, der Wagenmeister. Irgendwas. Dunkel nach links. Ja, Herr Brinkmann. Der Wagenmeister. Das Szenario ist meiner Meinung sowieso allgemein für den Arsch. Ja, weil... Kommen, dann gibt's den jetzt einfach Quick Drive. Nee, ich mach Ihnen was anderes. Ich mach's anderes. Ich stell die Lokler vor und fahr die dann da dran. da muss aber noch bremstest machen ja kommen gibt die neue verständliche spieler gibt es auch schon vor eingestellte jetzt hat es ja schon mal geladen sollten leider ist das wie gesagt hat leider so lange dauert aber irgendwie ist philips weil da der hat train simulator hier nicht so schaukästen wie der 650 bei uns mach philips gangstellt und nicht kaputt das schau ach so entschuldigung von seinem youtube money kann er sich eine neue kaufen ok der beste aller zeiten liegt richtig vorne jetzt einfach nur die er 20 vorne reinhauen nicht mehr machen die hängt doch schon ich habe die ist schon wieder passiert das kann sein dass die wagen ineinander stehen da musst du mal gucken da musst du mal wirklich jeden wagen abgucken mit der maus drüber gehen ob die alle zusammen sind das war nicht wahr oder was ist das für ein schrott egal ich bin jetzt einfach jetzt gucke ich habe ich gucke jetzt einfach hier das szenario mit der 140 und hängen einfach nur die er 20 vorne dran ich habe andere idee ich lasse ich hänge einfach ein wagen von den anderen ab und dann schiebe ich die zusammen das geht ja auch bis jetzt nicht die welt ja das kann ich ja schnell machen kann ich sagen findet ganz gut was macht der philipp eigentlich jetzt gerade da hängt draußen wieso ja weil ich ihn rausgeschickt habe ich habe mir seine eigene wohnung ausgeschmissen jetzt machst du seinen pc kaputt ja genau ich habe mir jetzt noch ein virus hier drauf geladen dann geht das was mal auf so die lok ist es nicht wasser weißt du was aufgenommen habe da guck mal hier wasser ja ich habe schon den wagen gefunden wo das passiert ist was auch ich habe den ein armen hat von philips so musik laufen lassen dann habe ich ihn die ganze zeit hier so gesagt kommt philip mach nur mal die toilette für uns das habe ich schon mit dem wagen zusammen das habe ich schön mit auf dem broadcaster aufgenommen das war ganz am anfang stehen die zusammen ich habe schon gesehen was gehört dass ich muss trotzdem den ganzen zug zum abschließen hast du gehört was denn ja ich habe das schon gehört kriegt nur gerade den ganzen zug noch mal hierhin wer steht der stück wichtig auch für die praktisch nicht gemacht er hat schon gefunden ja du weißt schon das erfüllt über den film zuschaut mehr über handy liegen gelassen dann noch habe ich jetzt trotzdem vorsichtshalber noch mal du kannst die kleinen und die kleinen wagen ja mal gegen ihr vtg benzin tauschen ne komm jetzt noch zehn stunden ja das stimmt auch wieder aber ich glaube mit dem leerzug hat er auch schon zu tun ja dann starte mal ja jetzt muss immer bedenken wir haben eine verzögerung ne neunfünfzig minuten noch der kaufmann geht los echt oh ja tatsächlich hat bestellen post post pssst 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 Aber das Ding ist ein bisschen im Haarschmerk, das letztlich mache ich dann noch mal die Römmschwürgelang. Ähm, äh, Shift-V und dann auf Short tun. Auf Shift-V? Ja. Paddy? Ja. Welche Playlist? Ja, Shift-V war's nicht. Äh, mach mal Shift-V. Mein eigenes Spotify. Machst du das, scheiße. Oder V? Ne, V war's auch nicht. Also wenn du mich im Facebook hast, dann kannst du meine, äh, Playlist... Was kann ich dann? Kann ich aufhören. Echt? Jaja. Du kannst dann, also du musst mich im Facebook hinzufügen. Äh. Du heißt doch Paddy Paddy, ne? Genau. Okay, dann hab ich das. Oder? Hast du gefunden? Ne, ähm, ich kann dir nur ne Nachricht schicken, Paddy. Drück mal, äh, drück mal Shift-C. Ne. Hab ich doch schon. Ah, jetzt hast du schon. Ne, das ist Sifa. Bei mir ist es aber Shift-V. Wir stellen jetzt schnell was ein. Ich kann dir nur ne Nachricht schicken, Paddy. Du musst dich mal selber essen. Ja, mach ich gleich mit Handy. Alles klar. Äh. Äh. Bremsen hast du, äh, gehen wir mal 65. Äh. Genau 62. Was zu rauchen? Zug Nummer 41. Ja, ich... Ja. Karl-Alan. Mit 10. 41. 260 ist die Zug. Ist klar. Ich müsste es eine bekommen haben. Ja, genau. Die Käse. Ja. Ja, zum Beispiel. Und... Ja, Pap, gemerkt, dass du angenommen hast. Ja. Was ist das? Ja... Ja. Und jetzt musst du mal bei Spotify rein. Und du kannst ihn ja Spotify vollen. Achso. Jetzt gehen wir mal Philipp holen. Ja. Du kannst rechts... Ne. Es ist nicht da einmal. Ah ja, hast du schon. Da ist Zugschusschweiber drauf. Alles klar, passt doch alles. Mach mal Zugfunk noch. Obwohl brauchst du ja nicht. Ah, ich glaub, Zugfunk geht nur, wenn du Zugfunk an hast. Ich glaub, das war das. So, Paddy, wenn du mir jetzt was sagst, wie ich dir followen kann, dann bin ich... Du musst mich auf Spotify erst mal suchen. Gebe ich da oben deinen Namen ein oder was in der Suchliste? Naja, einfach Paddy Paddy eingeben. Okay. Okay, da ist er. Ah, okay, followen, ja. So, und die Playlist, die ich jetzt gerade höre, heißt Malle Hits. Ich hab hier nur, ähm, Missile und Freie. Hey, hey! Das ist eine Playlist von mir, muss man gucken. Ja, ja. Aber in öffentliche Playlists hast du nur drei. Warte mal. Oh, Alter, ist ja langweilig. In dem Magen. Dann na. Philipp! Philipp! Ein Zug wartet. Tschüss! Ich fahr um diese Rotze nicht. Du fährst die Rotze nicht. Du fährst die Rotze nicht. Du fährst das jetzt. Oh, auf welcher Strecke? Bei den Leipzig. Das geht ja noch. Du fährst das jetzt. Du fährst das jetzt. Du fährst das jetzt. Philipp, die ist aufgerüstet. Diese Lok hast du wie die Pest. Philipp, ich hab schon alles für dich eingestellt. Ich hab's schon aufgerüstet. Du musst nur noch losfahren. Nur noch losfahren. Das geht ja noch. Ich hasse die Lok trotzdem, weil ich die Lok auch nicht mag. Aber du, weil, aber... Heule! Wie gesagt, ich sag sie dir. Ich hab währenddessen sogar noch zwei Feige. Philipp, komm, ein Bier trinkst du. Den hat er noch nicht mal ausgetrunken. Dann trinke ich gleich, wenn ich fertig bin. Dafür brauche ich erstmal. Halt die Schnauze. Du kriegst keine Download-Rechte mehr. Das war dein Letzten. Du brauchst jetzt keinen mehr drohen. Das war ein Wunschonal. Ich hasse diese Lok. Philipp, das war nicht. Ich hab noch losfahren. Du brauchst die Lokbremse. Okay. Du brauchst die Lokbremse. Die Lokbremse. Sehr schön. Wo fahren wir hin? So, das jetzt. Hä? Haben wir den Scheiben geschaffen? Achso. Achso. So hat die. Ja, ja. Philipp, du musst die Lokbremse lösen. Habe ich schon gemacht. Ja, sie versahen will. Ja, weiß ich. Ja, weiß ich. Mit Leertaste nehmen wir. Kuh oder? Nein. Mit Leertaste. Mit Leertaste. Mit Leertaste. Mit Leertaste. Mit Leertaste. Sorgender Name. Hey, Philipp. Philipp. Ist das schon schwerer? Geht's auch schneller? Ist das schon schwerer? Ja, kannst du nichts einstellen. Wie jetzt? Wo? Welche Taste? Was denn? Nein, das kannst du nur per Hand machen. Ist die AdWance die Verein gehaunt verarscht? Oder was? Wie? Du musst dich hier schnell einstichern, mischern. Vielleicht da, wo das Scheiben sichern wohl ist. Philipp. Drück mal Shift S. Da. Drück mal Shift S, Philipp, bitte. Dann seh ich besser. Ich hab noch ein paar Wagen. Ja, ist ja langweilig. Wo fahren wir hin? Nach? Ja, 41 Kilometer. Danke. Eine Stunde Fahrt. Ja, das geht noch. Ja, danke, dass ich nur Tempo 105 fahren darf. Viel Fahrt. Ja, halt voll, du futze. Ja, halt voll, du futze. Ja, danke, ich kannab ich. Ha, 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 ha. Leute, ich danke euch. Mit dem kannst du eh nicht unterfahren, weil die zehn Stunden braucht. Und ich gebt den Tipp, gib Schuh pro 100% der Gefängnis. Hier wenn du das. Fettz auf. Fettz auf. Oh wir sind kurz. Ha, ha, ha. Okay. Rote. Das war von uns alt. Die Idee, dass du eh an 20 fährst. Ich bin 20. Die aufgerüstet ist alles gut. Ich kann die nicht auflusten. Du musst das mal machen in Ruhe. Ja, ich erfährle das mal. Dann kannst du die auch mal am letzten Fest warten. Ja, das ist ja schon alt. Ja, natürlich. Fick mal. Ich sag's ja, guck in der erste Stunde. Philipp, du kannst ruhig 100% Schub geben. Halt die Klappe! Ich geb dir doch nur eine Zeit. Ja, halt 100%, dann kann die Karre gar nicht mehr fahren. Na klar. Durchgerutscht. Na, probier's doch mal aus, ob sie rutscht. Pfeffer. Da hättest du ruhig mal zwei ER20 dran hängen können. Ja, glaub wär besser gewesen. Ich bin ja fair. Die dürfen doch aussuchen, was ich fahre. Außer Dampftor. Im Chat wird geschrieben, dass du pissig bist. Ja, ich bin auch pissig, weil ich die Lok nicht mag. Ja. Nur weil du auf Zuschauerwünsche einsehen wolltest. Ja, ist so. Hast du die Lok? Ja, Philipp, weil bei der Realität kannst du dir auch nicht aussuchen können. Ja, denkst du ja, ich geh auch nicht extra in Ahnung auf mich. Das kann man sich ja gar nicht mal angucken. Jetzt gibt mal Stoff hier. Ich muss so sanden. Meine Fresse. So sanden. Boah ey. Ich muss die ganze Zeit sanden. So sanden, ne? Ja, ihr drückt euch ganz ein X. Ja, toll. Das schmeckt ja noch langsamer. Ich fahr nicht nur in Allgäu. Ich hasse die Lok. Ich mag die überhaupt nicht. Die fährt auch in Österreich. Ja, soll dir da fahren, da fährt. Es ist ne Taurus mit Diesel. Ja, ist so. Ich mag die trotzdem hier für den Taurus schön. Warum hast du die? Du magst ne Taurus, dann musst du die auch büten. Ich mag den Taurus aber lieber. Das ist die Schwester von der Taurus. Das schmeckt, Leute. Guck mal, ich denk mal, Philipp wird jetzt wahrscheinlich bis zum Feuerwerk brauchen, um das zu fahren. dürfte aus und was nicht fahren das darf doch mal fenster auf ihr stinkt das ist ja dann nicht viel außer das gab es gab eine umfrage und da wurde abgestimmt das ist der beste das leben aller zeiten ist ja philipp es regnet und macht die tür hallo du fährst doch schon 70 ich fahr ich hoffe philipp kriegt die beeinflusst ich glaube hier gibt es keine vielleicht hat der sascha ja was eingebaut ich habe einfach nur fährst aber sascha ist da schon das war nicht ich dachte ich dachte mehr fifa 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 nein die 120 können vom szenario vom szenario stelle eingestellt werden wir werden noch oben machen können und auch besser ja die schleudern aber nicht bringt doch nichts sonst zu streuen wenn die lok nicht schleudert mit der erlanger wird jetzt noch nicht steigen das war nicht aber hier ist eine steigung hallo das geht ja auch bergauf ja sascha es ist ja auch eine steigung deshalb geht es ja auch bergauf ha 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 du hast schon ich hasse diese herz ich hasse sie auch aber ich musste sie mal aber darf ich mal anmerken sie hängt sich immer auf dem tablet des mimo ja keine ahnung keine ahnung kommen sie ist ein scheiß das ist ein monitor auf was scheint denn der chat zu im tss was ich fahre ey guck mal philippe ist im chat philippe ist im chat ach ja philippe 31 guck mal philippe musst du bis Luttenwalde fahren stell mal vor wie du bist du bis Luttenbund fahren ja dann wären wir noch nicht bis 10 vor 12 fertig wär ja morgen nur die jacke toll ein bisschen beeinflussen war klar das war beeinflussen vor ja da kommt dann hier 80 beeinflussungen oder ja ja ne danke bringen wir an bitte für 50 philippe keine ahnung so ist 38 gut mann mann 39 ey b**** mann samanta ja sag doch ich kann mit der lok ich kann mit der lok nicht ich kann mit der lok nicht fahren ich kann die lok nicht fahren weißt du doch liebe leute für das spiel ist angepilzt ich kann 218 besser fahren das war das war dieses Jahr ohne schwer zu fahren ja ist auch besser der lok für deutsche mitarbeiter das war das war es ist ja ein für die nach außen ring oder aber das war wir sind jetzt hier ganz in der heide du bist es gleich ach so aha ja ich darf jetzt gleich über die lange kurve fahren das schaffe ich kurz das ist ja gar nicht verstehe ich ja gar nicht oh kinders wie fahre gleich sprechen die letzten 40 minuten des Jahres an gott sei dank ich weiß schon was das ich weiß schon was das ist ja der 0 habe ich auch guck mal du weißt schon auf die Finger halten ihr werdet ihr schon alle bereuen philipp was ist bleib mal ruhig ich wollte nur sagen wenn du mich nicht verstehst werde ich dann mal lauter wie fahre werde ich was ist meh mich hast du die lok ich mag die nicht ich muss auch schon mal loks um die c der volle kack steuerung hat die volle du hast ja diesen piss hebel da du musst grad mal popelige 34 km mit der Lok fahren ja toll schaffen wir das bis 20 10 von 10 man kann nicht immer nur das haben was wir ich fahre immer das was ich will ich fahre immer das was ich will und wenn nicht dann tauschen es mir ja ich verstehe dich gut komisch wo ich bin das heißt wenn du mal keinen 628 gibst sondern den standard gibt ja fahre ich standard gibt mir auch standard gibt mir ist voll geil scheiß auf die 60 ey leck mich will jetzt wenn ich den schnellsten tippenkalender da abhängen und da stattdessen alles schweiß ich gleich immer das fenster kannst du mir mitnehmen kannst mitnehmen ach liebe leute wie geht es gut mittlerweile 125 zuschauer Philipp, übrigens das von vorhin, ich habe einfach nur das aus dem Chat vorgelesen. Hatte ich ja gesagt, dass ich das mache für heute. Ich fahr noch ein bisschen runter. Ich hab's halt, musst du gucken zu. Ja, trotzdem nicht über den Tag vorher. Das Ding kann sein, ich fast rollen lassen. Aber bei, nee, rollen nicht, aber trotzdem. Ich fahr. Danke. Philipp? Ja? Ich höre dich schon ein bisschen. Ja, ich bin die erste, ich höre aber nicht schreien. Ich wollte nicht rumschreien. Nee. Also ich hab dich ja auch. Das heißt, drei Sekunden pfeifen und nicht hier 10.000. Und? Ich fahr dir mal gern, Marco. Bei uns pfeifen die doch nicht mal drei Sekunden, Sascha. Hey, hör auf, ey. Damit ich noch in den Zwangsen kriege, oder was? Hey, du Arsch. Hey, du Arsch. Pack auf die Hand. Bumm in die Hand. Bumm in die Hand. Bumm in die Hand, ey. Boah, man kann Philipp ganz neuer Prozent bringen. Wie fahr. Wär's dir schön, wenn die jetzt 80 waren. Alles mal, ey. Hahaha. Die Besse. Das kriegt ihr alle wieder, ey. In einem Video, ey. Kriegt ihr alle wieder. Ich krieg euch alle, ich kriege euch alle. Ja, ja. Ich bringe mal ein Lasse, ist das mir nicht unfair. Philipp ist ein bisschen angepüsst. Hätt's doch gereicht, wenn du mich in den Stream fahren könntest. Ja, du bist echt herzlichen Hartzwebe-Express auf der Fahrtkarte und meine. Ja, toll. Nächster halt. Wir fahren wen eigentlich? Wir fahren mit der Barschau, oder was? Über Arschheim. Barschheim. Ja, das System hättest du auch ruhig aufs DB stellen können, ne? Das schafft nicht. Meine Damen und Herren. Die Fahrt. Die Fahrt. Was sagt der Chat so? Ja, du kannst einen Dampflok kriegen, ja. Da lass ich mir noch was einfallen. Ja, aber es gibt ja jetzt die neue Dampflok-Steuer Robo-Train-Simulator. Das zeigt dir ja, was du machen musst. Keine Dampflok. Ich hab' dir auch die Dampflok erspart. Ja, ich hab' mir dann schön den Loch. Wir haben auch gesagt, dass du Dampflok fahren sollst. Ah, ich suchte dir schon was Schönes. Mach' ich geh. Du kriegst aber was tolles. Ja, wahrscheinlich 140, ne? Haha, 140. Was? Ich hab' dir gern andere gelernt bei der Dampflok. Ja, das schaut doch. Mama, 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 Mama. Mama, Mama. Das ist fast schon auf 78. Wow. Und gleich kommt wieder eine Bei-Einfluss-Nubella. Das Gleitswechsel ist 60. Go Philipp! Go Philipp! Go Philipp! Oh, du brauchst dich hohnen. Ich hohne gerne, friss halt nicht. Ich hohne gerne. Wir sind doch nur noch 29 Kilometer, also voll egal. Ich stehe nicht vor, Philipp einfach nicht ganz aufschalten. Er traut sich nicht. Und ich finde, jedermann hat den Ende sein erstes Mal. Das ist jetzt aber fies mir gegenüber, du Arsch. Ich weiß. Fies mal. Aber ich muss ja sagen, Blasen ist schon geil, ne? Und Philipp geht wieder ein Weiß los. Aber guck mal, immerhin auf 60 kmh. Das heißt, du hast dich so... Das ist lösebar. Wenn man findet... 54,40 kmh. FIFA! Ja. 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 Oh Gott, wie du auf dem Hof fliehst, ey. Das ist schön. Du musst erst 14.21 den ersten Zug wegnehmen. Asshar, haust du deine Mäh? Was? Ob du eine Zigarette mit rausst? FIFA! Es neblig hier noch alles zu! Du musst du so oder so? Ach schon! Danke! Ich esse gleich noch mehr Hanuta mit Löwensempf! Ist doch nicht unser Problem, oder? Oh warte mal Apfelringe mit Löwensempf! Boah! Lecker! Nein! Boah! Boah! Wenn du lass es da ist, da kommt der ganze Zucker in den Semper! Ist ekelig! Dann macht dir das irgendwo in eine Schüssel, ey! Da hab ich keinen Bock drauf! Zweiter Schrank links! Herzsteller! Wie schön! Ja, nimm dir den Herzsteller! FIFA! Der Paddy macht den Chat und Fragen und so machen alle hier auf dem Theme-Speak! Ja! 127 Zuschauerbilder! Ja, kannst du lange warten, bis da was rauskommt! Einfach plopp! Ja, du bist da rein! Ja, das reicht doch! FIFA! Ja! Ba! Du bist schlecht, ey! Ba! Baa! Jetzt ist er da folgt! Ba! Hiii-hii! Ba! Alter! Ba! Sieht aus wie hingeschissen... Sieht aus wie hingeschissen! Apfelringe! 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 Löwensimpf! Apfelringe! Apfelringe! Siehste Lache! Ekelhaft, also Hanuta mit dem kann ich doch verstehen, aber nicht Apfelringe! Ich kann das doch nicht mehr verstehen! Apfelringe! Apfelringe! Wo ist denn das hier? Boah, wer wird schlecht, ey! Aber eben noch gelacht, weißt du! Boah, wer wird richtig schlecht, ey! Bleh! Felle! Was, bitte? Der wird doch endlich mal lauter im Team! Was? Der wird doch endlich mal lauter im Team! Ja, ich kann dich jetzt nicht raus, sonst kackt der TS ab! Nein, das ist ein Kopf nur, das ist manchmal nur auf bestimmten Strecken! FIFA! Boah! Boah! Wie wird schlecht, Alter! Alter, wie wird schlecht, Alter! Alter! Eigentlich in 25 Kilometer sind wir da! Gott sei Dank! Komm mal! Komm mal! G� Mal ... Los jetzt Philo! Was ta flawless! Was? Sch 제�伸 ведert! Scharf! aber ich ziehe es durch was noch was noch baguette essen aber soll man noch schicken da geht's machen ja wenn wir wiederkommen ja auch löwenzempf hier ist mit ketchup da kannst du löwenzempf essen das ist so krass sonst mal hamuta mit mayo essen du heulst schon richtig heulst schon richtig ich schaff kein das macht ja die bude sieht aus das ist so lecker das kann doch nicht lecker sein oder ja das ist so fertig ja 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 Was denn? Ich hatte gerade Bier. Was ist? Dreh mich doch endlich mal lauter. Ich kann dich nicht lauter stellen, ich bin im Teamspeed, im MTS 16. Da kackt die Strecke nicht ab. Da kackt die ab. Da ist doch egal, man kann halt das Leben jetzt mal bitte. Und der Kappenfilme, ne? Oh. Der Kappenfilme, der lockt. Da siehst du doch keiner aus. Kappenfilme, die lockt doch sowieso nicht. Ey Penny, Tim schreibt doch, wer den ganzen Bus bekommt. Eine Gegenleistung, Alter. Was ist das denn? Einmal ficken umsonst, oder was? Was heißt doch immer, du musst doch ein Zimmer auf ein. Ja. Da und da. Da und da. Da ist doch schlecht, Alter. Alter. Du hast dein eigenes Bett. Du kriegst nur so, Moment. Das bin ich. Was? So, alle schon sogar vorbereitet. Mit Spächer, alles neu. So, liebe Leute. Jetzt hab ich schon drei Sachen gemacht. Ich hab Feindlinge getrunken. Ich hab ein Bier geengst. Esse Hanuta. Mit Senf, find ich so. Hab jetzt Apfelringe mit Senf gegessen. Also ich bin dann dran dafür, dass Philipp auch mal was ekeliges macht. Nee, ich mach das ganz bestimmt nicht. Das könnt ihr vergessen, weil damit nehmt. Nee, ich mach das nicht. Mir geht's immer noch gut. Ich mach das nicht. Weil ich nicht so ne Scheiße mache. Guck mal, 21 Kilometer. Hab da keinen Bock drauf. So Verständnis haben, dass ich nicht sowas machen werde. So oft mag ich. So was mag ich gerne so was. Zug zusammen bestimmt. Da, 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 da. Ey, Penny, fahr ich durch Trebin durch. Soll ich nicht absetzen? Ja. Da sind wir ja eh nicht. Ich denke mal wir sehen uns dann alle nachher um halb eins. 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 Die wollen mich nie nach Böller noch loswerden. Wie viele sind doch Böllerwürzel, die lustig sind dann? Dann zutzt du einfach die ganze Tüte an. Die Rollbrüller sind wie geiler. Ich hab's mal Racket. Ich kann die Philipp in den Arsch schießen. Ja. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, der Zug, der renkt weg. Oh Gott. Oh, ich war ja die ganze Zeit im Chat angemeldet, Alter. Scheiße, Alter, ich muss mir die Plus-Packs neu kaufen. Warum? Ich hab die, äh, die... Nee, also Hanuta mit Ketchup, Mayo und Simpf, das ist wirklich ekelig. Was ist die an? Warte, ich reihe. Obwohl, Apfel geht mir mit Simpf ist schon sehr stark werfen. Wenn ich das beantworten kann, dann auch Löwensensen. Schaf und roh, ey. Haha. Fiefer. Danke, Simpf, Simpf, wünsche ich dir auch. Jo, komm ja aus. Jo? Kannst du? Jo. Machst du hier oder Feierabendung? Ja, ist normal, es gibt sie hier. Ich gehe fast. Äh, warte, schuldig, woher kommen wir? Ja, es fanden sich, ich fanden es doch gar nicht so schön. Das muss ich mal selber auch prüsten. Jo, ja. Hey, ich schalte dir. Jo, gebt mal. Ja, du musst Philipp dir nur Power geben. Ja, ich schalte dir den Arsch hin. Wie schaffen wir das denn? Wir sind nur 80 Kilometer, schon schön. Fiefer. Und Philipp, kommen wir doch ein bisschen nur an, oder? Ja, ja. Was soll das? Was soll das? Was? Wo ist das Versur? Ja, voll der behindert. Wom fahr ich nicht mehr durch, was weiß ich. Der kommt gar nicht. Wenn er... Einfach mit drei. Gelb. Um dich zu beschweren und frei. Halt, er wacht. Behinder. 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 Quick drei. Fehlerhaft. Das ist kein Trick. Das ist kein... Das ist ein Szenario. Das ist ein Quick Drive. Das ist ein Szenario. Boah, ja, ein Halsmaul. Ja, was denn das ist ein Szenario? Das ist ein Quick Drive. Ich bin doch nicht doof. Das ist ein Szenario. Ja, komm, komm. Keine Ahnung. Drück doch mal F1. Ja, 1. F1. Ja, letztens nach Leipzig. Ja. Ja, aber warum fahre ich dann einfach rechts und links? Das ist wie ein Quick Drive. Ja, weil das von Berlin-Leipzig so ist. Ja, dann sollen sie das mal umändern. Da fährt man so keine Schwung. Ja, da kann ich aber nicht... Ich brauche mich zu beschweren und fahre. Ich fahre. Ich fahre. Weil mich diese Scheiße nervt, dass man einfach rechts runterholt. Das hat mich schon im Video beschwert. Ja, dann was kann ich dafür. Aber nein. Keiner macht ja etwas. Ja, das ist sickig, weil ich mir zuerst warte bin. Was können wir bitteschön dafür? Nix. Ist so. Ich zieh aber Vollgas, ey. Ja, guck, dazu kannst du nix sagen. Alter. Oh, gute Terrorwarnung für München. Auf Todärzte nehmen wir hin, weil sie geht die Polizei davon aus, dass in München heute nach einem Terroranschlag geplant ist. Die Polizei bitte die Menschen... Ja, mit was? Mit Wunderkerzen oder was? Ja, mit Wunderkerzen oder was? Ja, mit Wunderkerzen oder was? Sind die Bahnhöfe schon gesperrt? Jan? Ja? Sind die Bahnhöfe schon gesperrt? Keine Ahnung, ich hab hier gerade was, ich schicke den Mic rein. Ja. Jo. Das ist auch von dem Typen, von dem Lockenführer da. FIFA. Hier steht auch Bestimmung, Badverkehr Einmeldung, aktuelle Terrorwarnung für München, meidet den Hauptbahnhof Zugverkehr ist eingestellt. 15 Kilometer, doch schalalala, 15 Kilometer, schalalala, 15 Kilometer, schalalala, 15 Kilometer, FIFA. Film schafft das dieses Jahr, nicht mehr nach Hause. Oh Jan, guck mal ins Riss und geht mal München auf Bahnhof ein. Kannst du vergessen, wegen der Terroratung. Polizeilich ermitteln. Was da beim Magen krummeln. Ja, das war scheißen, was? Bitches. Ja, bitches. Ey. Ah! Ey, soll das. Fände ich voll unfair, wenn da jetzt was wäre. Wurde der Bahnbetrieb für Züge der Deutschen Bahn vorübergehend eingestellt. Eingestellt, ja. Ich hab jetzt auch Riss. Ich wollte nicht den München auch mal mitfahren. Ich hab ja ein Tablet. Ja, die fangen zum Beispiel alles an. Aber du hast leider nur Zugriff auf dieses Reisezentrum Riss. Oh. Ich bin voll scheiße, eigentlich brauchst du das TF-Riss. Dann kannst du auch ansagen, wenn du so anspringen. FIFA. Hä, wie denn? Dieses TF-Riss. Ach so. Hat doch von deinem Kumpenleiter dann gekocht. Hm. Ich bin sicher mit der Beziehung Zitat, das sind ja alle Ansagen. Inzern, Stamm, München, Aufwandhof und Halt, Erbot, in München, Pasing, auf, äh, so. Ey, Benni, bist du auch schon besoffen, dass du instanden schreibst? Nö. Kommt halt mal vor, war? Ups, das war die Pfadflasche. Wieso schmeißt du Pfadflaschen? Ja, ich hab die gerade noch. Ich weiß auch, wen die abbringst du brauchst. Nein, das fände ich unfair. Fände ich unfair. Fände ich unfair. Bin ich gerade vorbeigefahren. FIFA. Was denn? Philipp. Bist du denn jetzt? Oh Mann ey. Mann ist bei deinem Niki. Was bist du denn jetzt? Hast du gehört? Oh, ganz ehrlich, die AIS macht doch eh nix, ganz ehrlich. Sagen nur, dann gehen da keine Leute. Ich würd ruhig sein, die AIS ist nicht zu unterschätzen. Ja, schon, aber die machen doch eh nix. Entschuldige, ich hab nur den Scheibenwischer lang gehabt. So. Oh, Philipp kommt noch diesen Zwiebräuter an. Alter. Alter. Kommt 10 Minuten, das passt doch. Sorry, sorry, sorry. FIFA. So, Leute, München, auf Bahnhof ist gesperrt wegen Temporra. Ja, jetzt ist okay. Ja, ich mach grad auf. Aber egal. So, hab auch hier. Ja, mein Gott. Das ist doch dünn Schiss. Das ist doch dünn Schiss. Wieso wollte er immer alle mich geschossen haben, Alter? Schieß mir hinter schon nach oben, bis Heizburg ist. Ich bin auch nur ein Mensch, der Liebe braucht. Ich bin kein Geh, an dem man einfach durch die Gegend schiebt. Wieso Fußball? Ich find mich ein bisschen gemein, Junge. Wieso Fußball, ey? FIFA. Hä, seit wann gibt's denn ne AFB in der 425? Ja, das ist... Wo gibt's ne AFB in der 425, in Becher? Ja, das hat die DTG eingebaut. Oh Gott, Alter, sind die behindert. Was? In der 425 haben sie der AFB reingebaut, die DTG-Stricher. Wo? Scheiß. Keine Ahnung, musst du Karl fragen, ich weiß nicht wo. Ja, ich hab vorhin auch das Video bei Facebook gesehen, da sind die mit AFB gefahren. Der ist kotzübel. Ich weiß nicht, Sascha, vielleicht gleich noch ne Runde um sie. Richtig aus Spaß. Aus Spaß ne Runde um sie. Ne Runde um sie, das ist gleich. Ne Runde um sie auf Tettau, übernommen. Da gibt's... Da sind keine Häuser. Das sind keine Häuser. Du darfst es nicht. Ja, genau. Keine Häuser. Keine Häuser. Da will ich auch schon. Keine Dampf. Der Dampf noch kriegst du auch nicht. Doch. Hab ich dir auch. Ja, du kriegst irgendwas Schönes. Such mir da noch was raus. Aber ich glaub, du kriegst irgendeinen Quick-Drive von mir. Ich hab keinen Bock mit deinem Zugzeugsteller. Da haben wir jetzt so lange über 10. Ja, was denn? Wer hat mich was gefragt? Ja, ich ähm, ähm, genau hänge ich in den Miller-Front-Zug. Projekt Freiberg, Karl, Projekt Freiberg Heil-Signale. Heil-Signale, schön, Heil-Signale. Geht die Abzweigstrecke von Freiberg aus weg. Oh, Krieg. Kriegfahrt. Ich will jetzt, sag mal, äh, was hat das Sofa 6, äh, 6, äh, 6 nicht? Ja, wir fahren an Freiberg, schierter, schöner Strecker hier. Mach, äh, was hat man da hört da hinten? Ah, ich glaube. Das sieht ja gar nichts. Das ist halt Ernsttal. Keine Ahnung. Also, wer mich möchte, der kann gerne anrufen. 0159-0103-960. Allebei bei mich bitte anrufen. Das ist doch gar wirklich meine Erdnummer. Fuck. Glauben wir mal nicht, 080. Das hab ich verkrackt. Ja, die kann man sich auch so schnell merken. Ne, das mal an. Ich hab mir demnächst so eine Lampe, wo du umstellen kannst, zwischen Rot, Grün und Blau irgendein Scheiß. Wo ich mir so eine Lampe, wo du Rot, Grün und Blau mit der Family umstellen kannst. Mach dich im Maul. Das ist Kacke. Das brennt. Das ist scheiße. Das ist so gar nichts im Stream mehr. Ja, da kann der Philipp auch die Facecam ausmachen. Was? FIFA. Warum gehst du nicht an den Handy ran? Weil mein Flugmodus gerade an ist. Ja, aber komm mal, jetzt ist doch geil. Doch, kann man es so lassen. Man zieht jetzt. Ja gut. Dann lassen wir das so. Das kann man jetzt einfach machen. Also, wenn mich möchte, kann ich gerne anrufen. Jetzt geht's auf, ey. Moment, ich mach gleich an. Steht's mal. Gott, nein. Ach, du Scheiße. Wolle ich jetzt, ey. Flugmodus aus. Ja, Moment, Alter. 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 Alter, ich mach das Flugmodus aus, Alter. Nure. Oh, ure Arsch, du. Und wenn das mein Chef sieht, dann hat er ein Blick mit Jungen. Der Chef in der Tiere, dann lacht ich aus. Und dass der kein YouTube guckt. Sei mal vor, du. Alter, ich hab Flugmodus aus. Wahrscheinlich hier so ein Star-Mars-Universion. Mach glücklich, dass ich die ganze Zeit deine Angst. Das ist faktisch. Ich kann da nicht ausschalten. Ich kann ja mal auf den Schul-Kacken. Disco. Disco, 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 Alter. Disco, Disco. Ey, ich will dich. Weißt du, Alter, Disco. Was? Ich will dich. Oh, ne. Wie ist das bei Kajajaner? Wie sieht's aus mit dem Disco? Ja, Disco gut. Du kommst in den Reihen. Hey, war ruhig, Philipp. Hallo, Jan. FIFA. Ja, Philipp sitzt hier neben mir und fährt eine EA-20. Ja, toll. Ey, Mann, ich musste, ich wurde gezwungen, diese Lok zu fahren. Ja, ich weiß. Toll, ey. Hi, grüß dich, Jan. Hallo, Kindergarten. Hallo, Kindergarten. Als Maul. Außer Jan, Schritt. Und Michi. Und Olli. Wettbrühen, schön. Der Rest dann dahinter ist Kindergarten. Du musst ein bisschen zu früh an, oder? Bin nicht. Was ist denn? Ich mach dir gleich die Knappe noch weiter, ne? Ja, um ein Uhr. Dann rutsch mal, gut. Mann, Brötchen. Oh, die Möcke. Ja, toll. Ich dachte, das Signal hat gerade geblinkt. Grüß, Mann, Brötchen. Warte mal, wer war das mit Brötchen? Äh, Mischi. Und Metz ist bei Olli. Ja, genau, genau. Einmal bitte im Chat Hallo Metz und Hallo Metz schreiben. Schlauze. Boah, Ruhe jetzt, ne? Wieso soll ich Hanuta mit Ketchup essen, Alter? Da wird es ein wirklich Koffel. Warum bremst du so früh, du Feige? Das ist mir doch früher bremst. Nebengüterzug. Und? Feige. Und? Ich mach das immer. Du hast 39 Minuten. Wenn ich eine Lok erst im Alpha, dann mach ich das. Wenn ich die kennenlernen, dann kann ich dann auch anders. Du müsst diese Lok eh nie wieder anbieten. Ne, wenn ich auch nicht. Ich fahre. Wo ich die an der 140 anbieten kann. Du musst nur 50 fahren. Das ist dann eigentlich 60. Würde mal sagen, dass das ein 20 Schnaps wert. Nee, nee. Nee, es wird getrunken, wenn ich durch bin. Bei dem fängt die Scheiße, denke ich, schon mal gar nichts an. Du sollst das sehen. Nee, das trinke ich nicht. Ich habe keine Zwangs. Ich habe keine Zwangs. Okay, dann trinkst du zwei. No, Mann. Ich habe mehr getrunken als du. Okay, wer ist dafür, dass wir die ganze Zeit zu trinken? Boah, das nervt bei mich. Wie viele Baustassen im Stream? Die letzten 400 Fäfer. FIFA! FIFA! Ja, ich bin noch wachend auf jetzt. Du musst in den gelben hören. Was? Nein. Weiter fahren, weiter fahren. Weiter, weiter, weiter. Halt dein Maul. Jetzt anhalten. FIFA! So anhalten, dass man das rote Aufsiegnung sieht. Ja, sogar grün. Grün. Okay. Normalerweise soll man so anhalten, dass man auch noch weiß, wie das Signal heisst. So anhalten, dass man auch noch weiß, wie das Signal heisst. Da geht es um 0.000 Uhr. Hä? 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 Der jetzt! Ja, wie zu halten? Das ist so tief. Ja. Du musst jetzt halten. Ja, wir haben vor... Du machst Vorfahrt. Ja, geil. Ich hab halt eben keinen Bock zu fahren. Ich bin leerzog. Ja. Noch 19km. Wir sind angekommen. Ja, komm, ist gut. Rein. Ja. So, wir gehen jetzt raus. Ey, Philipp. Was ist? Nächstes Jahr machen wir Fantreffen zu Silvester, ne? Ja, genau. Bei Karl zu Hause. Ja, bei Karl in Meiningen. Bei der STB in der Werkstatt. Ja, in der Werkstatt ist sowieso Silvester. Ey, wir machen in Berlin. Jederzeit hoch kalt. So. Lass den Livestyl noch laufen? Ja, nein. Nein. Lass den noch laufen? Ne, ich mach den aus. Ne, lass den noch laufen. Wieso, wir sind doch weg? Ja, jetzt aber. Ich müsste doch ein paar Worte sagen. Ja, dann mach das doch. Dann mach das Bild groß. Ja. Opfer. Und lass mich mal auf den großen Stuhl. Ne, du bleibst hier. Du kannst zu mir drucken. Hier, komm. Ne, ne, ne. Du drückst, komm, komm. Geh runter. Nein, ich muss auf den großen Stuhl. Geh runter. Ich muss da hin. Setz dich hin. Ich muss da hin. Sit down. Alter, ich kann doch nicht auf dem Bildigstuhl. Setz dich hin. Ich sitze hier. Oh. Jis ey. Mann. Guck mal hier ey. He, he, he. Setz dich zum Fenster, wirklich. He, he. He, he. He, man. Also. Also. So. Ich setz mich mal so. Genau. Ne, ich trin mal so. So. Ja, besser. Ah, geht doch. So. Super. Ähm. Ähm. Was? Ne, ich trinke den nicht. Das hessige Sahne-Likör-Gedöns. ja jetzt habe ich noch ganze zehn minuten schnauze ich bin ich bin vorabend hier und ich habe es aber zuerst angekündigt ich hab den angekündigt im live stream die fresse jetzt komm mach sonst frisst du gleich den schallknüppel ja lecker kannst du gleich annahle nehmen ja so ich möchte jetzt gerne allen hier einen wunderschönen rutsch wünschen einen guten rutsch sich wunderschön 10 minuten ist es ja soweit genau das jahr 2015 genau schnauze das jahr 2000 meine fresse was wichtiges sagen da machst du auch endlich also kann jeder der diesen live stream sieht und mich persönlich kennt ihn wünsche ich natürlich einen guten rutsch und alles gute ja auch als ich die klasse falls niklas aus lörach das sehen sollte wünschen auch einen guten rutsch ja der kennt dich doch oder nicht ja natürlich kennt er ja weißt du wie es mit moritz und franzi aus dem moritz weig ich grüße dich auch persönlich auch wenn wir im moment ein bisschen streit haben aber naja jeder streik legt sich und ich glaube das jahr 2016 kann man nutzen um neu anzufangen genauso wie franziska deine freundin wünsche ich auch alles gute hab eben schon was machst du hast du gerade die gestik von dir zu sehen aber halt zwei jetzt die fresse weil der gestik so geil ist also also ich wünsche euch alles gute rutscht nicht zu tief und nicht zu weit und seid nicht so schluderhaft heute abend ich will das kondom über den eischel ziehen ja du kannst heute abend erst mal runter holen ja ja mach ich ja auch allen in teams wie gerade wünsche ich alles gute meine eib gruppe wünsche ich auch alles gute wir sehen uns im neuen jahr wieder zu unserer prüfung aha super super toll da freut sich ja schon karl arzschland wünsche ich natürlich auch alles gute ja dann ist für die pp jan ja noch mal noch mal wollen noch ausgeliehen dann hören wir auch noch hier alles niklas und sämtliche heute vom südstück wünsche ich alles gute michael natürlich aber wenn er nicht dabei sein kann des weiteren möchte ich natürlich sagen dass wir alle doch ganz witzig du bescheid sollte stehen deswegen auch jetzt das jahr schon mal anstoßen ja ich auch auf unser wohl ich möchte jetzt auch noch mal zu fahren soll ich sagen wo jetzt vor allem auf dich und franzi jetzt auch mal paratis haben bevor wir den scheiß runternehmen und ich möchte noch mal genau ich möchte noch mal sagen ich bedanke mich bei allen herzlichst und ich bedanke mich für dieses super tolle jahr 2015 bei youtube und bei allen zuschauer und die immer kommentare gemacht haben und dankeschön dass man das immer super toll gemacht haben und natürlich bedanke mich ganz herzlich bei ihm bringen dass er heute war ja so spruch halt die fresse und ja auf jeden fall auf unser wohl im nächsten jahr sehen wir uns wieder und jetzt runter die scheiße kommen und ich mache mir das mal ganz kurz von wacker ich gehe jetzt mit meiner mutter ein trinken genau